Hallo Freunde der W20 Show, willkommen bei einer ganz besonderen Ausgabe der Heldenkartei. Heute spielen wir nämlich Vampire the Masquerade oder auch Vampire die Masquerade in der fünften, der neuesten Edition. Heute mit fantastischen Leuten, wie immer, haben wir den Alex. Yeah! Wir haben heute... Jetzt sitzt du sogar da wohl. Genau. Ui! 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 Ein neues Gesicht, den Jack. Hallo! Die Ria, auch bezaubernd wie immer. Ein wenig anders bezaubernd heute, aber immer noch bezaubernd. Und der ebenso bezaubernde Bosse. Heute... Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Heute mal in einer anderen Position. Heute mal als Spieler. Ja, als Spieler. Unglaublich. Und mal schauen, wie das so wird, weil Vampire the Masquerade haben wir generell alle noch nicht so wirklich gespielt. Ich habe es früher ein paar Mal in einer älteren Version gespielt, gemeistert für ein paar Stunden in der alten Version. Also vergebt uns, wenn wir noch nicht ganz regelkonform spielen. Es geht hier mehr ums Rollenspiel und um die Geschichte. Wie es auch bei Vampire sein soll, finde ich. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben ein Intro vorbereitet. Und danach geht es los. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das war's. 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 Genau. Das war's. 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 Charaktere. Das war's. 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 Robert Weber. Detektiv. Das war's. Carl's. Rush. ... Stormer ist. Das war's. Yeah. 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 Und ihr könnt. Und ihm Fragen stellen, Wir haben statt studiert, wie seine Eltern gewohnt haben, naja. Nein, nein, soweit ich weiß, ist er nur wieder, es tut mir leid, über Ferien oder sonstige, ich weiß nicht, er war zu Hause. Ich habe, wie gesagt, nicht weiter nachgeforscht. Und der andere hat alleine gelebt? Nein, soweit ich weiß, hat er zu Hause bei seinen Eltern gelebt. Der Carthrush. Ja, die Adressen wären, glaube ich, ganz gut. Ja, die würde er euch tatsächlich auch geben. Und der gibt euch auch seine Telefonnummer. Die könnt ihr euch einspeichern. Detective Robert Weber. Okay, man, solltest du irgendwann nochmal von irgendwelchen weiteren Problemen hören, die hier so in der Gegend passieren, dann sorgt dafür, dass die zuerst an uns kommen. Das ist der Plan, natürlich. Wenn die vielleicht, also es kann auch schon mal ein bisschen, unsere Methoden, also ich würde mal sagen, wenn du Sachen hörst, müssen die nicht unbedingt von dem sein, die wir suchen. Versuch das alles so ein bisschen verdeckt zu halten. Ich werde mein Möglichstes tun, aber Sam meinte, wir sollten diskret arbeiten, so diskret wie möglich. Wir sind so diskret wie möglich, ist klar. Ja, natürlich. Wir sehen uns doch an. Er weiß nicht so richtig, was wir für eine Emotion haben. So zeigen soll gerade. Soweit ich weiß, um noch weitere Informationen, ich meine, das ist vielleicht nicht wichtig, aber Simon Drummer ist halt so der typische College-Sportler gewesen, hat sich in seinen Pullis und in seinem Trikot gezeigt von der Mannschaft und ja, so ein All-American-Young-Man halt. Wo hat der studiert? Irgendwo in einem anderen Staat, weiß ich nicht. Ja, und ich glaube, was den Tatort angeht, von dem Simon Drummer kürzliche Regenfälle haben den auch ziemlich unbrauchbar gemacht, aber das ist ja eigentlich in unserem Sinne. Aber wenn ihr nachschauen möchtet, könnt ihr es natürlich trotzdem. Wo sind die denn jetzt, die Leichen? Die sind beim Leichenschauhaus hier im Ort in Athens. Und da kannst du uns doch bestimmt Zugang zu verschaffen, oder? Nun ja, ihr könnt hingehen. Und mit der, vor Ort, mit, ich meine... Kannst du uns irgendwas geben, was uns vielleicht ermöglichen würde, das Recht geben würde, da mal reinzuschauen und uns Captain America und den anderen ein bisschen genauer anzuschauen? Nun ja, ich könnte sicherlich einmal dort anrufen und sagen, dass Berater sich die Leichen einmal anschauen wollen würden. Das könnte ich natürlich tun. Und der schreibt sich das kurz in seinen Notizzettel und wird das dann auch machen. Was Karl Thrushes Tatort angeht, wo er gefunden wurde in der Waldlichtung, auch der wurde halt weitgehend gesäubert, aber sicherlich habt ihr die Möglichkeit, dort auch einmal vorbeizuschauen. Adressen habt ihr ja, müsst ihr wissen, ob es sich lohnt oder nicht. Wurde da noch irgendwas gefunden am Tatort? Also, soweit nicht. Und wie gesagt, wir haben versucht, die möglichstgehend zu behindern, die Untersuchung, bis ihr halt hergekommen seid und jetzt hoffentlich von eurer Seite aus die Untersuchung weiterführen könnt. Die Angehörigen, was wissen die? Schöpfen die Verdacht oder was? Was habt ihr denen erzählt? Die wissen, dass ihre Kinder umgebracht wurden, aber mehr, glaube ich, bis jetzt nicht. Wir haben versucht, auch Details zurückzuhalten. Die wissen nur, dass sie tot sind. Um halt die Maskerade, so heißt das, glaube ich, was ihr hier wahren wollt, zu wahren. Sam erzählt mir ab und zu ein paar Details, aber nichts, was sie nicht wissen hat. Und die hat sichtlich Angst, dass er gesagt hat, was er weiß gerade. Wie lange kennt ihr Sam denn schon? Schon eine ganze Zeit. Ich meine, ihr wisst ja, wie das mit dem Blut ist und so, wenn man das... Also, ihr wisst, dass manche Menschen mit Blut abhängig von einem bestimmten Vampir gemacht werden können, wenn er Blut zu trinken bekommt ab und zu. Das nennt sich dann Ghoul. Das sind quasi Sklaven der Vampire. Und ihr habt den Eindruck, dass er das meint. Dass er gar keine Wahl hat, wirklich. Das ist aber auch, wäre eine Vorstufe vom Selbervampir werden, oder? Genau, fürs Selbervampir werden, ihr wisst es, das ist erstmal, ihr braucht die Erlaubnis eines Prinzen, also quasi eines Herrschers von einer Stadt, von einer Großstadt dafür, das zu machen. Aber es hält sich so, dass wenn ein Mensch komplett vom Blut befreit wird und dann Vampirblut zu trinken bekommt, dann wird er zum Vampir. Allerdings, wie gesagt, wenn er einfach nur so Blut zu trinken bekommt, wird das eine Abhängigkeit und er wird zum Ghoul. Er hat ein Blutsband geschaffen mit diesem Vampir. Das ist auch möglich mit anderen Vampiren, wenn Vampire von Vampiren trinken. Möchte ich nicht unbedingt empfehlen, aber macht, was ihr macht. Ja, genau. Er wäre dann noch hier und würde sich Fragen stellen, falls es Fragen gäbe. Aber ihr habt das Gefühl, er hat euch schon alles gesagt, was er weiß, oder viel. So viel habt ihr ja noch nicht rausgefunden, ne? Naja, wie gesagt, wir haben versucht... Wir haben halt auf uns gewartet. Das war doch klar, dass wir das besser machen, oder? Ja, so war der Plan, nicht wahr? Ein bisschen Vorarbeit dagegen ist ja nichts einzuwenden. Nun ja, das hätte eventuell Aufmerksamkeit erregt. Ich meine, ich bin froh, dass meine Kollegen davon eigentlich kaum Wind bekommen haben oder keine Details wissen. Ja, sei froh, dass die Fleischsäcke nicht vorher schon irgendwas verbockt haben. Genau, und er würde sich dann empfehlen und mit seinem dunklen Van wieder abfahren. Genau. Dann schreiben wir vor Ort mit Szene 2. Nächtliche Untersuchung. Was möchtet ihr tun in dieser ersten Nacht, die ihr in Athens verbringt? Wie spät ist das jetzt inzwischen? Ihr seid um 21 Uhr angekommen, habt den Termin vereinbart, dann habt ihr auf ihn gewartet. Ich würde sagen, eine halbe Stunde, vielleicht dreiviertel Stunde später höchstens. Ist ja nicht so groß. Wann wird es hell? Hell wird es, wann wird es im Winter hell, könnt ihr euch ja selber überlegen, aber später, ne? 8 Uhr, 8 Uhr, 8 Uhr. 8 Uhr um den Dreh. Also es ist Oktober, Ende Oktober, 29. Oktober. Wann ist die Gerichtsmedizin besetzt? Tagsüber wahrscheinlich. Wie ist das mit Darkvision bei Vampiren? Gar nicht. Also da gibt es eine Fähigkeit für, die habt ihr nicht. Dann möchte ich bitte noch wenigstens eine Taschenlampe. Das heißt, wir sehen nichts. Wenn wir jetzt da irgendwo hinfahren, ja. Frag ich dich. Das lasse ich gerade noch zu, aber dann ist das. Weiß man ja, bei Papieren. Handy. Ja, genau. Smartphone-Taschen. Ja, notfalls habt ihr das und ihr wüsstet ja auch, ob ihr das braucht oder nicht. Das lasse ich zu. Scheiße, wir haben keine Ladekabel für die Smartphone. Ne, klar. Also alles, was jetzt nicht über sowas wie Handfeuerwaffe hinausgeht. Ihr habt jetzt keine Munition. Hoffentlich, ja. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Ja. Das habe ich gewährt. Wo stellen wir denn das Wohnmombi ab? Wo wolltet ihr jetzt hin? Ihr wolltet erstmal zum gleichen Schaus. Ein gleicher angucken. Also wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, da legal reinzukommen, dann würde ich doch sagen, wir reden mit jemandem, bevor wir irgendwo eine Tür aufbrechen, was vielleicht nochmal mehr Aufmerksamkeit auf uns lenken würde. Finde ich auch besser. Ich würde mir lieber erstmal die Tatorte anschauen. Waldspaziergang. Und sein muss. Ja. Ich würde dann losgehen. Welchen Tatort wollt ihr zuerst besuchen? Zuerst den von Simon Drummer, der ist länger her. Okay. Ich dachte, wir waren zuerst einen Wald. Welcher ist denn näher an unserem aktuellen Aufenthaltsort? Muss ich gerade gucken, welchen Park hier nochmal war. Wir sind bei Derry Bay. Das ist die falsche Map. Ich habe eine, die nicht so detailfrei ist. Ziemlich weit unten. Ja, aber es gibt nur Uni in der Stadt. Oder nicht? Nee. Ah, Derry Lane Park. Okay. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen im Norden, in der Nähe vom Ohio Health Blenis Hospital. Oh, Blenis. Wenn ihr seht, einfach im Norden drüber. Da ist eine Straße. Maryland Road. Ist egal. Ihr fahrt hinten, ihr habt die Adresse. Ja. Gut. Also fangen wir zuerst zum Gully. Ich würde nämlich zuerst in den Wald fahren wollen, weil im Wald ist um die Zeit wahrscheinlich weniger wahrscheinlich jemand als auf irgendeiner Straße. Was für einen Wochentag haben wir? Dienste. Okay. Na ja gut, dann ist es auch egal. Was näher dran ist, fand ich sinnvoll. Ja, was näher dran ist. Ja, dann der Gully. Simon Drummers Tatort. Ja. Die Wolken schieben sich vor den tatsächlich Vollmond, der momentan die Stadt bestrahlt. Also ihr seht tatsächlich auch ohne Taschenlampen relativ gut in der Dunkelheit momentan. Fahrt in Richtung Norden in die Stadt, in die Außenbezirke und kommt dann an einer relativ unauffälligen Straße an und man sieht auch nicht, dass da irgendwas passiert sein könnte. Ihr seht den Gully, auch relativ unauffällig. Ich hab da was vorbereitet. Ähm, Moment. Das ist einfach so ein Storm Drain in Amerika, gibt's die halt öfter. Das Gitter könnte man theoretisch wegmachen. Und ja, da drin wurde die Leiche. Da drin haben wir gefunden. Aber nichts raus, aktuell. Der ist relativ groß, das ist jetzt schwer abzuschätzen, aber der ist relativ groß. Nee, da kommt nichts raus. Ich hebe das mal an. Ja, du hebst es an. Ich würde gerne mal rumgucken, ob irgendjemand in Sicht oder Hörweite ist. Ich nicht, ich hebe das an. Warte, warte, warte. Dann machen wir zwei Würfe zum ersten Mal. Oh yeah. Du möchtest erst rumgucken oder du möchtest erst anheben? Sobald er das macht, würde ich mich... Also, er könnte es ja nicht an. Also, ihr könnt es ja gleichzeitig dann einfach machen. Charlie sagt ja nicht Bescheid, bevor er was macht. Dann gib du mir mal ein Strength und... Was passt denn da gut? Das machen wir jetzt zum ersten Mal. Ja, Strength und Athletics. Nice. Was heißt das jetzt? Du, je nachdem wie viele Punkte du auf dieser Fähigkeit hast, hast du Würfel. Okay. Also beide zusammen. Und einer davon ist Hunger. Ja, genau. Einer ist rot, also oder welche Farbe du auch immer nimmst dafür, ist Hunger. Und die anderen sind normal. Genau. Du ersetzt quasi einen von den normalen. Gut. Okay, Hunger ist schon mal nicht so wild. Failure, Failure 10 und Failure. Oh, also nicht geschafft. Aber der Hunger Dice ist kein Misserfolg. Also ich habe eine 10, aber sonst alles Failure. Ja, dann schaffst du es nicht. Du... Ihr seht das, er versucht den Gulli hochzuheben und scheitert klecklich. Verdammt, dieses Ding ist ganz schön fest. Du siehst auch, dass inzwischen wohl nachträglich Schrauben hineingebohrt wurden. Also vorher war der halt relativ einfach anzuheben scheinbar. Jedenfalls denkst du dir das, weil die Schraubenspuren halt relativ frisch aussehen. Die Bohrlöcher quasi. Und jetzt ist er verankert. Ah, das ist ein scheiß Korps. Die haben das Ding festgebeutet. Ja, und du möchtest dich umgucken. Ich möchte mal mich umgucken, ob ich irgendwen in der Nähe sehen kann oder irgendwas Auffälliges. Dann gib du mir einen Wits und Insight vielleicht? Nee, Wits und Investigation. Machen wir das. Wits und Investigation. Also du zählst die Punkte zusammen. Es gibt auch Awareness, ne? Awareness? Ja. Wo? Rechts. Zweites? Ah ja, nee, das ist doch besser. Das finde ich besser. Wits und Awareness. Klingt doch gut. Wits und Awareness. Und darfst du jetzt fünf nehmen? Dann übel ich jetzt fünf und einen davon ersetze ich durch den Hunger. Genau. Den einen ersetzt, einen davon, weil du auf einen Hunger bist. Also jeder ist momentan in One Hunger. Der Hunger ist ein Failure, aber kein Krieger. Dann habe ich einen Erfolg. Einen Erfolg. Der läuft gut bei uns. Du siehst auf jeden Fall momentan niemanden, der euch in Gefahr bringen könnte. Außer Charlie. Außer Charlie, genau. Ja. Schön. Was macht ihr sonst? Da. Gerade. Also ich ärgere mich über diesen scheiß Gulli. Ja. Mich interessiert das nicht mit dem scheiß Gulli. Ich habe sonst niemanden gesehen. Nein. Es guckt gerade keiner. Jetzt kannst du. Ich stehe so neben dir, neben meinem Regenschirm, geh stock. Hause dagegen und schau dich einfach nur an. Ihr hört tatsächlich aus einem Wohnhaus in der Nähe. Musik. Klaviermusik? Ja, tatsächlich. Okay. Aber. Wie ist die Qualität? Mäßig. Okay. Gut. Du hast doch gesagt, du hast niemanden gesehen. Ja, aber gehört habe ich, wer auch immer das ist. Ich würde mal mit der Taschenlampe in den Gulli leuchten. Ja, dann gib auch du mir doch mal. Dann gebe ich dir meine Taschenlampe. Ja. Ich habe mein Handy, danke. Gib doch auch du mir mal einen Witz und Awareness. Wurf. Ich setze die Schwierigkeit auf zwei. Einen muss ich jetzt austauschen. Gegen Hunger, genau. Und jetzt muss ich was würfeln? Den Hunger würde ich zuerst würfeln, damit du weißt, welche das ist. Oder merkt ihr es halt, welche das ist? Das ist ein kritischer Erfolg. Echt? Messi-Crit, ja. Naja, ne. Messi-Crit ist doch erst, wenn es ein Crit ist und einer davon auf dem Hungerwürfel gezeichnet. Also wenn du jetzt noch eine Zehn dazu würfelst, dann... Ja, das ist ein Messi-Crit. Das ist ein Messi-Crit. Nee. Gut. Dann war das ein Erfolg dazu. Ein Erfolg dazu, also zwei Folgen. Das sind zwei Folgen. Perfekt. Du leuchtest in den Gully und siehst einen Stofffetzen. Komm ich da ran? So nicht. Also der ist irgendwie so harmlicher... Du siehst halt, wie der... Da fließt Wasser unten so ein bisschen und der liegt so ein bisschen am Rand dieses kleinen Wasserlaufes da oben auf dem Rohr. Und sehe ich die Farbe davon? Oder die Art vom Stofffetzen? Äh, ja, so Art... So bläulich sieht das aus. Okay. Aber mehr kannst du nicht erkennen von da, wo du bist. Also da unten ist ein Stofffetzen. Hm. Vielleicht gehört er zu unserem Täter. Das kann natürlich sein. Vielleicht gehört er auch zu unserem Opfer. Als du das sagst, siehst du auf einmal vor deinem geistigen Auge, du hattest das schon öfter, das Bild von einem jungen, vielleicht Mitte-20er, blonde Haare mit einer blauen College-Jacke. Ich glaube, es gehört zu unserem Opfer. Merken die das, dass ich... Du, nee, du siehst das und ob du das sagst oder was du sagst... Ich glaube, ich glaube, es gehört zum Opfer. Ich glaube, du hast recht. Ich habe gesagt, es gehört zum Opfer. Genau, das habe ich gesagt. Die Fleischsäcke haben also wirklich einfach den Kram da hängen lassen? Na, vielleicht haben die das einfach nicht gesehen. Und Paul sieht immer irgendwelche Sachen. Das ist normal. Mehr als wir zumindest. Ja, ist da noch was anderes unten, Paul? Ich habe nichts gesehen, aber ich würde dir gerne dabei zusehen, wie du da runterkletterst. Das Ding ist festgebeutet. Ja, mach's ab. Ich zieh nochmal dran. Das ist ein scheiß Bolz jetzt. Tret dagegen. Versuche alles irgendwie, um das loszumachen. Ich sag dir, die Schwierigkeit ist vier. Du kannst es versuchen. Okay. Nehmen wir Strength und Athletics wieder. Zehn, zehn. Echt? Krill? Ja. Also zehn, zehn. Aber nicht auf dem Hoher. Nee. Zehn, zehn und ein Hunger Success. Also fünf. Fünf. Oh. Ihr seht, wie euer Freund sich an... Ja, genau. Und auf einmal macht es... Und das Ding kommt raus. Warte, da muss ich auch mal würfeln gerade. Ich schmeiß das einfach auf den Gehweg. Du schmeißt das auf den Gehweg? Ja. Noch mal so raus. Das macht... Klong, 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 klong. Und... Es passiert nichts. Die Musik hat plötzlich gestoppt. Aber mehr passiert nicht. Gut. Ich mach die Taschenlampe an, dann funzt sie jetzt mal auch nochmal rein. Ja, du siehst dasselbe. Du siehst so ein Rohr halt, wo so ein Wasserlauf existiert, quasi ziemlich dreckig. Und du siehst auch diesen Stofffetzen, weil du ja darauf hingewiesen wurdest vorher schon. Wie tief ist das, geht das da rein? Tja. Ein Meter, zwei Meter. Okay. Und welche Ausgänge links, rechts, wo man durch kann? Oder ist das wirklich nur Wasser? Nee, das ist nur für das Wasser. Also es ist so als Maßnahme, wenn halt Überschwemmung droht quasi, dass das Wasser abfließen kann. Aber es ist nicht wirklich so, wie man bei DND so ein Suhr denkt, wo man durchlaufen kann. Nein, das ist tatsächlich keine riesige Kanalifikation. Dann bleibt ja wohl die Frage, ob er hier gestorben ist oder nur hierher gespült wurde, oder? Keine Ahnung, vielleicht ist er unten noch mehr. Ja, du bist unten. Was machst du? Erstmal leuchten und wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwo nicht durch die Suppe unten durchgucken, versuche ich es zu tasten. Gib mir... Gib mir Wits und Awareness. Oder Investigation machen wir diesmal. Das ist gut. Wits und Investigation. Das sind nur drei. Ja, ich sage, die Schwierigkeit ist zwei. Das klappt. Aber kein Hunger... Okay, du sagst mir das dann, wenn das passiert. Ja, sechs und sieben. Hunger hat sieben. Ja, nee, du siehst so einen Klumpen komischer Masse im Wasser. Und hebst ihn auf. Ja, klar. Das ist irgendwie Refuse halt. Also irgendwas, Dreck einfach. Okay. Versuche ich es irgendwie sauber zu machen, wenn es zerbrüsselt. Es zerbrüsselt einfach nur unter der Hand. Siehst du irgendwas da unten? Ich glaube, mehr ist hier nicht. Glauben muss nicht, dass ich dich so wieder ins Bett lasse. Ja. Ich steig wieder raus. Du steigst aus? Und schmeißt den Gully wieder drauf, sodass er ungefähr reinpasst. Klum, klum. Er liegt so schräg jetzt. Ich würde mich da nochmal so machen, dass er wieder so ungefähr aussieht, wie er war. Gut, das kriegst du hin. Aber du hilfst ihm? Ja. Ja, dann auf jeden Fall. Was macht ihr? Also wir haben auf jeden Fall bestätigt, dass das, was uns unser kleiner Polizistenfreund gesagt hat, stimmt. Das ist doch schon mal was. Ja, super, toll, fantastisch. Können wir weiter zum nächsten? Ich glaube. Ich hebe das mit einer Hand nochmal an und nehme den blauen Stofffetzen mit. Okay. Du hast schon einen blauen Stofffetzen erhalten. Sehr gut. Ach, schau, ist wenigstens einer, der mitdenkt. Ja, wenn Dominik so ein Spiel spielt, dann wüsst du das natürlich. Ich würde mal in den Reiseführer gucken. Der Storyteller so eine Geschichte spielt. Ich würde mal in den Reiseführer gucken und schauen, ob über die Stadt irgendwas, irgendwas über das Kanalsystem oder sonst irgendwas da drin steht. Ja. Du siehst, es wurde vor einigen Jahren renoviert tatsächlich, weil es ziemlich baufällig war inzwischen. Also es wurde, glaube ich, zum ersten Mal, tja, wann wurde Athens gebaut? Das habe ich hier irgendwo. Tatsächlich irgendwo, warte mal. Aha, genau. Es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Es wurde jetzt aber renoviert. Mehr wüsstest du aber nicht. Oder möchtest du jetzt irgendwas Spezielles noch dazu rausfinden zum Kanalisationsystem? Ob es irgendwas gibt, was mir so ins Auge springt, was ich in irgendeiner Weise damit in Verbindung bringen kann. Also gab es, steht da zum Beispiel drin, dass es schon mal Vorfälle gab von kriminellen Aktivitäten unter der Stadt. In einem Reiseführer? Nein. Ich würde das Ganze googeln. Nein. Was du googeln? Ich würde die Kanalisation googeln und gucken, ob es Pläne von der Kanalisation im Internet gibt. Über mein Smartphone. Dann gib mir mal ein Wits und Investigation. Ob du nur auf Pornoseiten landest. Könnte das ja. Schwierigkeit ist vier, würde ich sagen, weil das ist schon sehr speziell. Ich glaube nicht... Das ist ein Treffer. Das ist ein Erfolg, zwei Erfolge, drei Erfolge. Das ist auch ein Erfolg. Ich weiß nicht, was das für ein Würfel ist, deswegen. Der Ank? Der Ank ist, glaube ich, der Erfolg. Gibt es da noch eine Eins? Ne, das müsste sogar der Kritischer sein. Ah ne, doch nicht. Ne, das ist die Eins. Die Eins war das. Ja, weil eine Zehn gibt es. Also eine Misserfolge. Also habe ich zwei Erfolge. Aber kein Hunger, Misserfolge? Ne, Hunger ist eine Fünf. Ja, ne, dann... Du findest keine Pläne. Du findest halt einen ganz normalen Eintrag über die Stadt, wenn die gebaut wurde und so weiter und so fort. Aber nicht das, was du wissen wolltest über die Kanalisation. Ja, was machst du da? Checkst du schon jede Twitter? Ja, genau das. Was ist dieses Twitter? Apropos, ich checke Instagram. Ja, du checkst Instagram, du hast drei Follower mehr. Ach, Oma, das ist so ein Internet-Ding. Ah. Auch interessant, Maskerade und Instagram. Nein, völlig legitim. Das gibt es. Ihr habt gelernt, über die Jahre eure wahre Natur zu verheimlichen. Hashtag Nightlife, Hashtag Didn't Woke Up Like This. Ich gehe auch auf Instagram und gucke mir nochmal die Bilder von Eileen an. Ja, was hast du für Bilder auf deinem Instagram bekommen? Erzähl mir. Ich habe hauptsächlich so Bilder von schräg oben, wo ich mit den Armen so meine Brüste zusammendrücke. Und dann habe ich so zwei, drei Bilder, wo ich so von unter ein tief ausgeschnittenes T-Shirt so meine Knie mit reingenommen habe, dass die so aussehen, als wären sie. Natürlich, mega Brüste. Außerdem habe ich ganz viele T-Shirts, oder ganz viele T-Shirts, ganz viele Bilder von mir vor modernen Kunstgemälden. Genau, nochmal, weil du ja Athens gegoogelt hast. Du hast Athens-Kanalisation gegoogelt, aber googelst du auch die Stadt selbst? Nee, ich habe es nur im Preiseführer. Hast du die Stadt selber gegoogelt auch? Ehrlicherweise nicht, nein. Aber du, ja, egal, dann halt nicht. Okay, ja, was macht ihr? Ich google Athens, die Stadt. Okay, du googelst. Dann gib mir mal ein Intelli- Nee, sagen wir. Wits and Investigation. Oh nein. Oh nein. Aber du, also die Stadt zu googeln ist wie schwer, ich setze die Schwierigkeit auf zwei. Okay, ich habe zwei Wüffel. Also ist möglich. Ist offen. Nö. Ist es der Hummer? Kein Erfolg. Ja, nee, du findest tatsächlich nichts. Ich schreibe es wahrscheinlich falsch. Ja, du schreibst es falsch. Du findest, nee, du findest tatsächlich Informationen über die Stadt in Griechenland. Athens, Greece. Ja. Naja, aber egal. Wow, hier gibt es noch Lüben. Ich wusste gar nicht, dass Amerika so alt ist. Ja, genau. Ich nehme meinen Regenschirm in Pieks so in Aileen rein und schaue die beiden an. Kinder, hör auf rumzuspielen. Hören wir jetzt endlich weiter. Ja. Ja, Mami. Ja, wir gehen zu dem Waldstück. Zu Fuß, oder? Sind wir zu Fuß oder mit dem Auto? Sind wir mit dem Mobil hingefahren? Sind wir mit dem Mobil reingefahren, oder? Es ist inzwischen so halb elf. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Also, das müsst ihr ja wissen, was wir gemacht haben. Also, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir mit dem Auto gefahren wären, weil sonst hätten wir darüber diskutieren müssen, wo wir es abgestellt haben, und das haben wir nicht. Genau. Und es ist, also ihr müsst bedenken, es ist ein RV, ziemlich groß, auffällig. Der von uns hat eigentlich den Führerschein dafür. Abgedunkelt, also der ist schwarz lackiert tatsächlich komplett. Ich denke bestimmt, wir machen da Drogen drin oder so. Ja, hoffentlich. Ihr müsst halt überlegen, wo ihr den parkt, sag ich mal so, ne? Und wo ihr den auch parkt, wenn ihr schlaft. Gibt es einen Campingplatz? Gibt es tatsächlich ein bisschen außerhalb, ja. In der Stadt. Ist auch nicht schlecht. Wir können ihn aber auch einfach auf dem Walmart-Parkplatz stellen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich habe auf jeden Fall Drive 1, deswegen fahre ich den. Deswegen steige ich ein und lasse den Motor an. Er lässt den Motor an. Ich sitze vorne. Joanna, setz dich nach vorne. Ich steige ein. Okay. Ja, hinten wahrscheinlich. Ja. Und ihr fahrt. Ich fahre nach hinten und mache Koffer rein. Ihr fahrt zu einem kleinen Waldstück im Norden der Stadt. Ist halt einfach weiter nach oben quasi. Ihr seht ja da den Hocking River. Und quasi über eine Brücke, die über den Fluss führt, in ein kleines Waldstück. So läuft mein The Clash Mixtape. Sehr gut. Ich drehe meinen Kopfhörer lauter. Ja. Ihr kommt zum zweiten Tatort. Was macht ihr? Aussteigen. Was heißt eine Lichtung, ne? Eine Lichtung, genau. Ist das mitten im Wald? Nee, tatsächlich relativ am Anfang noch, wo die Bäume noch nicht so dicht sind. Wie nah kommen wir mit dem Auto ran? Ist da einfach ein Waldparkplatz irgendwie? Da jetzt direkt nicht, aber ihr könnt schon an der Straße an der Seite halten und dann da hingehen. Okay. Der Mond ist immer noch hell am Himmel, ab und zu mal vor ein paar Wolken bedeckt. Ihr hört tatsächlich aus der Nähe. Also ihr denkt Klaviermusik zu hören. Vielleicht denkst auch nur du das, Paul. Ich habe so ein Flashback. Ja, du denkst, die verfolgt euch, die Musik. Die Klaviermusik, okay. Ja, und ihr hört es tatsächlich nicht. Nur Paul. Aileen, hast du irgendwie angefangen, ein Instrument zu lernen jetzt noch? Was? Ob du ein Instrument spielst oder ob du immer nur nochmals... Nein. Nein? Nein? Wann soll ich ein Instrument spielen? Weiß ich nicht. Welches Instrument sollte ich spielen? Klavier. Guck dir den Wagen an. Siehst du ein... Ich stoße mit dem Gästen. Ich stoße mit dem Regenschirm so oben gegen die Decke und sage, Kinder, weißt du, zusammen. Ja, Mann. Gut. Ich versuche, irgendwo eine Stelle zu finden, wo das Mondlicht nicht so krass ist. Vielleicht irgendwo ein bisschen unter den Bäumen ist, auch wenn wir dann 100 Meter mehr gehen müssen. Das ist okay für mich. Ach so, zum Parken. Ja. Okay. Gut. Dann spaziert ihr durch den nächtlichen Wald. Wie gesagt, weit ist es nicht. Ihr seht tatsächlich auch diesen Felsen, von dem die Rede war, von dem Detective Weber gesprochen hat. Aber allerdings seht ihr, also gebt mir mal, wer will was machen. Ich würde mich gerne so um den Felsen rumgehen und mich so ein bisschen Kameramann-mäßig zwischendurch mal hinstellen und das so einfangen und dann genau überlegen, wie ich mir das so vorstelle. Wie die Leiche da drauf gelegen hat und ob man noch irgendwo, also vielleicht auch noch so aus dem Augenwinkel überlegen, ob ich Spuren sehen kann. Aber eigentlich versuche ich nur, das Bild und die Stimmung so ein bisschen einzufangen. Ich werde Ausschau halten. Ja, gib mir mal ein Width und Awareness. Genau. Wer, wer? Success, Success. Ja, du hörst aus der näheren Umgebung bei euch tatsächlich ein Rascheln von ca. links hinter dir. Okay. Ich habe einen Erfolg. Was hast du gemacht nochmal genau? Also durch einfach die Szene... Den Felsen von allen Seiten quasi angeschaut. Du findest nichts. Okay. Ich halte kurz inne und dann hole ich meine Glock raus und schleiche mich da ran. Okay, dann gib mir doch mal ein Dexterity und Stealth. Wenn es ein Tier ist, will ich es fangen. Sobald ich das sehe, ziehe ich auch meine Waffen und gehe direkt hinterher. Okay. Stealthst du oder gehst du ganz normal? Ja, ich stealthe auch. Dexterity und Stealth. Leider nur zwei. Das reicht tatsächlich. Was machst du? Wir machen eben ab. Wenn es irgendein Tier ist, will ich es fangen. Wenn es eine Person ist, will ich meine Waffe drauf halten. Ja. Dann, na? Ja. Und? Einer. Also du trittst tatsächlich, während du dahin gehst, auf den Ast und dann hörst du auf den Ast und eine Katze springt aus dem... Ich laufe hinterher oder sie fangen. Und dann gib mir ein Athlet... Äh... Äh... Dexterity und Athletics. Sick. Eins, zwei. Zwei Folgen. Tja. Du greifst nach der Katze und erwischt so fast ihren Schwanz und... Und dann ist er weg. Verdammt. Ich nehme meinen Regenschirm und haut Charles richtig hart auf den Rücken und sag... Charles... Ey! Wir kennen uns seit jetzt 30 Jahren. Du weißt, wir sind keine normalen Menschen. Wir müssen nachts im Wald nicht mit einer gezogenen Waffe nach dem Rascheln gucken. Das kann man eleganter lösen. Äh... Was gerade und so. Ich lass mich lieber von einem mit einer Knabe treffen als äh... Also auf... Auf... Finden als... Sowas. Aber ja, tut mir leid. Ich hab das mit der Katze vergessen und so. Äh... Ich wusste ja nicht, dass es eine Katze ist. Wusste ich ja erst dann. Ich würde gerne versuchen, mit Feral Whispers die Katze herzubeschwören. Stand da irgendwas, ob das was kostet oder was du machen musst? Ähm... Cost is one Rouse Check per type of animal chosen for the scene. Also du willst die Katze herbeirufen. Da wäre dann ein Rouse Check. Das heißt, du würfelst ein D10 und schaust halt, ob du einen Erfolg hast oder nicht. Wenn du keinen Erfolg hast, dann steigt dein Hunger um ein. Okay. Kann ich auch, ähm, Vögel mit einbeziehen? Mit zwei Würfel oder? Ja. Dann würde ich das machen. Vögel und Katzen. Dann zwei W10. Äh, D10. Oder W10. Sobald ich gemerkt hab, dass es eine Katze ist, ist es mir scheißegal und ich steck die Waffen weg. Okay. Ich würde, äh, mal die Taschenlampe am Handy anmachen und, äh, anfangen Fotos vom Felsen zu machen und die mir dabei im Licht nochmal ein bisschen genauer angucken. Dann gib mir nochmal, nochmal ein, äh, Witz und Investigation. Ich bin für dich zwei Rouse Check. Nice. Das ist doch nicht gut. Hm? Hm? Zwei Rouse Checks. Also, Erfolge? Ja. Sieben und neun. Dann schaffst du das. Und, äh, du siehst, oder ihr seht vor allem auch, oder du nicht, du guckst ja gerade woanders hin und machst Fotos. Wie viele Erfolge? Äh, einen hab ich. Äh, du schaffst es Fotos zu machen. Ähm, dann seht ihr beiden, äh, wie auf einmal aus einem nahegelegenen Baum ein kleiner Spatz auf Joanas Schulter landet und die Katze, die du eben noch vor dir hattest, aus einem Gebüsch in seiner Nähe auftaucht und sich, äh, um seine Beine schlängelt. Äh, und dann so, um deine Beine quasi sich schlängelt. Ich lächle, ich glaube, jetzt zum ersten Mal für die ganze Session, ähm, beuge mich zu den Tieren herunter und, ähm, das ist ja eine Two-Way-Zwei-Communication. Ähm, und würde so grob umreißen, warum wir hier sind. Ja. Mit dem Mordfall. Ja, mach mal. Okay. Also, ihr zwei. Wir sind hier, weil hier etwas ganz, ganz Böses passiert ist mit einem Zweibeiner. Und ich würde jetzt gerne wissen, ob ihr irgendetwas gesehen habt oder uns irgendwie helfen können wird vielleicht. Wir wollen einfach nur mehr wissen und dass auch niemand anderem, zwei oder vier Beine, noch irgendetwas passiert. Der Spatz springt auf den Kopf der Katze tatsächlich und sagt, Ja, hier waren Menschen, hier ist ganz viel Blut gewesen. Ganz viel Blut. Ganz viel Blut. Die Katze sagt, Ja, ganz viel Blut. Ganz viel Blut. Ich streichle so ein bisschen das Köpfchen des Spatzen zu beruhigen und mit der anderen Hand nehme ich so ein paar Katzenleckerli und die wieder der Katze. Oh, ist das für mich. Und, äh, schlabbert die tatsächlich relativ schnell weg. Katzenminze? Das ist das nicht, nee, das war die Leckerli. Okay. Das war die Leckerli. Nein. Und jetzt ziehe ich ein bisschen Katzenminze hervor und frage, weißt du noch mehr? Also, das war so eine junge blaue Collegejacke. So, weißt du, was die Menschen so tragen, diese Jacken. Was sie hier auch tragen, so ähnlich wie er, sie. Eine Jacke. Eine Jacke. Und was sonst noch so war, kannst du dich da noch irgendwie erinnern? Da war Blut. Da war, da, dem Menschen ging's nicht gut. Der lag da. Ja, der lag da. Also, er war schon, ihr wisst nicht mehr, wie, wie es dazu kam, dass, also, woher das Blut herkam. Nein, ich, ich hab Blut gerochen und benennt, weil ich dachte, vielleicht ist es eine leckere Maus. Ja, eine Maus. Okay, und ich gebe ihr die Katzenminze. Und sie isst die Katzenminze. Und du siehst, wie seine Pupillen sich weiten. Und er lässt sich auf den Rücken. Ich kraul noch so einmal über den Bauch, richte mich dann aber wieder auf, das Lächeln verschwindet und ich teile den Rest der Gruppe mit, was ich erfahren konnte. Die Katze rollt sich so zum nahegelegenen Busch und der Spatz fliegt wieder in den Baum. Tschüss. Du teilst uns alles mit. Warte, 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 warte. Die Katze hat gesagt, der hätte eine College-Jacke angenommen? Ja, genau, das ist merkwürdig. Weil der mit der College-Jacke... Das war mein Fehler. Hat er nicht. Sorry, da muss ich mich entschuldigen. Ich war schon am... Boah, das ist die ganze College. Das war tatsächlich mein Fehler. Er hat eine Jacke an. Der Simon-Drummer, aber nicht. Aber keine College-Jacke. Vielleicht hat Karl ja auch studiert. Woanders. Das wusste die Katze wohl nicht. Ich würde mir mal die Fotos genauer angucken, die ich gemacht habe. Und zwar reinzoomen. Dann. Warum gibst du dein Handy nicht mal wem anders? Dann gib mir doch noch mal ein... Tja, was machen wir? Was kann man denn da gut machen? Das wird wohl wieder hinauslaufen. Sagen wir mal Intelligence und Awareness. Oder Intelligence Investigation. Warum? Warum kann das nicht Awareness sein? Okay, gib mir ein Awareness. Ja. Intelligence Awareness. Danke. Äh, difficulty 3. Ist hier irgendwas abgesperrt von der Polizei? Irgendwelche Bänder? Tatsächlich nicht. Du siehst halt wenig tatsächlich. Aber der Detective meinte ja auch, der Tatort wurde gereinigt. Okay. Okay. Warte. Das sind, äh, 6 Erfolge. Und zwar ein Critical auf dem Hunger. Auf dem Hunger? Ja. Uh, also ein Messy Critical. 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 Aber warum sind es jetzt 6? Weil die beiden zusammen, weil das sind 2 10. Ach, das ist eine 10. Ja, okay, okay, okay. Alles gut. Ähm, ja, was du machst, du willst reinzoomen und brichst dabei dein Handy durch. Nein, nein. Ich brich das komplett durch oder ich mache mir das Display? Nein. Du hast deine Stärke falsch eingeschätzt. Nein. Aber habe ich denn ernsthaft was entdeckt? Nein. Ach so, naja, du konntest, okay, da es ein Erfolg ist und ein Critical Erfolg ist, würde ich schon sagen, du hast gesehen, dass da noch so eine ganz kleine Blutspur auf dem Felsen ist, auf dem, wo du vor dir ein Foto gemacht hast, zuerst quasi, wo du zuerst warst. Da ist was! Genau, du hast es so durchgebrochen und siehst den Blutfleck jetzt hinter dem Smartphone. Hey, Leute. Ich habe da noch einen Blutfleck gefunden. Ich würde mir jetzt detectivehaft da hinstellen und diesen Stein untersuchen. Was machst du denn? Ich schaue mir diesen Stein genau an und suche nach dem Blutfleck und gucke auf dich noch was an. Also, du siehst den Blutfleck auch auf jeden Fall. Ich sehe den Blutfleck. Ja, aber... Welche Größe hat er denn? Ja, aber welche Größe? Relativ klein. Das ist halt wirklich so, als wenn den einfach jemand... Ja, genau so. Als wenn den jemand so einen Finger gucken... Okay. ...breiter. Als wenn den mehr übersehen hat vielleicht bei den Aufräumarbeiten. Okay. Ich höre schon wieder Klaviermusik, glaube ich. Ja, du hast tatsächlich das Gefühl... Jetzt hörst du auch noch so ein komisches... Ich muss ja gerade technisch, aber... Alles gut. Du hörst tatsächlich in deinem Kopf wieder diese Musik und du siehst in deinem geistigen Auge so eine ältere Dame, die fröhlich am Klavier sitzt und spielt. Spielt hier irgendwer Musik? Aileen, bist du sicher, dass du mich... Ja. Ich gehe zu Aileen rüber, lege ihr meine Hand auf die Schulter. Ja, hier, ne meins. Ich brauche das Drecksding eh nicht. Hey, danke. Und du hast dein neues Smartphone? Du hast kein Smartphone. Ich resette das Smartphone von Journal. Resetten, okay. Ich setze es auf der... Du siehst auch... Was siehst du hier auf dem Handy? Hast du irgendwas gemacht damit? Oder nicht? Ich glaube tatsächlich, ich habe kaum gewusst, wie man es entsperrt. Okay. Das wäre mir auch egal. Ich setze es direkt auf Werksanstalt. Okay, alles klar. Das wäre jetzt alles voll mit Free-Browser-Plugins und so. Ja, ich glaube, Charles hat mir ein paar Katzenbilder darauf eingerichtet und das war's. Die sind jetzt weg. Nein. Gut, was macht ihr sonst noch? Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Hier gab es einen Blutfleck. Was war mit dem Blutfleck? Sorry. Also sie hat sich den Blut... Er hat sich den Blutfleck... Also Paul hat sich den Blutfleck das verwirrend angeschaut. Und... Ja, gesehen, dass es ein Blutfleck ist. Menschliches Blut? Wirst du ihn probieren? Nein. Dann war es nicht. Ah, sag doch mal nicht so. Äh, du... Ihhh, an dem Fels. Du schmeckst Erde, Gestein und tatsächlich menschliches Blut. Mmh. Ja, doch, schmeckt gut. Du bist so eklig, Charlie. Neben dem Stein. Schmeckt es gut. Ja. Ja, macht wenigstens was im Gegensatz zu euch. Ihr macht nur was kaputt. Wer hat ihn denn gefunden? Ich hab ihn gefunden. Ich glaub, wir sind hier fertig. Ja, jetzt ist er ja auch weg. Ich hab nicht alle weggeschlabbert. Kann ich Sense the Beast über das Blut wirken? Du glaubst, dass wahrscheinlich viel zu wenig... Also, das funktioniert meistens bei dem Organismus selbst, der das Blut innehatte noch. Aber bei Blut wird es schwierig. Also, vor allem, dann müsste es schon eine ausreichende Menge von Blut sein, wenn du da noch einen Biest spüren wollen würdest. Das Biest, als Erklärung für die, die es nicht wissen, vielleicht auch für ein paar der Spieler, ist halt etwas, das jedem Vampir inne wohnt. Das ist halt die grundlegende Natur der Kainiten. Derer, die von Kain abstammen. Je stärker das Biest ist, desto animalischer verhält man sich. Desto näher ist man, oder desto weiter weg ist man von der Menschlichkeit und näher halt an dem grundlegenden Biest, was der Fluch selbst ist, der Vampirismus selbst ist. Und er, Joanna, sie, hat die Fähigkeit, dieses Biest zu spüren, wenn sie denn möchte. Und ich denke allerdings, dass bei einem Blutfleck dieser Größe es relativ schwierig werden würde und du das auch wüsstest. Aber ist die Fähigkeit umsonst? Free, ja. Du kannst es machen, du machst es, du merkst halt, wie deine Sinne sich ausstrecken nach der Person tatsächlich auch um dich herum greifen zu scheinen und du halt das Biest ganz deutlich in deinen Freunden spürst, in deinen Kollegen, in deinen Begleitern, was auch immer Joanna in ihnen sieht. Auf jeden Fall spürst du das Biest in ihnen, allerdings um dich herum sonst nichts weiter. Okay. Mit diesem Sense The Unseen kann ich jetzt sagen, weil das steht Passive mit Duration. Passive? Kann ich das jetzt einsetzen? Ach, Duration, Passive. Ja, genau. Du musst es jetzt nicht, kostet das was? Nee. Free? Immer an wahrscheinlich, ne? Immer an würde ich nicht sagen, aber ist auch nichts, was du würfeln musst und nichts? Da steht, doch, Dice, Pools, Wids plus Auspex or Resolve plus Auspex. Ja, wenn du das machen möchtest, dann musst du das würfeln. Ich gebe dir eine Schwierigkeit quasi, ob du dann halt quasi eine bestimmte Sache, was möchtest du denn nach, was möchtest du in Ausschau halten? Naja, das ist ja nach irgendwas Verstecktem, also wenn sich irgendwer beobachtet. Things hiding in plain sight, ja. Ja, wenn sich irgendwer uns beobachtet oder so. Okay, ja, dann gib mir doch mal Was ist das denn? Wids? Ein, ja genau, Wids und Auspex. Auspex ist halt unten deine Fähigkeit, die hat auch Punkte. Ja, aber Auspex zweimal oder, weil da steht Wids plus Auspex oder Resolve plus Auspex. Ja, dann ja. Kannst du dir aussuchen, wenn du Resolve höher hast als Auspex. Was ist das denn? Da. Ich würde einmal Resolve reinnehmen. Genau, so funktioniert das ja, glaube ich. Und einen muss ich als Hungerwerke nehmen. Okay. Oh, krass. Oh, die Dice. Was ist, was war 20 nochmal jetzt? War eine 10. Das ist, nee, 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 nur auf dem 20-Seiter. Auf dem ist es eine 2. Okay. 2. 2 Erfolge. 2 Erfolge. Ernsthaft? Du streckst deine Sinne auch aus, du fühlst um dich herum nach, da kommt Corrigan durch, immer natürliche Phänomene nach, ja, du hast von Kaliden gehört, die sich den Sinnen anderer entziehen können, aber du spürst nichts. Okay, wir können gehen. Also wir finden, an dem einen Tatort finden wir ein Stück Stoff, an dem anderen finden wir ein Blutfleck und beides eignet sich Charlie an und jetzt gehen wir wohin? Du wolltest doch unbedingt in die Gerichtsmedizin. Ja, aber vielleicht, wenn jemand da ist. Wenn wir einfach reingehen, dann müssen wir uns auch nicht mit den dummen Fleischsäcken auseinandersetzen. Ja, dann müssen wir uns nur mit den Konsequenzen auseinandersetzen, wenn jemand die Gerichtsmedizin aufgebrochen vorfindet und dass vielleicht weitere Ermittlungen in eine andere Richtung noch stattfinden, vielleicht in unsere sogar, aber wer bin ich? Ich stecke mich zu lange, wenn du so einen dummen, nervigen Fleischsack in einen Raum hinkommst, mit ganz anderen Konsequenzen zu tun. Dann geh halt ich alleine rein. Wie spät ist es denn? Was haben wir denn vorhin gesagt? Wir haben gesagt, halt elf. Ihr habt eine Weile da jetzt verbracht. Ich würde sagen, zehn vor elf. Wo ist denn die Gerichtsmedizin? Vielleicht ist er ja einer mit einer Nachtschicht. Vielleicht. Ja, ihr googelt die Location des örtlichen Leichenschauhauses. Bist du sicher, dass du dein Handy in die Hand nehmen möchtest? Hier ist auch schon klar, dass die ganze Musik weg ist. Ich bin gerade durch die Musikbibliothek und bin sehr diffamiert. Dann richte ich mir ein Spotify-Account ein. Das ist so das Werkseinstellung. Ja, das Werkseinstellung ist nichts mehr drauf. Das ist so zwei Jingle und ein Klingelton. Ich fange auf der Autofahrt, fange ich an, alle meine Profile wieder einzurichten und anzumelden. Ihr fahrt in den Osten der Stadt, wo sich in großen Lettern auf dem Gebäude Athens Morgue liest, lesen lässt. Genau, im Osten. Ziemlich weit abseits, in der Nähe vom Ferryfield Inn und Suites bei Marriott. Oh, okay. Ganz woanders. Ich hätte jetzt bei dir im Cemetery gedacht, aber okay. Nee, tatsächlich nicht. Wir haben jetzt die Adressen von den Familien bekommen. Ihr Vater auch hin. Das sind 10 Minuten, 15 Minuten, würde ich schon sagen. Ist ja nichts los. Ja, ist nichts los. Also die Straßen sind relativ frei. Und dann weiß er, wie Charlie fährt. Ja, also er ist relativ schnell da. Ich benutze Google Maps und schließe natürlich mein Handy dann wieder an. Ja. Ihr seht tatsächlich tatsächlich Licht aus dem Gebäude kommen. Und ihr seht auch einen offiziellen Eingang mit seiner kleinen Sprechanlage. Ein Ninde, ein Auftritt. Ich wollte gerade sagen, haben wir einen Spiegel in dem Mobil? Aber dann ist mir aufgefallen, das wäre total irrelevant. Tatsächlich bin ich mir gerade nicht ganz im Plan, wie das mit dem... Selfie-Fotor. Ja, ich weiß, dass ein bestimmter Clan der Vampire nicht gesehen werden kann. Aber ich glaube, andere schon. Ein bestimmter hatte das nicht. Aber das ist keiner von euch. Auf jeden Fall, das weiß ich. Also ich gehe davon aus, dass man euch schon sehen kann. Fun Fact, Halbwissen. Ich weiß nicht, wie sehr es stimmt. Aber ich meine, es kommt daher, dass Spiegel früher mit Silber hinterlegt war. Und deswegen... Das macht Sinn. Das macht sehr viel Sinn, ja. Ja, was gelernt. Ja, was gelernt. Genau, auf dem Smartphone ist das dann egal. Ja, du kannst einfach... Kann man Fotos von uns machen? Ihr könnt Fotos machen. Ja, das geht schon. auf dem Account läuft, ja. Ja, stimmt. Also... Das ist bestimmt auch eine Erfolgsformel. Ja. Ja, gut. Mein Profil will es immer nur so eine weiße Wand. Ja. Wollen wir kurz eine Pause machen, bevor wir da reingehen? B. B. Spieltechnisch. Outtime. Ich brauche keine. Ich brauche eine, deswegen frage ich mich. Wenn du nur auf Toilette musst, dann machen wir eben. Ja. Dann würde ich mich dem anschließen. Cut! Cut! Ihr habt, wie gesagt, diese kleine Gegensprechanlage. Und ihr steht vor einer Glastür. Ihr seht ein Licht von innen rauskommen. Ich wollte noch was machen, bevor wir aussteigen. Ja. Ich würde mich komplett ausziehen. Okay. Und dann meinen Ledermantel anziehen. Okay. Und dann können wir zuerst rausziehen. Sind wir drin in dem Wohnmobil, während du das machst? Nö, sei nicht rausgegangen. Bis jetzt. Ja, okay. Gut. Euch wundert nichts mehr. Glaube ich. Keine Ahnung. Wundert euch das? Ich bin Nico zustimmend. Ich schüttle den Kopf. Ich glotz einfach. Ich gucke so über die Schulter und gucke hier so ein bisschen mit dir. Gut. Sonst noch was, was ihr vorher machen möchtet? Ja, sonst noch was, was du vorher machen möchtest? Äh. Nee, lasst uns los. Gut. Gut. Ihr verlasst den RV, Wohnmobil. Parkt ihr das direkt davor? Klar. Okay. Ihr parkt es direkt auf dem Parkplatz des Leitenschauhauses? Boah, das ist ein RV. Können wir vielleicht, also ist da eine Straße, die da so reingeht? Weil das ist ja hier relativ wenig, äh, wenig bebaut, wo wir sind, oder? Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt den Vorschlag machen, dass wir in einer Seitenstraße parken. Okay, okay, okay. Gut, ihr parkt in einer Seitenstraße. Ich habe das ja auch vorhin schon gemacht. Geht, geht die paar Meter natürlich, geht die paar Meter Richtung Leitenschauhaus und, äh, wieder steht, oder ihr steht jetzt endlich vor dieser Gegensprechanlage mit, äh, einem Knopf für, äh, naja, mit einem Knopf halt. Äh, ich setze einen Mundschutz auf. Mhm. Und, und die Sonnenbrille, ja, natürlich. Okay. Macht vollkommen gut. Schimmel gerade vor, du musst, weißt du was? Ja. Lass die Haare noch ein bisschen mehr ins Gesicht fallen. Okay. Ich gucke ein bisschen irritiert. Ja gut, ihr könnt euch vorstellen, denke ich, warum sie das macht. Ähm, ihr drückt den Knopf? Ich, ich würde den Knopf mal drücken. Gut. Genau, es macht äh. Und, äh, du hörst nach ein paar Sekunden eine Stimme, eine männliche, sagen, äh, ja, ja, hallo. Hi. Ähm, ich hab hier die Großmutter von, ähm, von Simon Drummer. Die hat's leider nicht vorher geschafft zu kommen und die wollte gern mal ihren Enkel sehen. Ähm, tut mir leid, dass wir jetzt so mitten in der Nacht auftauchen, aber es ging leider nicht früher und sie hat eine sehr innige Verbindung zu ihm gehabt und würde ihn gern sehen, bevor er, ähm, ähm, dass wir jetzt nicht mehr Ähm, okay, ich hab hier auf meiner Liste keine Besucher für heute Nacht. Außer, Moment, nee, das sind, Sie sagen, Sie sind Großmutter? Nein, also ich gehöre nicht zu denen, ich bin Berater. Ich glaube, ich wurde angemeldet. Wer denn jetzt? Großmutter, Berater, was soll das? Ja, wir sind gleichzeitig angekommen. Ich bin Berater. Mein Kollege Robert Weber hat mich, glaube ich, angemeldet. Gib mir mal Manipulation and Subterfuge. Schwierigkeit vier. Hier hast du ein Versauss. Das ist so geil. Beide Facepalmen. Das sind, machen wir auch im InTime. Ja, ja, natürlich. Gut, dass ich vorher noch drauf bestanden habe, dass ihr uns anmeldet habt. Super. Ich habe ein extrem gutes Gedicht. Manipulation und? Subterfuge. Subterfuge. Das List. Subterfuge. Darf ich noch auf das reagieren, was er sagt? Äh, du kannst reagieren, ja. Dann würde ich ihm noch sagen, dann muss Ihre Liste falsch sein. Sie haben, wahrscheinlich haben die einen Fehler gemacht, als sie ihnen das weitergegeben haben oder vielleicht ist ihnen vorhin was runtergefallen, kann ja auch sein. Ich würde gerne, kann ich meinen? Oh, dafür benutzen. Ja? Habe ich Erfolg? Die Schwierigkeit war vier, du hast zwei Erfolge. Du hast vier, ich wusste es nicht mehr. Nee, ähm, was möchtest du genommen? Okay. Also bei dir sagt er nur, äh, das erscheint mir alles doch recht merkwürdig. Ich sage forget. Das ist jetzt die Frage, geht das durch die Gegensprechanlage? Geht das durch die Gegensprechanlage? Ist jetzt die Frage. Steht da irgendwas? Ähm, uttering the phrase, the user can make the dominated victim forget the current moment as well as the last two minutes. The new memories are found. Das muss ich nachgucken, das weiß ich nicht. No role is required against an unprepared mortal victim. Also es, ja klar, das würde easy gehen, wenn du direkt vor dem stehen würdest. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, wenn du halt nicht vor dem stehst. Wie läuft denn diese Magie? Durch den Klang der Stimme oder durch die Pheromone? Das ist die Frage. Cloud Memory. Vampire Beyond. Habt ihr schon das geile Cover-Video gesehen auf unserem Kanal? Wir haben ein Cover-Video gemacht und vielleicht kommt bald schon ein neues? Könnte ja sein. Aber... Vielleicht. 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 Das ist übrigens Rennen. Vielleicht hat dir jemand schon was übersetzt. Das ist nicht Rennen. Ich würde sagen, das steht da nicht, deswegen sage ich das. Also, ich stelle mir vor, das geht nur, wenn du vor dem stehst. Okay, Scheiße. Und eher so, was habe ich vergessen? Was? Ähm... Also... Nein, vergessen Sie es. Also, komm, komm, können wir reden? Wir reden gerade. Ähm, was machst du nochmal? Ähm... Ich habe Ihnen gesagt, quasi, da muss ein... Ja, du wolltest ja was benutzen. Genau, da muss ein Fehler vorliegen bei Ihnen und wir haben uns ganz sicher angekündigt, vielleicht ist da was von Ihrer anderen, von Ihrem Vorgesetzten nicht weitergeleitet worden. Ähm, was möchtest du denn genau machen? Ähm, ich würde gern Ohr dafür benutzen, sobald es irgendwie, sobald ich irgendwie... Fuck. Manipulation und Presence Ja, sobald ich irgendwie persuade, Leute sind eher geneigt, mir zu glauben. Aber es umsonst, ne? Und, ja, und, äh, nehmen auch Haltungen an, denen sie vorher widersprochen haben. Okay, dann würfel, gib mir mal den Wurf. Ich möchte, während die sich da total zum Affen machen, einen anderen Eingang suchen. Ja, äh, wo geht's rum? Obes Haus. Warum geht das jetzt? Was darf ich denn würfeln? Das, was da steht, bei der Fähigkeit stand ja zwei Werte. Ja, das steht nur, äh, any skill that involves... Manipulation plus Presence versus Comp... Composure plus Intelligence. Composure plus Intelligence? Nee. Für dich ja. Für dich. Für mich ist es Manipulation und Presence. Presence ist ja nur einer. Manipulation sind zwei. Ich bin drei. Genau, du findest, äh, hinten tatsächlich einen Zaun auch, der, äh, den Hintereingang quasi abgrenzt mit oben Stacheldrahtraum. Ich kann auch ohne sprechen drüber. Ein Erfolg. Sie hat auch einen Erfolg gehabt, oder er hat auch einen Erfolg gehabt. Ähm, aber ich würde sagen, bei Gleichstand gewinnst du. Ähm, ja, äh, gut, das kann sein. Ich meine, vielleicht, wenn, wenn sie Detective Weber nochmal sagen, dass er nochmal durchruft und das abklärt, weil ich möchte nur sicher gehen, dass ich auch die richtigen Leute hier reinlasse. Ja, das mache ich. Ja, und du springst? Ich spring über den Zaun, ja. Dann rufe ich Detective Weber an. Ja, äh, Moment, erst mal. Du springst über den Zaun. Ich kann drei Meter hoch springen, ja. Ähm, du landest mit einem Ruhr, mit einem so eine Three-Point-Landing machst du auf der anderen Seite, genau. Und, äh, stehst jetzt vor der verschlossenen Tür des Hintergrunds. Kann man sie öffnen? Ich versuch's. Du versuch's, es ist verschlossen. Verdammt. Ähm, irgendwelche Fenster? Ähm. Keine Fenster? Ne, also oben weiter, aber vier Meter hoch. Ich kann jetzt drei Minuten. Wenn du möchtest, da hoch zu springen. Äh, nur wenn dein Fenster offen ist. Ne, die sind nicht offen. Also nachts haben die da keine Fenster offen. Gut. Ähm, was ist das? Stahltür? Oder was? Äh, ja. Okay. Ähm, ich versuch mal, ob ich mit reiner Kraft diese Tür aufgebrochen krieg. Okay. Strength und, was haben wir eben gesagt? Strength und Brawl oder Strength und Athletics? Ich nehm auch Brawl. Athletics. Okay. Ähm. Eins, wo findet der vielleicht noch? Zwei leider nur. Du wieder, aber kriegst den hier auch. Bei dir. Ja, du rufst Weber? Ja. Ja, Detective Weber. Hi, hier ist Eileen. Oh. Oh. Äh. Hallo. Ihr Freund wird uns nicht in die Gerichtsmedizin lassen, obwohl ich ihm extra gesagt habe, dass die Großmutter von, äh, Herrn Drummer ihn gerne heute Nacht noch sehen würde. Ich weiß, das stimmt nicht ganz überein mit dem, was wir gesagt hatten, aber... Wieso haben Sie denn, ich meine, wir haben doch abgemacht... Ja, aber ich hab mich umentschieden. Natürlich. Natürlich. Ähm, ja, ja, ich rufe nochmal... Ich rufe Sie nochmal durch. Ich nehme ihr das Handy weg und sage, sagen Sie dem Scheißidioten, dass er uns reinlassen soll. Natürlich, natürlich sofort. Und er legt auf, sofort. und, äh, du hörst dann innen drin, durch die Gegensprechanlage drückt, noch irgendwer den Knopf? Oder nicht? Ich glaube gerade... Nee, dann nicht. Nicht, nicht. Dann hört ihr nichts. Aber ihr, ähm, hört dann auf einmal so ein von dem Türmechanismus und die Tür geht auf. Und ihr werdet rein gelassen. Ja, ist okay. Ja, was machst du? Ähm, ich nehme, Kommst du mit? Ich versuche Joanna so ein bisschen den Arm anzubieten. Gib mir mal... Ich schau dich an und sage, Ganz ruhig, Oma Drummer. Zwei. Das hörst du tatsächlich, dass vorne die Tür aufgeht. Dann spreche ich zurück und versuche dann noch... Dann die Tür ist schon wieder zu. Dann spreche ich wieder zu einer Tür. Auch wenn ich... Wenn du wartest, ne ich? Ja, ich wollte nämlich noch, wo ist Charles eigentlich, fragen. Ja, das mag ich vielleicht sehen. Irgendjemand muss ja auch an Charles denken. Also warte schon. Auf Charles. Also zumindest in dem Moment, wo Aline den Arm... Ich geh rein. Gut, ihr geht rein. Du wartest kurz. Ich biete dir meinen Arm an. Und du siehst dann, du springst dahin. Ich springe wieder über den Arm. Ja, du siehst so... Charles, genau, aus der Ecke gesprungen kommt. Fang du nicht bitte auch noch an wie die zwei. Irgendjemand muss sich zusammenreißen. So, warte mal, du bist hingesprungen, ne? Wir sind so unfähig. Ich winke dann, dass ihr mal reingehen sollt. Ähm, ja, alles klar. Daraufhin folge ich euch dann. Ja, ihr geht rein. Also du lässt dich mit rein? Ja, ich schau den Arm an. Du bist quasi zuerst angekommen, Paul, mit Aline. Ähm, ja, ihr seht einen kleinen Eingangsbereich mit einem Schreibtisch, an dem ein Mid-20er lange schwarze Haare, Band-Shirt mit Kopfhörern sitzt am Smartphone am Tickern und guckt hoch. Ah, ja, äh, hallo, äh, ich hab grad die Bestätigung nochmal bekommen von Detective Weber. Tut mir leid, ich mein, man muss ja, es ist nachts und sie wissen, also ich kenn sie nicht. Natürlich. Ja, natürlich, äh... Kein Problem. Also, ich hab, ähm, er ist so ein bisschen vor uns hier. Hast du noch Awe an? Das ist immer an. Das ist mehr? Ja, das ist... Immer? Steht das echt immer, dass die Duration für immer ist? Ah, nee. Okay, one scene until intentionally ended. Okay, ja, dann, die Szene ist noch, weil das ist das Leichenschauhaus. Ähm, er guckt dann, er ignoriert dich komplett und guckt dich an. Ach, ja, sie wollen sicherlich die Leichen sehen, oder? Ja. Ja, natürlich, kommen sie mit. Und er führt dich alleine über sie zu dem Hinterzeichen. Also, er geht durch so einen... Ich mach's so. Ich guck dich echt böse an. Ich guck gar nicht hin. Äh, was macht ihr? Ich klopf an die Tür. Nee, du bist... Ihr seid doch drin. Nee, ich bin draußen geblieben. Draußen geblieben, absichtlich. Ich dachte, er hat... Ich hab dann so gemacht, dass sie reingehen soll. Du klopfst an die Tür. Du tätigst nicht den... Die Hintertür. Hintertür? Du bist wieder bei der Hintertür? Das hab ich ja gar nicht mitbekommen. Ich hab gesagt, ich spring wieder zurück. Wupp, 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 wupp. Wieder drüber. Okay, du bist noch... Okay, du bist noch mal gesprungen. Komm, was wurde zu der? Was machen wir hier eigentlich? Also, er spielt Super Mario. Ja, okay. Okay, ähm... Ja, warte mal. Ich mach mir mal eine Notiz. Ich will wahrscheinlich, ob der Vettekler dann in die Security-Kameras kurz von der Torhüte weggeschaut und sieht, dass da jemand so... Kurz von Hearthstone wegschaut. Ja. Er ist gerade ein bisschen abgelenkt. Der ist safe by Vampire and Beyond. Genau. Ihr spielt Vampire the Masquerade. Alleine. Ja, das Spiel. Das ist ein Videospiel. Ah, das wusste ich. Keine Sorge, du bist 98. Du musst sowas nicht wissen. Okay. Date it. Gut. Du klopfst hinten an die Tür. Jo. Öffnet gerne. Okay. Tatsächlich nicht. Warte ich noch zwei Minuten und horche mal ein bisschen dran. Keep me with the waves. Und ihr geht eine Treppe runter in den Kellerraum. Es wird merklich kühler. Die Klimaanlage auf. Also, Moment. Ihr merkt das gar nicht. Ihr seht, wie der Mensch, der euch begleitet, hat eine Jacke anzieht, als er runter geht. So, so bringen wir das. Und ja, ihr habt die Vermutung, dass es merklich kühler ist. Ja. Ich habe zwei Erfolge plus ein Hunger-Crit. Also, insgesamt dann sechs, nee. Nee. Drei und ein Massive-Critical da drin. Also, zwei normale, regular successes. Und auf Hunger ein Crit. Aber der Crit, die zwei Zehen quasi, die sind dann ja vier. Ich habe nur eine Zehne. Eine Zehne? Ich habe eine Zehne auf dem Hunger-Dye. Dann ist die aber, glaube ich, egal, oder? Und dann ist es ein normaler Erfolg. Kommt darauf an, ob es ein Success ist oder nicht. Bei wie viel? Nee, nee, nee. Success, Massive-Critical is part of a critical win. Was es nicht ist, was es erst mit zwei Zehen ist. Okay, dann ist es also einfach nur ein Success mit der Zehen. Genau. Ja, dann ist ja nicht so schlimm. Da habe ich drei insgesamt. Zum Horchen. Zum Horchen, ja. Du horchst. Hörst nichts. Okay. Dann versuche ich mal, trotzdem zu springen und zu klettern, um oben zu gucken. Dann, das ist ja deine Fähigkeit, da steht doch bestimmt auch ein Wert dabei, oder? Ich kann drei Meter hoch. Ja, ja, aber das ist mehr, höher als drei Meter. Ja, ja, klar. Das Einzige, was hier steht, ich kann so viele Meter drei times Potence Level, vertically. Mehr steht danach. Dann gib mir mal ein Dexterity und Athletics. Check. Drei. Ja, du kommst tatsächlich höher als normal und hältst dich mit einer Hand noch so am Rand des Fensters fest. Was machst du? Reingucken. Ja, du guckst rein. Siehst ein Büro. Aber keine Leute. Nee, ist auch relativ dunkel, dass es nur vom Mondlicht halt so ein bisschen erhellt, was rein scheint. Okay. Aber da sitzt niemand mehr momentan. Okay. Dann kletter ich aufs Dach und halte Ausschau. Okay, du hältst Ausschau. Dann machen wir erstmal weiter. Ihr geht unten in den Keller hinein. Und, ja, ihr kommt, Moment, ich hab da was vorbereitet. Ihr kommt an, an einem typischen Schauplatz, wie ihr ihn schon ab und zu gesehen habt, da ihr ja aus verschiedensten Gründen ab und zu im Leichenschauhaus unterwegs wart. Hobby. Hobby, genau, teilweise. Jetzt muss ich's nur finden. Ich hoffe, ich hab's jetzt doch dabei. Auf jeden Fall sagt er, ja, hier, er zieht eine von den Türen auf, quasi, diese Schächte, die es da gibt in dieser Wand, quasi. Ihr müsst euch vorstellen, so vier mal vier mit Schächten zum Ausziehen und dann diese Liegen, diese Metallliegen, die da drin sind. Und zum Vorschein kommt ein schwarzer Sack, quasi, den macht er auf. Und ihr seht einen untersetzten, nackten Mann mit schwarzen Haaren. Wie gesagt, euch wurde Karl Thrush beschrieben als Middreißiger. Augen geschlossen. Macht der beide auf oder macht der nur den einen auf? Der macht erstmal nur den einen auf. Weil ich theoretisch gesagt hatte, dass sie die Oma von den anderen ist. Ja, aber er weiß ja jetzt, dass ihr von dem Webber kommt und die wollten... Achso, okay, ja gut, alles klar. Er hat euch das gesagt. Ja, genau. Ich schlage mir die Hände vor den Mund und sage, mein Gott, wissen Sie denn, was genau passiert ist? Moment, da kannst du mir mal einen Wurf geben. Du kannst mir Intelligence and Medicine und alle, die helfen möchten. Wer hat den höchsten Pool von Würfen? Ihr seid... Wirst du nicht mitgekommen? Ich bin vor der Tür des Raums stehen geblieben. Zum Leibenschauhaus. Und unten, also ihr seid in den Keller runtergegangen, in die Treppe runter. Da vor der Treppe oder unten? Genau, also bevor man in den Raum reingehen würde... Also nach der Treppe quasi in den Gang noch. Okay, da bist du noch stehen geblieben. Dann ihr beide. Womit helfe ich? Wer hat denn den höchsten Intelligence and Medicine Pool? Also insgesamt von den Würfen. Ihr zählt die mal zusammen und sagt mir eure Ergebnisse. Drei. Zwei. Dann kannst du den Check machen und du kannst helfen mit Plus Eins quasi für sie. Ich hätte vier. Ich muss mir trotzdem einen austauschen mit dem Hungerwürfel. Ja, durch Hunger, natürlich. Wie immer. Aber das heißt, du würfst mit vier Würfeln dann? Nee. Richtig? Wenn sie Plus Eins kriegt. Ja, du kriegst einen extra durch ihn jetzt. Ihr könnt euch das vorstellen. Drei Erfolger. Wie? Drei? Ja, drei. Entschuldigung. Drei oder zwei? Drei. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, drei. Äh, ja. Es scheint, als wenn der... Angreifer, der das Opfer verletzt hat, eine seltsame Mischung aus Kompetenz und Wut an den Tag gelegt hat. Ihr seht keine Bissspuren, also von Vampir-Fangzähnen irgendwo auf der Leiche. Okay. Äh, aber da Kainiten die Möglichkeit haben, diese Wunden durch Lecken zu schließen, nachdem sie quasi das Blut gesaugt haben, mit dem Speichel der Vampire quasi, ähm, geht ihr davon nicht, also geht ihr nicht davon aus, dass das unbedingt einen anderen Kainiten als Täter ausschließt. Ja. Das seht ihr. Achso. Warte, warte. Achso, ihr seht noch, genau, sorry. Ihr seht weiterhin noch, äh, dass beide Körper, ihr habt jetzt inzwischen wahrscheinlich dann beide rausgezogen, du hast ja gesagt, du wolltest beide sehen. Ähm, beide Körper haben Schnittwunden, sehr, sehr viele Schnittwunden, ähm, mit einer Art von Waffe gemacht und, ähm, es wurde sich auch darum gekümmert, dass die Arterien äh, durchschnitten wurden und es ist um einiges weniger Blut in den Körpern, als da sein sollte. Trotz der Schnitte? Ja, ja, genau. Okay. Und es gibt in beiden Fällen signifikantes Schädeltrauma von stumpfen Objekten. Kann man die Schnitte so von der Größe einschätzen? Ist das eher ein Küchenmesser oder eher ein Schwert oder so? Äh, du gehst davon aus, dass ein Messer benutzt wurde, aber eine Art Schnittwaffe halt, genau kannst du es nicht sagen. Aber, okay. Äh, was macht ihr derweil? Ich halte Ausschau. Haltes Ausschau? Hältst Ausschau? Äh, dann gib mir doch mal ein Witz Awareness. Ich seh meine Wüffel nicht mehr. Ich weiß nicht, welcher der da ist. Äh, zwei. Du siehst von deinem, äh, Vogelnest quasi Standpunkt aus, dass, äh, ab und zu vereinzelt ein paar Taxis vorbeifahren. Äh, du siehst auch einen Spaziergänger, der in die Nähe des Leichtmischhauses zu kommen scheint, aber dann doch abbiegt. Ähm, ansonsten, bis jetzt fällt dir nichts weiter auf. Äh, Joel, was machst du? Ähm, ich stehe immer noch so kurz vor dem Eingang zum Raum, ähm, und würde dann so, braucht ihr mich, braucht ihr noch lange? Irgendwann reinfragen. Ich, ähm, sobald ihr die zweite Leiche rausgezogen hat, steh ich da drüber und bin kurz in mir verloren. Und steh einfach nur stumm da. Hallo. Nee, wir kommen gleich. Ich würd, wenn ich das seh, die Leichen reinschieben wieder. Okay. Könnt ihr uns noch irgendetwas dazu sagen, was mit den Leichen gefunden wurde, zum Beispiel? Irgendwie Sachen, die die dabei hatten, irgendwas in den Hosentaschen, ähnliche Dinge. Ich stelle mich so vor, Aileen. Vor Aileen, okay. Ich bin noch abwesend. Naja, er guckt tatsächlich nur sie an und kann sich ganz schwer abwenden, nur äh, ähm, mhm, nee, nee, und guck dich dann wieder an. Also, äh, wollen Sie, möchten Sie das auch wissen? Ja. Naja, äh, es kam mir schon ein bisschen merkwürdig vor, dass die Polizei bis jetzt nicht hier war. Ich mein, ich hätte es viel früher erwartet, es ist schon... Jetzt sind wir da. Ja. Ja. Und er lächelt sich an, so ganz blöd, von der Seite, du kommst so zu, sagt, ja, jetzt sind sie da. Ähm. Wenn ich dieses Forget-Ding machen würde, würde er dann den Zauber von ihr vergessen? Ja, er würde nur vergessen, was passiert ist. Okay, aber nicht den Befrag. Sobald er wieder da ist, ist er weg, das wieder. Schade. Man kann es nur gerne machen, oder? Bist du so genervt, oder? Ja, bin ich. Also ihr, ja genau, ist ja egal, aber das hat was... Ähm, ja, du fragst ihn das. Und er sagt halt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber der Karl Thrush, der hatte halt, ich mein, keine Ahnung, was der für einen Beruf hatte oder so, aber der hatte halt eine goldene Rolex dabei, die irgendwie noch in die Asservatenkammer und überhaupt, die wurde halt abgenommen, dass, als die hier die Leichen abgeliefert haben, haben die den natürlich alle Besitzgegenstände abgenommen, aber der Hashimir, weiß ich nicht, hat das jeder, das ist doch ziemlich teuer, dachte ich immer, sowas. Ich glaube schon. Ja. Hast du eine Rolex? Nee, nee, könnte ich mir nicht leisten, ich mache mit meinem Gehalt hier, was die hier zahlen, also ich bin ja nur Aushilfe, Nachtschicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass du das ganz hervorragend machst. Wo ist denn die Asservatenkammer? Und ich stelle mich da. Und ich stelle mich da. Und ich stelle mich da vor. Ah, ähm, bei der Polizei. Ach so, ja. Und der guckt wieder so, ja, die ist hier nicht. Das hieße ja, wir müssen jetzt dahin und hier weg. Ich meine, ihr kommt doch von der Polizei, oder? Ihr müsst nicht weg, also ihr könnt doch bestimmt wen anrufen. Und der guckt verzweifelt so ein bisschen in deine Richtung. Ich weiß nicht. Kannst du wen anrufen? Ich habe hier bestimmt kein Netz im Keller. Ja, dann geh doch mal die Treppe auf. Aber du kannst es ja mal versuchen, du kannst doch so gut mit Handys umgehen. Schaut ihr auf sein Handy, ihr habt kein Netz. Ich habe kein Netz. Aber vielleicht kannst du ja mal raufgehen und ich unterhalte mich so lange noch ein bisschen. Ja, das klingt gut. Und jetzt starte ich einfach nur so an. Du, du kommst weg. Okay, ich sag so, frag ihn, was der andere dabei hatte. Ob da was Besonderes war. Wen, was machst du? Ich sag ihn, frag ihn, was der andere dabei hatte. Und dann haue ich beleidigt ab und stoße wahrscheinlich auf. Ich warte, bis Paul weg ist. Was hatte denn Simon Drummer sich dabei geführt, als er gefunden wurde? Nur seine Klamotten. Also der hatte irgendwie seine College-Jacke halt an. Die war ein bisschen zerrissen, aber sonst blutig natürlich. Irgendwas zum Identifizieren? Bargeld vielleicht? Ein Portemonnaie? Ja, sicherlich. Ein Portemonnaie hat er dabei gehabt, aber das wurde alles weggenommen. Also das hat die Polizei alles... Alles bei der Polizei. Und was glaubst du, was mit den beiden passiert ist? Keine Ahnung. Ich hab nur gehört, die sind ermordet worden oder so. Ich verdrehe so ein bisschen die Augen. Ja, du siehst ja deutlich, dass er nicht die Fachkraft ist, die er normalerweise arbeitet. Er wird ganz schnell ganz langweilig plötzlich. Aber vielleicht kann ich ja noch anders helfen irgendwie. Und er guckt sich ganz von Zweifeln um an. Ja, vielleicht kannst du ja noch anders helfen irgendwie. Wie, kannst du denn vielleicht noch anders helfen irgendwie? Irgendwas, was möchtest du denn? Also, ihr habt doch bestimmt noch ein paar genauere Berichte von den richtigen Ärzten, die sich die angeguckt haben. Äh, ja, ja, natürlich. Und dann geht er halt in den Nebenraum und kommt wieder mit so einem Akten, mit zwei Ordnern und gibt dir die in die Hand. Okay. Und wenn du die anguckst... Dann guck ich mir die an. Ja, dann kannst du finden, nämlich, alles, was du bis jetzt halt schon selber rausgefunden hast. Und, ähm, da scheint ein wenig List oder Tücke noch vorhanden zu sein, quasi in der ganzen Methodik von dem Mord, denn, ähm, warte, achso, denn der Mörder scheint aus Rage gehandelt zu haben und normalerweise sind diese Leidenschaftsmorde quasi, naja, eher Tatsache bei Leuten, die... Ich muss das gerade simultan übersetzen, sorry. Alles gut. Die, äh... Du musst auch simultan schreiben. Die sich einander... Die sich kennen, gegenseitig kennen. Und, naja, waren wahrscheinlich keine zufälligen Opfer. Hm, das wäre interessant. Und du findest noch heraus, dass die Opfer aller Wahrscheinlichkeit nach, ähm, mit einem Schlag gegen den Kopf quasi außer Gefecht gesetzt wurden zuerst und später die Schnittwunden zugeführt wurden. Postmortem, oder...? Da scheint kein Postmortem Schaden zu sein, keine Verletzung. Das ist ein bisschen komisch, da sich das ein bisschen... Ja, das passt nicht zu der anderen Theorie mit der Wut. Hm. Also, ohnmächtig geschlagen und dann aufgeschnitten. Und dadurch gestorben. So scheint es. Ja, und das ist alles, was, äh, bis jetzt rausgefunden wurde von den Ärzten. Okay. Ja, ist, ist... Hat das geholfen? Das hat sehr geholfen. Ah, das, das freut mich. Der grinst sich so. Verliebt an. Und was macht, was macht ihr währenddessen? Ist irgendwo, äh, an der Hauswand außen so ein Anschluss für einen Gartenschlauch oder so, wo Wasser rauskommt? What the fuck? Gib mir mal Wits Investigation. Okay. Wie mit Charles MacGyver. Das sind nur, das sind nur drei. Ähm, zwei. Ja, du findest einen Wasseranschluss. Okay, ja, ich fasse mir die Hände, die immer noch scheiße, dreckig sind. Du, ich stehe die Hände, okay. Und, ähm, dann, ähm, möchte ich mal ein bisschen, hab ich Internet hier draußen wenigstens? Du hast Empfang, ja. Sehr gut. Ähm, ich geh mal auf Facebook und guck mal nach diesen beiden Typen. Nach Kyle Thrush und nach Simon Drummer. Und, ähm, vor allem will ich gucken, ähm, was die so für Freunde haben. Und gucken, ob mir da irgendwer Besonderes auffällt. Vielleicht auch, ob da irgendwelche Stoner-Friends bei sind. Von wem jetzt? Von, egal, von dem einen und dem anderen. Ich guck beide an und schau mir deren Freunde an. Dann gib mir mal Wits und Investigation. Ja. Äh, auch nur drei leider. Äh, zwei Erfolge. Nice. Dann findest du Simon Drummer's Profil. Mhm. Das ist tatsächlich auch nicht privat oder so. Du siehst öffentlich, wie er so sein Handy hält. Und dann mit seinen Kumpels da, seinen Teamkollegen quasi, äh, so viele Selfies gepostet hat. Du siehst ihn auf Partys, wie er sich betrinkt. Äh, so ein Dabbing-Foto vor dem siehst du. Und so der typische College-Jog halt, du siehst so ein paar, wo er, äh, ein paar Fotos, wo er mit einer Trophäe posiert mit seinem Team. Du siehst eins, wo er eine Frau dabei hat, irgendwie so ein jüngeres Mädel, das er so am Armstag und so macht. Ähm, ja, und Freunde. Ja, wahrscheinlich keine Stoner-Friends, ne? Nicht so wirklich. Der hat halt eher, ja, der hat hübsche Mädels und andere Sportler als Freunde. Genau. Und Kyle Thrush? Finde ich nicht. Äh, nee, aber... Nee, mit zwei nicht. Okay, ähm, dann möchte ich mal schauen, weiß ich als Spieler jetzt eher wenig, aber vielleicht weiß Charles das, ähm, wie er übers Internet hier in Kontakt mit irgendwelchen Pod-Dealern oder sonst was kommt. Ähm... Ohio University, gibt's sicherlich Leute, die irgendwie dealen. Gibt, naja, wir sind ja in einer kleinen Stadt. Aber Ohio U-Cop. Okay, es gibt hier auch ein College, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ich da für Streetwise brauche, weil das habe ich nicht. Ja, brauchst du dafür. Äh, du brauchst dafür, äh, ich würde sagen Wits und Streetwise. Nice. Ähm, eins, zwei, drei. Du guckst im Internet, ne? Du googelst und findest tatsächlich, äh... Sicherlich in irgendwelchen, äh, Foren oder sonst was. Tja, ja, aber nicht wirklich viel, also versteckt. Du denkst mit deinem Wissen, was du so über, über, äh, Gesetz und so weiter hast, dass der nicht lange sein Geschäft führen wird, ohne entdeckt zu werden. Klar, aber... Du findest eine Nummer tatsächlich, äh... Ich will jetzt nicht direkt jemanden ausfindig machen, aber vielleicht, dass ich irgendwie einen finde, den ich fragen kann, der mich weiterleitet. Irgendwie sowas. Ja, und das ist so eine, so eine relativ alte, wie mit Dreamweaver gemachte Homepage, als wenn er einer so Symbole verschoben hat. Ja, genau, so eine alte MySpace-Homepage, wo draufsteht, äh, Lieutenant Green ist so sein Name. Und es gibt halt, äh, es gibt halt, äh, diese alten Gifs, so wirklich so ein Hanfblatt und sowas glitzernd und so ein Kram. Und so eins, was sich so überdreht. Super offensichtlich. Und da ist auch so eine normale Handynummer, die man anrufen kann. Okay, hat der, ich gucke erst mal, ob der Kontakt noch aktiv ist. Ich rufe den einfach mal an. Ja, es läutet eine ganze Weile. Wir haben es inzwischen halb eins. Und die Hörer geht ran. Yo, Lieutenant Green ist am Start. Was geht's, Bruder, Schwester? Jo, Mann, Lieutenant Green. Oder was auch immer du präferierst, tut mir leid. Was geht ab? Jo, Mann. Hier ist Charlie Cruz. Hey, Charlie, was geht? Jo, Mann, ich hab gesehen. Lieutenant Green am Stissel. Ich hab, äh, ich hab deine geile Internetseite gesehen. Oh, danke, Mann, hab ich mir voll Mühe gegeben, Mann. Ich, du, ich bin ganz neuer Stadt und ich brauch dringend was. Ja, klar, Mann, dann bin ich der Mann. Was willst du denn? Ich hab alles hier, hellgrün, dunkelgrün, alles, was du brauchst. Ja, das, ich brauch schon das helle Zeug. Das helle, ja, geil. Äh, wie viel? Äh, erst mal, erst mal nur für den ersten Kick. Okay, 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 also, ja, ich mach dir ein kleines Paket fertig. Ja, Mann, wo muss ich hinkommen? Ich komm zu dir, Mann. Geil, wo treffen wir uns? Wo bist du, Mann? Ähm, können wir uns, äh, können wir uns in einer Stunde beim Friedhof treffen? Oh, Friedhof, ja, gloomy, Mann. Abgefahren, ich steh drauf, okay. Du bist mein Mann, Lieutenant. Ja, bring Scheide nehmen. Kein Problem, wenn du das machst, dann beförder ich dich, Alter. Wuh, er legt auf. Meine, meine Smoky-Eyes sind jetzt leider leicht alles Cooper. Die sind die ganz guten Witze immer mit Pflanzen bei uns. Gut, was macht Joanna während die da drinnen stehen und die von uns zu lesen? Ich seh wie Paul. Ich seh wie Paul rausgeht und fragt, hey, Paul, 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 was ist, was, was, was ist los? Warum, 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 was macht Eileen? Eileen macht das schon. Hm. Äh. Okay, du? Heißt? Achso, sorry. Sie macht das schon. Ich geh einfach hoch. Du merkst, dass ich lege nicht. Genau. Ist, Eileen, genau. Irgendwie ein Tisch oder sowas in dem Raum? Ja, ja, wo die Leiche draufliegt. Dann würde ich mir die mal da hinlegen und würde mal... Auf die Leiche? Nein, nicht auf die Leiche. Ich dachte, die Leiche wäre schon zugeschoben. Ja, ich hab die zugeschoben. Achso, du hast die zugeschoben, sorry. Ja. Also auf irgendeine Ablage. Ja, ich finde es eine Ablage. Und da würde ich die Akten mal drauflegen und dann würde ich so mein Handy zücken und ihm so Fragen angucken. Äh, ja, ja, natürlich. Ihr seid doch von der Polizei. Und mir dann die Seiten so nacheinander abführen. Ja, ja, das lässt er zu. Und mich dabei so ein bisschen so rüberbeugen und so ein bisschen totvollsgehen, dass... Ja, er guckt so immer so in deinem Ausschnitt und versucht immer den Augenkontakt noch zu halten, aber es tut sich schwer. Und dann würde ich ihn fragen, ähm, die Handys der Opfer, die sind wahrscheinlich auch in der Asservatenkammer, kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die Handys dabei haben. Ist ja nicht so eine große Stadt hier. Hast du die gekannt, bevor sie gestorben sind? Ich meine, du bist ja jetzt auch nicht so alt. Ich komme aus dem Nebenort. Ich komme hierhin, weil der Nebenjob, bei uns gibt es, unser Ort ist noch kleiner. Bei uns gibt es keinen Leichenschauber. Brauchen wir nicht. Wir kommen alle hierher. Und du machst das gerne, den Job? Naja, bringt Geld, ne? Also mir dauert das gerade langsam alles zu lange und ich hier so, Eileen, was dauert das so lange langsam da so rein? Und genau, ich merke so auf halbem Weg, dass ich viel zu schnell gehe mit dem Gehstock in der Hand und dann nehme ich den so und rumpfe die letzten zwei Meter so zu ihr. Und blicke dabei die ganze Zeit bewusst in deren beiden Gesichter und nicht auf die Leichen auf den Tischen. Okay. Die sind eh nicht da. Ach, die sind schon weg, okay. Aber sollte irgendwas rumliegen, dann schaue ich da bewusst weg. Guckst du den jungen Mann ein? Ja. Ja, aber er ist ja auf sie fokussiert, also er merkt es nicht wirklich, dass theoretisch was mit dir nicht stimmt. Brauchst du noch was, Omi? Wird gern langsam weiter, also was dauert das noch? Wollen wir mal Richtung Polizeistation schauen? Ja, 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 Polizeistation. Und du erinnerst dich, dass Sam Stokes eindeutig gesagt hat, keine Aufmerksamkeit erregen, aus dem Polizeibusiness rausbleiben, so weit wie möglich, damit ihr halt keine weitere Aufmerksamkeit erregt. Da der Webber halt versucht hat, alles zu stonewallen, der hat die ganze Aktion halt zurückgehalten. Und so weit, also. Ich würde, wenn ich oben bin, den nämlich mal anrufen. Ja. Wollte ich nämlich auch gerade vorschlagen. Aber du bist ja oben und er ist noch unten. Ja, also ich würde es schwerer mal verschlagen. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch und rufen den Webber nochmal an. Ja, okay, von mir aus, Hauptsache es passiert irgendwas. Womit hast du es denn so eilig? Ich meine, man kann doch hier mal auch ein bisschen Zeit verbringen und ich streiche ihm ein bisschen über die Wangen. Und ich gehe schon mal Richtung Paul. Ja, ihr geht hoch, ruft den Webber an. Ich würde den anrufen, ja. Ja, Detective Webber. Hallo, hier ist Paul Clooney. Ach, ich sollte mir diese Nummer eins sprechen. Hallo. Hallo. Na? Wir müssen an die Asservatenkammer. Das geht, was? Die Asservatenkammer? Seid ihr wahnsinnig? Bleibt, das, nein, das geht nicht. Wir müssen da mal reingucken. Nein, ich kann für euch reingucken, aber hier könnt ihr nicht herkommen. Das ist eine gute Idee. Ja, du hast doch so ein... Und ja, ich rufe euch zurück. Dankeschön. Und ja, genau. Was machst du? Was macht ihr? Ihr geht hoch. Ich streiche ihm nochmal übers Gesicht und dann drehe ich mich so in der Bewegung um und gehe in die Treppe hoch. Mhm. Okay. Betont langsam. Ja, ich gehe in die Treppe hoch. Ja, um dich zu nerven und nicht um ihn anzutönen. Ja, dann als ihr wieder... Ja, genau. Sobald die wieder da sind, würde ich ihnen sagen, ja, ich habe mit Weber telefoniert. Der kümmert sich drum, dass wir an die Asservatenkammer kommen oder an die einasservatierten Dinge. Was machst du? Ich warte immer noch auf dem Dach, bis die rauskommen. Ja, kommt die raus? Dann sind sie nur noch oben, aber nicht raus. Tja, ähm, äh, ich weiß deinen Namen gar nicht. Oh, tut mir leid. Ich bin Robby, äh, Robert. Robby nennt mich meine Freundin, du darfst mich Robby nennen. Hey, Robert. Was ist denn dein Name? Christy. Christy, ah, das ist ein schöner Name, das ist mein Lieblingsname. Wow. Schon immer. Kommst du, Aileen, wir wollen rausgehen. Ich muss jetzt gehen, Robby. Warum? Kommst du wieder? Ja. Oh, gut. Morgen, bald, jetzt, gleich noch? Spannend. Meine Fresse. Du kannst ja mal, du kannst ja mal Ausschau nach mir halten. Oh, ja, das werde ich. Hier ist mein Instagram-Account. Okay, er folgt dir direkt. Er folgt dir direkt. Und du kriegst, also er fängt an, die Fotos zu liken, die du bist jetzt auch mitgeladen. Ja, genau. Und du kriegst auch so direkt eine DM, schreibt er dir so. Ich vermisse dich jetzt schon, so hört der Motto. Ja, während er vorliegt. Hier finde ich auch an mich erinnert. Ich bin's, ich bin's Robby, schreibt er so. Okay, ich schicke ihm ein Herz-Emoji zurück. Oh, danke schön. Und dann gehen wir. Okay. Wie viele Follower hattest du? Wie viele Follower hast du? Kannst du dir aussuchen? Kann ich mir aussuchen? Oh. Oder gib mir mal. Das ist doch lustiger. Ja, das ist lustiger. Was könnte man dann dafür gut machen? Gib mir doch mal einen Charisma. Und... Performance? Vielleicht? Vielleicht, weil das so gut ist. Nein. Nein. Ja, von mir aus macht Performance. Darf ich Presence mit dazu nehmen? Ja. Zählt da der Hunger dazu? Oder habe ich das gemacht, als ich keinen Hunger hatte? Ne, das ist okay. Das zählt nicht dazu. Das ist ja nur, um zu gucken, wie viele Follower du hast. Ja. Thomas, ey. Sagen wir, okay, warte mal. Das legen wir vorher fest. Drei Erfolge sind über 1.000. Vier Erfolge sind über 100.000. Fünf Erfolge sind eine Million. Warte mal, wie viel habe ich? Ich habe drei in Performance, viel in Charisma und einen durch Presence noch dazu. Also acht. Ah, der Beste. Und kein Hungergefahr diesmal. Kein Hungergefühl. Eins, zwei, drei. Wie viel hattest du gesagt zu einer Million? Fünf. Hey, du hast zwei Erfolge. Ich habe drei Erfolge. Ja, stimmt. Drei. Drei. Dann opfer ich einen Willpower. Um... Das ist so richtig geil. Das finde ich super. Da darf ich einen einfach neu würfeln. Bis jetzt hast du 1.000. Ja, genau. Up to three waren das doch, oder? Up to three? Up to three. Oh. Dann würfel ich mal schon danach. Das ist noch eine 10 dazu. Also vier. Da hast du 100.000 Follower. Ja, machen wir. Und es hat zerquetscht, oder? Plus ein. Plus eins. Ne, drei waren ja vorher noch dazu. Also 100.000 Follower. Das war jetzt wichtig. Ja, okay, cool. Ja, hast du. Du hörst jetzt, wie dein Telefon klingelt. Und Webber sich meldet. An. Ja, hallo? Also, der Carthrush, der hatte sehr viele Wertgegenstände dabei. Eine goldene Uhr, eine Rolex war das, glaube ich. Der hatte ziemlich viel Geld dabei. Ein paar Bündel Scheine. Du weißt es doch, die mit diesen Geldklammern. Es kam uns ein bisschen komisch vor, da der ja noch bei seinen Eltern lebt. Und irgendwie, ich meine, selbst da natürlich spart er Geld. Aber so viel hätten wir ihm dann, also, wie gesagt, ich habe es versucht, geheim zu halten, soweit es geht. Aber es erscheint mir schon ein bisschen merkwürdig, dass der so viel Geld hatte. Und bei dem College-Boy, keine Ahnung, seine zerrissene Jacke halt und Ausweis und ein bisschen Geld, aber nichts, was heraussticht. Gibt es da irgendwie Hinweise darauf, dass das Geld oder die Wertsachen gestohlen sind? Äh, soweit wir das sehen, nicht. Gut, danke schön. Hm, klick. Ja, der mag dich. Sind schon alle draußen? Seid ihr draußen? Ja. Dann geht ihr raus, ja. Ja, sobald die Eingangstür geschlossen ist, springe ich runter, direkt vor euch. Okay, dann steht ihr jetzt zu viert wieder draußen, nehme ich an. Ach, Charlie. Ich erschrecke mich total. Ach, bist du schon wieder gesprungen? Ja, klar, von oben. Wah, spinnst du. In den Regenschirm, tipp den so auf deinen Kopf so. Ey, ey, ey. Hast du schon wieder gesteckt? Ey, was? Mann, ich, ah. Ich wollte nur gucken, ob es einen anderen Eingang gibt. Und dann war der schon drin und dann, ach, ich... Sieh auch nicht so aus, als würde ich da reingehören. Also, also, ähm... Was war da drin? Nichts. Zwei Tote. Bestimmt noch ein bisschen mehr. Vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich hab ja nicht in alle Schubladen reingeguckt. Hast du nicht? Na? Ich weiß ja nicht, was du da alleine getrieben hast mit dem Typen. Bist du da geblieben? Hättest du rausfinden können? Ich war eindeutig unerwünscht. Ähm, ich hab mir mal die, ähm... Autopsieberichte angesehen. Und das sieht so aus, als, ähm... Wären beide Opfer mit einem stumpfen Gegenstand zunächst betäubt und, äh, hinterher mit einer scharfen Waffe aufgeschnitten worden. Und dadurch dann gestorben. Und, ähm, es ist ein bisschen Verwirrung in den Arztberichten darüber, weil, äh, einerseits, äh, ist es, äh, es ist sehr, ist, äh, das stößt so ein bisschen merkwürdig auf, äh, andererseits, äh, sind diese Schnitte und das alles sehr kraftvoll und wütend, äh, möglicherweise in einer Rage, in einem sehr starken emotionalen Zustand gesetzt worden, was dafür sprechen würde, dass sich Opfer und Täter gekannt haben. Hm. So ein interessanter Modus Operandi für so ein Vampir, oder nicht? Erst draufhauen und dann Messer, oder was? Außerdem habe ich rausgefunden, dass, äh, bei diesem, bei diesem, äh, Karl... Thrush. Thrush? Thrush? Thrush-Herzchen. Ja, danke, danke. Jede Menge Geld- und Wertsachen gefunden wurden. Ähm, also ist die Frage, ob er gerade jemanden ausgraubt hat, oder ob er das einfach so bei sich hatte, halte ich für unwahrscheinlich. Vielleicht sollten wir mal mit Freunden und Familie ein bisschen reden. Das habe ich auch schon gedacht. Deswegen habe ich, äh, mal so ein bisschen geschaut und, äh, einen, äh, neuen Kontaktmann gefunden, der uns vielleicht ein bisschen mehr aus der Szene erzählen kann. Ich sag ja, Charles, denkt mit. Wie spät haben wir es? Jetzt ist es, würde ich sagen, mitternacht. Also ich treffe mich, äh, in einer Dreiviertelstunde mit, äh, meinem Kontaktmann, äh, beim Friedhof. Da sollten wir also erstmal hinfahren. Ähm, war, war der, sorry, war der Anruf nicht um halb eins? Habe ich das gesagt? Sorry, ich habe es nicht mehr. Ich dachte vielleicht nicht mehr. Ich habe jetzt ungefähr geschätzt, es ist eine Viertelstunde und ich habe eine Stunde gesagt. Dann ist es jetzt 20 vor. Okay. Zeit ist immer schwierig, da. Ja, da. Was ist denn der Friedhof? Linke Seite. Ah, ja. So. Mitten in der Stadt. Ja, genau. Friedhof ist groovy, habe ich gehört. Ja, bestimmt. Groovy. Knorkel. Ah. Eisern. Du hörst tatsächlich. Ich steige ein. Als er den Motor anwirft, du denkst, du erwartest eigentlich The Clash aus den Lautsprechern, aber du als Einzige, ihr hört The Clash, aber du als Einzige hörst auf einmal ein Piano-Solo. Jesus. Aber es ist ganz schön. Ja. Ja, merkwürdig. Qualität wird besser. Ja, so ist es, wenn man viel übt. Die alte Oma, die da Clavier spielt. Ja, du bekommst wieder so ein, vor deinem inneren Auge siehst jetzt die Oma, wie sie so wirklich Yeah, yeah, so in die Tasten hockt. Gut. Ich höre das. Ja, wir tanzen so was ganz anderes. Wir sind voll Moody, Alter. Ja, ihr seid völlig aus dem Rhythmus, quasi. Okay. Ganz anderes. Ja, Hinder. Ja. Mal gucken, was Lieutenant Green zu sagen hat. Also, wir wollen jetzt erst zum Friedhof. Gut, dann fahren wir. Ich weiß ja nicht, wie weit fahren wir denn? Also, ich würde das nicht verpassen, deswegen. Nee, wir kommen wahrscheinlich kurz vorher an. Fünf Minuten, zehn Minuten. Ja, perfekt. Ja, dann ist es kurz vor eins. Auch da würde ich mit Nachdruck darauf bestehen, nicht direkt vor dem Friedhof zu stehen, sondern eher in einer Seite den Straßen. Okay, dann parken wir bei Siemens Karl in der Supermarkt. Auf dem Parkplatz. Auf dem Supermarkt. Ja, macht das. Ihr parkt dann da. Auf dem Supermarkt. Auf dem Supermarkt drauf. Komm, jetzt nachts. Nein, ihr parkt da. Ja, ihr parkt. Geht dann zum Friedhof hinten. Ihr steht vor einem großen eisernen Tor, wo dann in eisernen Buchstaben auch einfach Cemetery steht. Ganz typisch. Und ein paar Spitzen am Zaun entlang. Steht da Pet davor? Nee. Tatsächlich heute nicht. Ja, das Tor ist nicht verschlossen. Aber, ja, ihr steht davor. Was macht ihr? Ich gehe dahin, wo ich vermute, dass er hinguckt. Also, ja, das wäre. Ich habe noch nie Drogen gehandelt. Ich kann es nicht sagen. Ja, ja. Ja, ja. Im Internet kann man das sagen. Also, wenn du reinguckst, dann siehst du, wie das Mondlicht eine ähnliche Szenerie erleuchtet. Sehr schön. Ja. Ja. Mit Klaviermusik. So kann das ja nicht sein. Also, bei dir, die hören nichts. Ihr hört tatsächlich nur ein paar nächtliche Prädatoren, wollte ich schon sagen. Jäger, ein paar Eulen. Mehr nicht. Aber du wartest am Eingang wahrscheinlich. Ja. Ja, irgendwann kommt auch eine, äh, eine Gestalt mit so, mit so'n Hoodie. Yo, yo. Yo, Mann. Hey, Mann. Mein Mann, bist du Lieutenant Green? Ich bin Charles. Charles. Ja, Lieutenant Green, ihr Mann. Ja, geil. 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 Psch. Lass uns ja hier. Der deutet an, hinter das Tor zu gehen. Ja, Mann. Ich geh mit. Ja, ja. Ist das deine Posse? Ja, Mann. Ich geh auch mit. Excuse me. Du hast zum Ohr an. Das hält eine Szene. Ich kann das immer anmachen. Die Szene, würde ich sagen, ist vorbei. Ja, ich weiß. Aber es hält ja jetzt dann auch wieder die nächste Szene. Wenn du es machst. Wenn du es anmachst. Du musst es anmachen. Das ist meine Presence. Ich würde schon sagen, das ist mein NPC. Niemand ist so ein anderer. Also er würde euch dann hinter diesen... Nee, nee, nee. Ich will nur so ganz offensichtlich mitgehen und gucken. Ich würde auch aus dem Halbdunkel rausgehen, mitgehen und dabei Sense the Beast wirken. Er so, oh, oh, Mann. Hast du mich erschreckt? Ja, Mann. Alles entspannt, alles entspannt. Das ist, wo ich hier komme, das ist mein Klüngel, Mann. Klüngel? Klingt abgefahren, Mann. Ja. Wow. Okay. Ja, hier, hinter diese Steinbaute da, Mann. Ja. Also, hast du die Scheine? Ja, klar. Was kriegst du? 100 Scheine. 100 Scheine? Wie viel hast du dabei? Er zeigt dir so das Paket. So ein kleines Päckchen. Wacht mal an, ich habe Starter-Kit gesagt, Mann. Das ist doch... Das ist schon... Hey, Mann. Das ist das perfekte Starter-Paket. Glaub mir. Okay, Mann. Ah, ich brauche aber nur so Zeug für 40. 40? Ja, gut. Dann würde er das halt so ein bisschen aufmachen und dann so eine kleinere Tüte ziehen. Ja. Tüte aus der Tasche ziehen. Und dann was abfüllen. Hast du in etwa so ein Drittel davon oder so. Und, äh... Ja, Mann. Okay. Aber hier. Denk an Lieutenant Green, ey. Wenn du mehr brauchst. Ach so, äh... Wie läuft es bei dir gerade so? Oh, Mann. Läuft gut. Ja, läuft gut. Geschäftsmodell. Ja, ja. Scheiße. Ja, läuft richtig gut. Aber... Naja. Okay, richtig. Warte mal, würfel mal was. Das geht natürlich einfach so. Würfel mal. Äh, Charisma. Oh, nein. Und... Was machst du denn? Versuchst du das eher so Persuasion-mäßig oder... Erstmal ja. Ja, Persuasion. Okay. Ein Hangar, ey. Ist an die sechs. Ja, ein Erfolg. Okay. Der eine Erfolg. Ja, nee. Keine Ahnung. Geht so. Lief mal besser. Bist du heute schon drauf, ey? Ich bin immer drauf. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Vampire so läuft. Ob ich will den entweisen. Oh. Ja. Äh... Gut, dann gib mir mal einen... Selbstverständlich mit Lingering Kiss. Oh. Was steht da nochmal genau, was du da würfelst? Würfelst du da was anderes? Ich... Hab noch zusätzliche Würfel. Equal to, present and any subsequent Charisma at your root, assistant pool. Okay. Ich würde erstmal sagen, ob du den dazu packen kriegst. Der ist halt schon so ein bisschen... Äh... Gib mir mal Dexterity und... Und Brawl. Ja, der Zwölfel easy. Die Seas 2. Ähm... Das sind... Du hörst wieder diese Pianomusik. Drei. Ja, schon die ganze Zeit. Drei Erfolge hab ich. Drei Erfolge, ja. Du packst ihn dir. Ja. Und du beißt ihn. Und am Anfang merkst du noch wieder so... Und was machst du mit den Lingeringen Kissen? Versteht er genau, was das macht? Also... Ähm... Liesst du durch. Wahrscheinlich stelle ich an. Außerdem soll ich es vorlesen für die Audience. Ja, können wir machen. Der Kuss eines Vampires, wie ihr wisst, oder auch nicht wisst vielleicht, versetzt Menschen in nahezu Ekstase. Also, das ist besser als jeder Orgasmus, den die je hatten. Ähm... Aber... Was er benutzt... Oder Rausch. Ja, seine Fähigkeit, die er benutzt. Lingering Kiss, also der verbleibende Kuss. Das, ähm... Dagegen ist der normale Vampirkuss ein Scheiß. Also, das ist so der, der... Also, wenn du hingucken würdest, würdest du sehen, wie seine Hose langsam nass wird. Ein bisschen so ein Fleck. Ähm... Am Hals, wahrscheinlich, ne? Ja. Äh... Der... Also, die Person, die du damit bearbeitest, wird süchtig nach dem Kuss. Und ist obsessiv. Und sucht dich quasi dann immer wieder, um halt den nächsten Kick zu kriegen. Das ist halt gut, um eine Herde aufzubauen. Dafür ist sowas da. Ähm... Ja, das kostet nichts. Und... A mortal fat upon with his power can make a willpower test every week to resist the effect. Okay. Das kann er so jedes... Alle... Jede Woche kann er versuchen, dagegen zu widerstehen. Aber erst mal... Ja, auf jeden Fall hast du ihn. Und er sagt, oh... Und wie viel muss ich nehmen, um Hunger zu haben? Äh, wenn du nur ein bisschen nimmst, dann reduzierst du einen Hunger. Aber unter einen kommt man nur, wenn man einen Menschen komplett aussaugt und umbringt. Okay. Also würdest du nur ein bisschen nehmen, um ihn süchtig zu machen. Ja, und um heil zu werden. Und dann... Weil er ja hoffentlich heil ist. Ja, dann er wieder... Genau. Er kommt dann... Also als du von ihm ablässt... Ja, du... Ach so. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Deswegen machen wir es doch. Das habe ich gerade gar nicht so gecheckt. Aber... Ja, nee. Als du quasi... Deine... Deine Fangzähne in seinen Hals schlägst... Schmeckst du den vertrauten Geschmack von dem Blut und merkst dann, wie der Effekt langsam durch deine toten Venen strömt. Und du fühlst seit langer Zeit mal wieder etwas. Du fühlst die Ekstase. Du fühlst das Glücksgefühl, das durch dich strömt, das durch ihn strömt, aber jetzt durch dich. Genau. Und ihr seht so ein bisschen, wie seine Augen nach hinten rollen, während er das macht. Und als du von ihm ablässt... Wow! Was war das? Was ist los? Was war das? Was war das? Ey, das war das gute Zeug, was ich mit dir geteilt habe, Mann. Wollte! Erinnerst du dich nicht? Ich wusste nicht, dass ich so gutes Zeug dabei habe. Ich versuche das natürlich zu verschleiern. Du hast die Wunde dann geleckt wahrscheinlich und dann ist es weg. Wow! Charles, was ist mit dir los? Du siehst ein bisschen müde aus. Ja, Mann, alles gut, alles gut. Mir geht es richtig, mir geht es. Oh Mann, ey. Ist das gut? Und ich zeige es so auf Lieutenant Green. Das ist richtig gut, Mann. Das ist richtig gut, Omi. Wie viel hast du genommen? Kann ich da auch mal sippen oder kippt der dann um? Ja, komm. Aber ich glaube, es würde ihm nicht so gefallen wie bei mir. Das ist mir doch egal. Dann würde ich auch probieren, einen Sip zu tragen. Ja, dasselbe. Du schlägst die Fangzähne in ihn rein. Er widersteht gar nicht. Er versucht sich nicht zu wehren. Er lässt es geschehen. Du spürst auch, wie das Blut, das wohlige Gefühl über dich kommt, das du normalerweise beim Blut hast. Aber dazu kommt jetzt noch dieser intensive Rausch. Also selbst nachdem er schon einiges abgezapft hat, ist der Rausch immer noch ziemlich stark. Du fühlst seit langem, wie gesagt, endlich mal wieder Glück und Freude. Ich brauche zum ersten Mal wirklich den Gehstock und halte mich so ein bisschen am Charles mit fest. Und ihr seht, du hast wahrscheinlich auch nur einen Schluck genommen, ne? Auch so diese kleinste Menge. Ja, ja, aber du siehst so... Okay, setz dich mal hin, mein Freund. Setz dich mal hin. Entspann dich mal, entspann dich mal. Ist alles gut. Was passiert? Setz dich ja... Du kennst dich doch so ein bisschen aus hier in der Gegend, ne? Was? Du weißt, du siehst, dass er nicht mehr wirklich... Also eben vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Du hast ihn kaputt gemacht. Du hast den blöden Typ kaputt gemacht. Hilft das? Und ich halte so die Katzenleckerli hier. Vielleicht hilft es ihm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was? Und er sagt so in sich zusammen... Wie war das Gesetzestechnisch? Wenn ich ihm was von mir gebe, dann das macht man nicht, ne? Doch, wenn er komplett leer ist, dann wird er Vampir. Okay. Wenn er jetzt... Jetzt würde ich sagen, wird er noch keiner, sondern wird halt zu deiner Sucht sowieso schon, wird er dann ein Ghoul von dir. Ja, perfekt. Ist das fremlerisch? Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Kommt drauf an, wie der Prinz das sieht in eurer Domäne. Ich würde sagen, das geht noch in Ordnung, da ihr jetzt nicht komplett Neulinge seid. Ja, den peppel ich wieder auf. Noch ein bisschen von hier. Okay, also... Ja, genau. Was ist... Der wieder kompletter Overload von seinem System. Du siehst, wie der Fleck wieder größer wird. Das ist die Nacht deines Lebens, merkst du das? Du hast das geilste Zeug nachgebracht. Und jetzt, was vorher nur der Fleck war, inzwischen, nachdem er wieder Blut hat, wird jetzt auch eine Beule. Und... Der guckt dich sogar aus weiten Augen an und sagt, kann ich davon mal mehr haben? Hey, klar, aber... Erstmal musst du mir ein paar Fragen beantworten, mein guter... Dein Hunger... Gib mir einen Rauscheck. Oh, okay. Einen Dezenten, weil du ja Blut von dir abgegeben hast. Oh, okay. Das ist eine Sieben? Ja, also dein Hunger steigt nicht. Okay. Genau. Ja, was? Ja, du kennst dich doch bestimmt ein bisschen aus hier dagegen, ne? Du bist doch hier bestimmt auch gewachsen, oder nicht? Ja, klar, Mann. Er ist immer noch nicht wieder ganz da, aber mehr als eben. Kennst du diesen Simon Drummer? College-Junge, glaube ich, oder so, richtig? Ja, Mann. Ich hab mal irgendwie, glaube ich, ein bisschen Weed bestellt, keine Ahnung. Für eine Party oder so. Okay, mit was für Leuten hängt er so ab? College-Kids, keine Ahnung, Mann. Ich bin... Ich geh nicht zur Schule. Ja, Mann, das ist wie Versarger. Ich hab einen kompletten Berufszweig kreiert für mich, ey. Erfolgreicher Geschäftsmann. Ich brauch keine Schule. Ja, ist auch richtig, Mann. Mach kaputt, was dich kaputt macht, ey. Äh, genau. Der wippt so ein bisschen hin und her. Ja, ja. Und kennst du diesen Typen, Carl Thresh heißt der? Carl, woher kennst du Carl? Nein, ich bin hier, um ihn zu treffen, Mann. Ist Carl... Carl hab ich schon lange nicht mehr... Ich mein, jetzt wird er dir sagen, was er dir eben nicht gesagt hat. Äh... Also, ich glaub, ich kann dir vertrauen, oder? Na klar, Mann. Ja, wir sind Brüder. Wir sind... Ey, wir sind 420-Brüder, Mann. Blutsbrüder. Ja, Mann. Was? 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 Blutsbrüder, ey. Äh... Ja, Carl war mein Zulieferer. Der hat aber im Erd so das harte Zeug geliefert, so Meth und sowas. Scheiße, Mann. Echt krass. Ja, Mann. Ey, deswegen... Oh, Mann, ja. Ja, eigentlich wollte ich... Willst du Meth? Äh... Nee, ich bin eigentlich mit dem, was du hast, schon ganz, ganz zufrieden, aber... Ich hatte den halt eigentlich als Kontakt und der geht einfach nicht mehr mal an sein Telefon, Mann. Ja, Mann, ich... Meine Vorräte werden langsam knapp und ich weiß nicht, wo ich hier sonst was in dem Scheißkampf was herkriegen soll. Was ist denn mit dem? Keine Ahnung, Mann, der hat sich nicht gemeldet. Der geht auch nicht an sein Handy, nichts. Scheiße. Wo wohnt er denn? Aber komisch war, die Bullen haben mich angerufen, nachdem ich sein Handy angerufen hatte. Das war echt komisch. Ach, scheiße, Mann. Ich hab voll... Hab ich mir fast in die Hose gemacht. Kacke. Ja. Aber die haben... Sind nicht zu dir gekommen, oder was? Keine Ahnung, war gestern. Noch nicht. Oh, Mann, ey. Ja. Ja, dann pack mal lieber deinen... Deinen Stash irgendwo anders hin. Ja, Mann, ich glaub auch, ey. Ja. Was hast du gesagt? Wo wohnt er denn? Er gibt dir die Adresse. Von Kyle Frisch? Ja, aber... Wohnt er da alleine? Warst du schon mal da? Nein, Mann, keine Ahnung, nee. Der hat immer Boten geschickt. Irgendwie so... So ein Kind, oder so. Was für ein Kind? Keine Ahnung, wie ein Kind halt. Denkst du dich mehr an die Kinder? Wie alt war er? Wie groß? Und ich zeig's so. Kindergröße, so. Ein Junge oder ein Mädchen? Manchmal ein Mädchen, manchmal ein Junge. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, Mann. Bist du... Stehst du auf Kinder? Oder... Die sind nicht so cool wie du, ey. Ja, klar, Mann, ey. Er ist jetzt wirklich völlig auf ihn fokussiert und er denkt, er ist der Größte und der Beste. Ja, das kenn ich, dass Leute, andere... Also, ich geh. Du gehst wieder zum Wagen? Ich drehe mich um und... Ich geh bis zum Friedrichs-Eingang. Okay. Ich quatsch noch ein bisschen mit ihm, ähm... Aber, äh... Nichts Relevantes mehr. Ähm, wenn er die Adresse von... Achso, doch. Ähm... Wie bist du denn sonst mit Carl in Kontakt gekommen? Hast du ihn direkt angerufen, oder? Oder hat er noch andere Leute? Puh, nee. Der Carl ist ein Lone Wolf gewesen. So wie ich. Okay, hat er denn Feinde irgendwie? Gibt's hier noch andere Dealer? Keine Ahnung, Mann. Ah, scheiße. Ich weiß nur, dass er ein gutes Zeug hier hatte. Ja, aber das ist auch nicht, wo er das hergekriegt hat, ne? Nee. Na gut, ich quatsch noch ein bisschen mit ihm, so fünf Minuten. Äh, Mann, ey. Ja, Mann, das ist echt geiles Zeug, ey. Ich kann dir Storys erzählen, ey. Mein Bruder hat mal versucht, eine Nacho in einer Wasserpfeife zu rauchen. Oh, verrückt, Mann. Ja. Verrückt. Das klingt abgefahren, Mann. Groovy. Und er sagt dann so, ich hab dir dein Handy. nochmal, ich ruf dich an, ne? Wenn ich mir von dem, ich meine, würdest du mir nochmal was von dem Stoff geben? Ja klar, aber da musst du ja auch was für mich tun, Mann. Ja klar, alles. Ja. Und, ähm. Wie heißt du eigentlich nochmal? Ey, Charlie, Mann. Ich bin Charlie, ey. Wie heißt du wirklich? Ich heiße Bob. Bob, ey. Geil. Bob Green. Ja. Also offensichtlich, ne? Ja. Kann es sein, dass alle deine NPCs Robert heißt? Spitznamen ist Bobby, Mann. Meinst du, meinst du, äh, dieser Simon, dieser College-Tub, hat er auch mal was bei Karl bestellt? Er war wahrscheinlich nicht auf das harte Zeug, oder? Ich glaub nicht, Mann. Ich glaub nicht, das ist schon ein bisschen hart für so Kids. Ja gut, Mann, wenn du ein bisschen mehr von Karl gehörst, wenn er wieder auftaucht oder irgendwie irgendwas zusammenhängt, ne? Ruf mich an, Mann. Ich ruf dich sofort an. Du bist der Erste, an den ich denke. Ich denke schon jetzt schon an dich. Versuch mehr rauszufinden über Simon und Karl. Ja, Mann. Okay. Und ich nehm mal ganz subtil das Paket, was er dabei hatte, ohne ihm Geld zu geben. Ja. Er macht nichts. Er sieht es schon. Ja, Mann. Okay. Du hast erfolgreich Probe geklappt. Mit sieben Ehen. Okay. Ist der fit to walk home? Ja, er wankt so ein bisschen, aber ich ruf dich an und geh raus. Okay. Irgendwann, da komm ich zurück auch zum Einen. Ja, so Joanna sitzt noch auf so einem, auf einem Grab. Ja. Mit dem Gesicht Richtung Grabstein. Kichert die ganze Zeit. Zeigt so oft den Namen, den scheinbar sehr lustig. Ja, genau. Du bist doch völlig drauf. Ja, aber ich krieg auch nicht mit, dass die gehen. Okay. Ja, aber wenn ich an dir vorbeikomme, dann nehm ich sie mit. Ey, Knorke-Umi. Wie läuft's? Der heißt Dominik. Du sitzt auf dem Grabstein oder was? Ja, okay. Ja, ich heb sie da runter. Für sie. Das klappt, ja. Paul. Kannst du fahren? Kannst du fahren? Hast du was auf Drive? Ja, hab ich. Dann kannst du fahren. Wieso fährst du denn nicht? Kannst du nicht fahren? Ich kann auch fahren. Nein, ich kann nicht fahren. Okay, dann werde ich wohl fahren. Außerdem gucke ich dir immer so gern zu, wie du fährst. Wirkst du immer so. Ja. Männlich. Na ja, wenn's denn sein muss. Ja, was macht ihr? Fahren. Wohin? Wie denn, ich hab den Schlüssel. Keine Ahnung. Haben wir nur einen Schlüssel dafür? Natürlich. Wieso natürlich? Ihr habt ein Auto mit einem Schlüssel. Ich komm an mit Juana. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn ich fahre. Aber nur, wenn meine Musik anbleibt. Also du hörst sowieso immer, wenn du hörst das Piano. Ist okay. Ist doch schon an. Okay, ich werfe den Schlüssel zu. Okay, wo wollen wir denn hin? Wie spät ist es? Wo wollt ihr hin? Wie spät ist es? Ich würde sagen, jetzt ist es ca. 20 Minuten später als eben. Das heißt, wir haben noch Zeit. Ja, mit 1 Uhr habt ihr euch getroffen. Ja, 20 nach 1. Wo wollen wir hin? Naja, jetzt wissen wir zumindest, wo das viele Geld von Carl herkommt. Ja. Denk ich auch. Ja, äh. Also, was... War wohl ein bisschen härter in der Szene, Zugang. Uff. Kann der Mord was damit zu tun gehabt haben? Hat. Captain America auch was damit zu tun? Steckt er da auch mit drin in der Szene? Das klang mir nicht so, als wäre der auf dem Haden zu euch. Aber ich weiß nicht, wie sehr man Lieutenant Green trauen kann. weil sowas, der hat ja nicht viel mit ihm zu tun gehabt. Nenn ihn nicht Lieutenant Green. Was? Nenn ihn bitte nicht Lieutenant Green. Bob. Bob, mein Freund. Lieutenant Green. Klar. Bob. Place it. Joanna kriegt davon gar nichts mit. The Clash läuft ja im Auto und hat seine Musik, weil er liebte der Junge. Sie geht jetzt voll ab. Jardis? War die Musik immer schon so gut? Das gefällt mir. Die Musik war schon immer so gut. Ihr sitzt hinten, oder? Ja. Ich mache Airbrums. Ihr sitzt denn hier vorne. Ja. Ihr fahrt dann wahrscheinlich zu Carl Thrushes Adresse. Ja. 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 Wo wohnt der denn, ist die Frage. Ihr habt ja einen Moment. Das habe ich eben nicht gesehen. Wo wohnt denn der? Grand Park Boulevard 10. Ich habe die Adresse bekommen, hallo? Ja, aber er hat sie auch bekommen. Grand Park Boulevard 10 im Osten der Stadt. Schon wieder rüber, oh man. Klar. In dieser Siedlung da hinten. Also quasi beim, äh, ja. Toll, das wäre ja vorher auf dem Weg gewesen. Haus. Und so. Tja. Ja, ihr braucht wieder 15 Minuten. Ich würde wieder eine Seitengasse suchen. Es ist schon 35 nach 1, hm? Als sie ankommt. Ihr findet eine Seitengasse, kein Problem. Park. Ja, ich parke. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Na gut. Hey, eine Ablage. Gut. Ja, ja. Ja. Gut. Ach so, und das war der, der Schauplatz, wo der Stein bei Carl Thrush umgebracht wurde. Ah, war schön. Ah, ja, alles habe ich da. Alles ist da. Alles ist da. Okay, dann seid ihr bei dem Haus, das ich auch habe, irgendwo. Ja, ihr fahrt hin, es ist so ein kleines amerikanisches Holzhaus. Diese typischen, die man so aus dem Fernsehen kennt, mit einem kleinen Vorgarten. So ein Vorstadthaus? Ja, genau, so eine Art. Das ist halt alles sehr, naja, nicht abgesichert, hätte ich schon fast gesagt. Das ist halt alles sehr normal und als wenn die Leute sich keine Sorgen machen müssten, dass da wer einbricht demnächst. Ja, hier in Hawkins passiert ja auch nichts. Athens. Achso, Entschuldigung. Ja, genau. Dann seid ihr jetzt vor dem Haus und ich habe es auch gefunden. Ich würde mal gucken, ob ich irgendwo Kinder sehe. Nachts um halb zwei. Die für ihn Drogenkuril gespielt haben, ja klar, warum nicht? Das sieht aber weniger pompös aus, als ich es erwartet hätte. Ja, aber das ist so eine Gegend, wo Kinder wohnen. Ja. Oder? Erkenne ich Anzeichen dafür, dass Kinder hier leben. Ihr seht im Nachbargarten ein paar Ball liegen oder so. Und ihr seht bei einem anderen Haus so ein Bobbycar vorne stehen noch. Ein Bobbycar. Warum habe ich Bobbycar gesagt? Oh, Junge. Ja, wie siehst du das Bobbycar? In dem Garten, in Thrushs Haus auch? Nee. Da sind keine Anzeichen dafür. Aber ist das so ein Haus, das man allein bewohnt oder mit einer ganzen Familie? Also es ist zweistöckig, sieht aus, als könnten noch mehr Leute wollen. Brennt Licht? Nee. Meint ihr nicht irgendwer, dass die bei... Meint du Robert Weber? Nicht, dass die... Dass er bei seinen Eltern wohnt? Genau. Ja. Dann... Wissen wir irgendwas über seinen Job? Nein. Wir wissen, dass er Drogenkurier oder Drogenmensch war. Beruf Drogenmensch. Ja. Hm. Das wissen aber vielleicht seine Eltern nicht. Meinst du? Ja, sollten wir vielleicht nicht. Das ist ein bisschen spät, um die jetzt rauszuklingen, oder? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Steht ja, wie ist es ein großes, teures Auto im Vorgarten oder so? Nee. Ich würde mal gucken, welche, was an der Tür steht für einen Namen. An der Tür am Klingenschild. An der Haustür steht Catherine, David und Carl Thrush. Okay. Dann würde ich zurückgehen und genau das sagen. Große Überraschung. Aber dass der Name noch an der Tür steht, heißt, dass er dauerhaft hier wohnt. Ja. Oder die, die den einfach nie abgenommen haben, ne? Auch möglich. Was macht ihr? Hm. Hm. Hörst du in die Suche noch? Wo, wir haben doch, haben wir die Adresse von den, von, äh, den Eltern von Simon? Ich würde sagen, die hat Webber euch gegeben, ne? Ähm, wo ist die? Ist die hier in der Nähe? Die ist im, äh, Maplewood Drive 16 im Norden der Stadt. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob die da jetzt auch steht, aber... Okay. Kann sein, die ist, äh, die ist, äh, aber nicht in dieser Siedlung. Aber die ist nicht in der, die ist nicht in der, die ist nicht in der, die ist nicht zwei oder so weiter oder sowas, deswegen. Achso, die ist, die ist hier. Okay. Okay, ja, gut. Okay. Nicht super weit weg. Das hätte ich nicht gemacht. Ja, aber nicht in dieser Siedlung. Okay. Ja. Bei der Porsche. Also, mir hört ja sowieso keiner zu, das heißt, ich werde jetzt bestimmt nicht mit den Eltern reden. Naja, also... Ich bin nicht so beweilig, das so weit. Wenn du mal den Mund aufmachen würdest im richtigen Moment, vielleicht würde mir jemand mit dir reden. Ich komme so langsam zu mir wieder und habe so die Hälfte gehört, was? Genau, aber also die Szene, ich würde sagen, du bist wieder bei dir und du auch. Entschuldigung. Entschuldigung. Mit Eltern reden? Mit welchen Eltern? Ja, nicht mit deinen. Mit denen von Frasch, von Karl, vom Drogenmensch. Und wo sind die? Vom Toten. Und ich liege so zum Haus, Huber. Worauf warten wir dann? Dass sie aufwachen vielleicht. Seit wann warten wir auf sowas? Ist das nicht merkwürdig, wenn wir die mitten in der Nacht rausklingeln? Willst du warten, bis die Sonne aufgeht? Ich tippe so mit den Regenschirmen langsam sehr ungewöhnlich. Nein, ich möchte nicht warten, bis die Sonne aufgeht. Ich mache so ein Dünn und gehe schon mal aus dem Auto raus und zur Haustür. Okay, du gehst zur Haustür. Ich klingel aber nicht. Du siehst so ein kleines niedliches Türschild, wo dann halt auch wirklich, wie gesagt, steht Catherine, David und Karl Thrush. Und dann noch so ein kleines Herz daneben. Ist irgendwo Licht an? Nein. Alles aus. Also auf der Straße gibt es Straßenlaternen, aber sonst nicht. Der Mond scheint natürlich immer noch. Irgendeine Bürgermiliz, die hier Ausschau hält, werden wir beobachtet. Mal durch die Fenster gucken. Du kannst schauen. Ja, ein bisschen umgucken, ob wir beobachtet werden oder ob wir... Bis jetzt nicht zuletzt. Ich würde kurz ins Auto zurückgehen und mir wieder was anziehen. Ja. Was ordentlich ist. Achso, ja, dann ziehst du dich um, ziehst den Ledermattel aus und ziehst die Klamotten wieder an die anderen wahrscheinlich. Ja, und dann ziehst du den Ledermattel drüber. Okay. Wenn uns keiner offensichtlich beobachtet, dann laufe ich ums Haus rum und gucke, ob da Licht ist. Nein. Oben irgendwo ein Balkon. Also wie gesagt... Mist, jetzt habe ich es wieder weggepackt. Es gibt zwei Stockwerke. Also Balkon siehst du jetzt nicht direkt, glaube ich. Ich glaube, es hatte keinen Balkon. Vielleicht ja innen. Tatsächlich auch. So sieht das aus. Nochmal. Zur Erinnerung. Kannst du es auch haben, wenn du nicht? Ja! Loot! Kann ich Sense the Beast wirken, um rauszufinden, ob die ein Haustier haben? Äh, ja. Dann würde ich das tun. Ja. Du kannst... Das hilft nicht wirklich viel. Das ist ja zu wies machen und du... Muss man da irgendwas würfeln nochmal? Ähm, Resolve plus Animalism versus Composure plus Subterfuge. Würfel das doch mal. Das heißt... Oh Gott. Das heißt, was das erste hat. Composure. Das sind beiden. Und was brauche ich jetzt an Würfeln? Verzeiht. Ich weiß nicht, was heißt N? Was hattest du? Was stand da an N? Das war... Äh... Das war... Resolve und Animalism. Okay. Und auf dem anderen Zettel. Ich würde gerne in den Briefkasten schauen. Und Animalism müssen wir suchen. Ja. Der Briefkasten ist also typischer mit so einem... Ach da. Ja, mit so einem Ding, was anzeigt, ob es eine Post drin ist oder nicht. Und momentan ist der unten. Also keine Post. Keine Post. Ist auch leer. Okay. Oh, schluss. Okay. Das ist 611. Und der Hangar Die hat auch eine Eins. 611? Nochmal was? Also ein Erfolg. Ein Erfolg? Ein Misserfolg? Oder... Ein Erfolg, zwei normale Misserfolge und der Hangar Die ist auch eine Eins. Das ist ein bisschen... Oh, ein bisschen Failure. Failure. Wenn es mehr als ein Eins... Das sind die Drogen. Eindeutig. Du versuchst die Katze raus zu locken quasi. Oder was auch immer da für ein Haustier ist. Schafft es aber nicht. Aber ihr seht, wie Joanna sich auf alle Viere begibt. Schreit so richtig laut. Und wie so eine Katze in Heat quasi in eine wollustige Katzenlaute ausstößt. Und halt auch ziemlich laut. Dann, ja, das seht ihr. Na ja, im besten Fall sind die jetzt wach. Ich nehme Joannas Schirm und haue ihr auf den Kopf. Ja, ihr seht tatsächlich, wie in dem Haus vor euch Lichter angehen. Ihr seht, wie in dem Haus vor euch Lichter angehen. Also im Carl Thrushes Haus. Ich springe dann sofort an die Hauswand. Okay, du springst an die Hauswand. Und ihr hört Fußstapfen, so eine Treppe runterkommen. Das ist so eine relativ dünne Tür. Ich klingel. Kann ich vorher noch Sensley anziehen machen? Das will ich schon die ganze Zeit. Okay. Ja. Was denn? Ich mache Sinn. Oh, auch ein kritischer Messerfolg. Echt? Oder? Mit der Elf? Mit der Elf, ja. Was muss ich jetzt noch haben? Du hast einen Erfolg und... Mit der Elf, ja, du hast einen Erfolg. Und wie viele Misserfolge? Eins, zwei, drei. Nee, 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 warte mal. Das ist eine zwei. Nee, das ist keine zwei. Achso, das ist doch eine zwei. Ja, stimmt. Ja. Also das gleiche dann. Also ein Erfolg und ein kritischer... Also einfach ein Misserfolg auf einem Hangar-Guy. Und der ganze Wurf ist auch ein Misserfolg. Also das ist dann ein Biestchen-Failure. Ja. Du versuchst, dich zu konzentrieren. Ach, du... Irgendwie klappt es diesmal nicht so gut. Die Musik hat mich abgerissen. Ihr seht so quasi, wie Wehen in ihrem Gesicht so raustreten, hervortreten. Gibt dir gut? Und dein Hunger erhöht sich um eins. Oh. Okay. Wir wollten heute noch fertig werden. Scheiße. Wieso ist er jetzt kurz nach eins? Ja. Genau. Ja. Aber du siehst nichts. Du klingelst. Ich hab geklingelt. Ihr habt geklingelt. Ihr hört, wie die Tür aufgeht. So ein älterer Herr rausschaut. So wie in so einem Strickpulli. Und in so einer Schlafanzughose. Ja. Hallo. Bitte entschuldigen Sie. Oh. Oh. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie so spät belästigen müssen. Oh. Wir sind damit betraut, den Fall Ihres ermordeten Sohnes zu untersuchen. Und es duldet leider keinen Aufschub. Und deswegen wollten wir fragen, ob wir vielleicht auch zu dieser späten Stunde reinkommen dürften, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Reinkommen? Warte mal, was wolltest du sagen? Muss er nicht auch drauf würfeln? Genau, würfel mal. Ach. Ich muss nur alle damit zusammenhängenden Checks. Und ich muss widerstehen, oder nicht? Muss ich nicht widerstehen mit was? Wenn du widerstehen willst, ja. Also generell versuchen alle zu widerstehen. Ja, Composure plus Intelligence. Das ist ein Opa, der hat nicht viel. Oh, der hat sogar einen Kripp. Was hast du gewürfelt? Was? Was meinst du? Was habe ich gewürfelt? Weasley, Weasley, fail. Nein, keinen nicht mehr. Genau, Gott, Leute. Ja, er hat nämlich... Können Sie auch noch irgendwas machen? Er hat insgesamt fünf Erfolge. Mit vier Würfeln. Er hat einen Kripp gewürfelt. Äh, ja. Verschwinde! Was wollen Sie hier mitten in der Nacht? Was bilden Sie sich ein? Ich will schlafen und wir sind in Trauer. Ich versuche Ihnen diese Trauer zu nehmen und ein bisschen... Ich sage, verschwinden Sie! Dann rufe ich die Polizei. Sehe ich noch jemanden im Haus? Noch nie. Wenn Sie, während das passiert, nach hinten gelaufen sein und schauen, ob irgendwo hinten eine andere Tür ist oder sonst was. Es gibt so eine Porch, so ein bisschen so eine Porch-Tür von hinten auch noch, ja. Ja, offen. Ich mache sie auf. Nein. Okay. Äh, sind da Glasscheiben drin? Das ist so tatsächlich so mit so einem Holzrahmen und dann so... Glas. Ja, okay. Gib mir mal Strength Athletics. Oder Brawl. Strength Brawl. Eins, zwei, drei, vier. Es gibt... Okay. Sonst passiert aber nichts bei mir, außer dass es nicht funktioniert. Es ist nicht, dass ich irgendwie... Ähm, der hat halt richtig keinen Bock mehr auf dich. Der will dich weg haben. Das ist der Misserfolg, der Krasse. Okay. Äh, der würde auch bald die Polizei rufen. Ähm, ja. Aber ich bin doch von der Polizei. Der dreht da so... Also, kling, warte mal. Da muss ich mal... Du hörst Glassplittern. Ihr hört Glassplittern wahrscheinlich? Oder gebt mir mal ein Wids Awareness. Alle. Ich auch. Nee, du nicht. Wids. Wids plus Awareness. Muss ich da jetzt auch den Hungerwürfel und würfeln? Ein Crit, zwei. Ja, ein Crit. Muss man auch da. Der Ocker ist gut. Ähm. Der Opa dreht sich um. Äh, was ist hier los? Critical Granger. Er ruft die Polizei. Und er will reingehen wieder und dreht sich um und versucht, die Tür zuzumachen. Hm? Das ist ein bisschen biestlich fälliger Mann. Dein Hunger erhöht sich auch um einen und du siehst nichts. Äh, du... Ja. Du hörst nichts, meine ich. Ja? Ein Erfolg. Ein Erfolg. Ja, du hörst ein bisschen Glassplittern, ja? Und du? Äh. Ein Zehne, meine ich. Ja. Du hörst auch ein bisschen so ein leises Geräusch, als wenn da irgendwie Glassplittert. Oh, Leute. Ich beiß den Opa. Und du beißt den Opa, ja? Dann gib mir Strength und Brawl. Nein. Zwei Hangadeus. Zwei Hangadeus. Oh, shit. Oh Gott, ich bring den jetzt um. Traurige Familie. Was ist das, wenn man jemanden umbringt dann? Dann verlierst du alle Hungerpunkte. Aber das ist... Wenn ich jemanden auch komplett aussauge? Aber ist das dann wegen diesem Bruch mit der Maskerade, ist das dann ein Problem? Tja, das könnte ein Problem werden. Nein, dann bist du per se irgendein Problem, meine ich. Äh, das ist halt insofern ein Problem, nicht gern gesehen. Das weißt du, da ist halt wirklich einfach Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Leute eventuell dann rausfinden. Deswegen sind wir hier. Ja, genauer, deswegen seid ihr hier. Also das macht man wirklich einfach nicht. Nee, das ist ja dumm. Ja, okay. Zwei Misserfolge. Also keine kritischen. Aber es ist kein Erfolg. Ja, du versuchst den Opa... Warte, warte, warte. Zwei Misserfolge einfach nur. Ja. Ich guck mal, ob der es schafft. Wenn ihr beide nicht schafft, dann schaffst du es trotzdem bei seinem Opa. Wie stark kann der sein? Ja, ich geb dem zwei. Nee, keine Frage. Du schaffst es. Du packst ihn. Und ja, und... Und du saugst ihn wie weit aus? Genug, um einen Hunger zu reduzieren. Okay, dann... Ich möchte ihn nicht komplett... Was ist los? Alles gut? Was ist los? Irf gut. Ich habe in der Zwischenzeit die Tür geöffnet hoffentlich hinten. Ich deute auf dich und flüster durch sein... Durch das dringend was ich... Catherine! Kann ich von hinten durch den Flur zur Haustür gucken? Ja, du kannst es sehen, was da passiert. Gut, dann möchte ich weiterhin ausschalten, ob irgendwo seine Ehefrau auftaucht. Ja, ihr hört von oben mehr zu einer Stimme. Hallo? Hallo? David? Ja, ich würde mich dann... Die Tür ist noch offen, oder? Ich verstecke mich vor dir. Ich bin rein. Ich stehe jetzt im Frühling. Okay, ihr steht im Haus. Der Opa war so... Ich würde mich bei der Ehefrau bedienen. Ja, die ist noch oben. Die treffe oben. Ich würde schon über die Stelle treten, ja? Dann gib auch mal du mir mal... Das ist ja auch noch... Tatsächlich, er hat euch nicht reingebeten. Ah, das ist... Ihr könnt nicht rein. Fuck, ist das ein Problem? Sorry, ja. Dann ziehe ich ihn quasi raus. Ja. Okay. Du ziehst ihn raus, aber du hörst halt von den Dritten so... Hallo? Und du kommst so nach unten. Und David sagt... Kevin! Ja, wir brauchen Hilfe hier, bitte. Was ist los? Ihr Mann ist gestürzt. Oh nein! Können Sie uns mal helfen hier, bitte? David, oh nein! Bitte! Ja, ich komme sofort. Und du hast so einen langsame Fußschritt in die Treppe runtergekommen. Und du siehst so ein Großmütterchen da stehen. Steht sie immer noch draußen? Äh, drinnen? Ja, sie ist immer auf der Türschwelle. Aber ab der Türschwelle. Hallo? Was ist hier? Wer sind Sie? Ich halte Ihren Mann so in den Arm. Was machen Sie mit meinem David? Ich helfe ihm. Dürfen wir kurz reinkommen? Wer sind Sie? Ich bin von der Polizei. Gib mir mal. Gib mir mal. Ja, Manipulation und Subterfuge. Dann müsste ich da theoretisch Presence mit draufrechnen dürfen. Wenn das da steht, dann darfst du. Das steht. Eigentlich darf ich das immer machen. Oder darf ich das nur, wenn das am Anfang einmal funktioniert hat? Es hat nicht funktioniert, ne? Bis jetzt war es also nicht erfolgreich angemacht. Also bei dem Opa würde es auf jeden Fall nicht funktionieren. Du kannst es nochmal versuchen. Ja, dann versuch es bei ihr doch mal. Ja, also, genau. Dann mach ich erstmal auch. Aber das ist sowieso Manipulation und Presence. Dann würde ich einfach das andere mit dabei machen. Ja, okay. Ist der Hunger schon reduziert? Ja. Warte. Also Manipulation sind drei. Presence ist einer. Und was war das andere? Subterfuge? Ja. Dann ist das noch einer dazu. Wieder ein Gerät. Ich geh in der Zwischenzeit ums Haus rein zu gehen. Ja, muss ich. Ich hab mal Erfolg. Einen Erfolg. Einen wird viel. Also, was machen Sie mit meinem David? Er ist gefallen. Was? Wie ist das denn passiert? Er ist alt. Ja, das stimmt. Aber warte. Wieso? Ich prüfe besser einen Krankenwagen. Oder David so. Ah, das ist schon in Ordnung. Aber was ist passiert? Wer sind Sie nochmal? Wir sind von der Polizei. Also, ich glaub, die Regeln sind so. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ich glaube schon. Es ist viel lustiger so. Ja, so machen wir das einfach. Dann hätt ich auch noch nicht einschlagen. Aber gut. Ja, egal. Na, du hättest es gewusst. Egal. Wir sind von der Polizei. Gib du mir auch mal ein... Was hab ich gesagt? Manipulation und Subterfuge. Und was? Subterfuge. Das ist unten. Das ist in der Mitte. Ganz unten. List. Tücke. Ihr seid die geil. Er ist ja immer in zwei Erfolge. Also, genau. Es ist ein... Was heißt das? Ist das Messi-Erfolg? Nee, 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 nee. Es ist ein... Nee, es ist ein Erfolg. Die zehn ist ein Erfolg. Stimmt, die zehn ist ein... Nicht ein Mist. Die zehn ist ein Erfolg. Erfolg, stimmt. Und noch zwei andere Erfolge. Also, wie viele insgesamt? Drei. Drei. Ja. Drei ist ja drei. Von der Polizei. Von der Polizei. Von der Polizei? Von der Polizei? Von der Polizei? Ja, wir haben uns schon gewundert, warum die uns noch gar nichts gefragt haben nach Karls Tod. Können wir reinkommen und vielleicht über Karls Tod reden? Na, ich weiß ja nicht. Es ist so spät. Na gut. Kommen Sie rein. Wollen Sie einen Tee? Ja, gerne. Sie geht in die Küche und macht Tee und Karl so. Ich meine, David... Ja, Tee. Setzen wir uns. Wird das für das ganze Klüngel, dass sie jetzt rein dürfen? Ja, komm rein. Ich glaube, er draußen steht. Okay. Ich würde mich jetzt bei Catherine bedienen. Dankeschön. Karl guckt so. Ah, was machen sie da? Und du würfelst nochmal Brawl mit Strength. Strength Brawl. Was ist das? Strength und? Brawl. Versuchst ihn halt so zu packen. Oder sie packen. Brawl, Brawl, Brawl. Ah. Ich führe David so weg ins Wohnzimmer. Wenn ich weiß... Einen Treffer. Einen? Okay, muss ja wieder stehen. Ich gebe ihm zwei diesmal. Ihr. Es ist nicht der gleiche. Ihr, ja, egal. Ist dieselbe Oma. Ich meine, ist auch so ähnlich stark. Hat einen Erfolg. Aber du gewinnst. Ja, du bedienst dich und sie wird schlaff in deinen Armen. Und du kannst dir einen Hunger wegmachen. Aber nicht den letzten Hunger. Denk dran, ne? Nee, ich habe ja zwei. Ja, dann hast du jetzt noch einen. Und ja, Karl führst du da ins Wohnzimmer? Ja. Ah, aber meine Frau ist doch... Die macht Tee. Ah. Catherine. Catherine. Ja, alles gut. Ah, Catherine. Ah. Was ist passiert? Was ist los? Okay, wir setzen sie. Ich muss sagen, wir setzen sie jetzt aufs Sofa. Und ich mache einen Tee für dich. Ja, ihr setzt die beiden aufs Sofa. Du machst den Tee. Wie war es jetzt? Kommen wir noch rein? Ja, ja. Okay. Kommen wir auch durch die Hintertür rein? Ja. Okay. Ja, dann mach die auf. Und ich möchte, während die da zugange sind, die Treppe hochgehen und gucken, ob ich irgendwo ein Zimmer von, wie heißt der? Karl. Von Karl. Tatsächlich findest du oben kein Zimmer, das darauf hinweisen könnte, dass er da wohnt. Du siehst einen Kellereingang. Ah. Der war draußen? Wer ist da draußen? Nee, der ist im Haus. Ach, im Haus. Keine Ahnung. Ja. Du siehst ein Zimmer, tja, es sieht fast nur aus wie ein Jugendzimmer tatsächlich, so mit so Comic-Buch-Postern an der Wand und so einem Bett, wo noch so Sticker drauf sind irgendwie von Kindestagen. Und du siehst einen Schreibtisch, einen Computer, du siehst Regale und du siehst tatsächlich auch so ein paar Überbleibsel von etwas, was aussieht wie ein Chemielabor. Und du siehst, aber sonst nicht wirklich viel. Okay, also versuch mal die üblichen Verstecke abzuklappern. Was machst du jetzt im Bett? Gib mir mal hinter den Fliesenhauen, ob man irgendwas findet. Ja, gib mir mal Entsch... Wits und Investigation. Das sind... Das ist leider ein Beast-Heal-Failure. Da ist deiner, bitteschön. Deiner Volk und deins. Dann haben wir jetzt alle einen. Ich würde sagen, dein Hunger geht auch einen hoch. Aber Mann, lass mich doch kreativ sein. Was möchtest du denn machen? Vielleicht möchtest du dir auch einen. Nee, kaputt schlagen. Das wird das ja verwüsten. Ja, klar, du verwüstest auf jeden Fall alles, aber dein Hunger geht auch einen hoch. Okay. Ja, du hörst... Ihr hört von unten aus dem Keller so Geräusche wie zersplitterndes Glas und irgendwas. Und die beiden sitzen so im Halbdelirium auf dem Sofa. Was ist das hier los? Was ist das? Nichts. Wir wollten sie noch informieren über eine Rattenplage. Ratten? Bei uns? Ja. Ja, ganze Nachbarschaft, ganz schlimm. Ja, die haben die Tür eingeschlagen. Sie sollten sich dringend eine Katze zulegen. Ja, meine Katze. Minka. Hör ich das? Ich bin ja mittlerweile aufgeregt. Ja, ja, du hörst das, du bist da mit. Dann würde ich direkt, als ich das Wort Katze höre, Feral Whisper, und versuche, eine Katze zu beschwören. Ja, versuche ich. Beschwören. Herbeizurufen, das klappt nicht. Wie viele Würfe hast du denn? Du musstest doch irgendwas würfeln, oder? Ja, einen. Nur einen? One Rouse-Check per type of animal chosen for this thing. Aber du hast keinen Misserfolg, oder? Der Rouse-Check ist eine 3. Ja, oh, dann steigt den Hunger auch mal ein. Finde ich auch ein Dank, aber Zeit. Wie viele habt ihr vor allem bei den alten Fleischsäcken getroffen? Jeder einen Zip, aber es sind alte Fleischsäcke. Das ist auch noch eine Katze irgendwo. Naja, gut. Ich wollte sie nicht sagen. Du findest... Du findest Runden tatsächlich nichts. Du versuchst... Ihr hört wieder, wie Joanna... Meeu! Macht Meeu! Aber nichts passiert. Es kommt keine Katze. Aber es sieht ein bisschen genervter aus, auf jeden Fall, als vorher. Ich dachte, das funktioniert auch, wenn... Achso. Ich dachte, das funktioniert auf jeden Fall. Den Rouse-Check musst du nur als Bezahlung machen, oder? Echt? Achso, dann, sorry. Das kann sein. Aber ich bin nicht sicher. Ich weiß, dass das bei Disziplinen immer... Ja, okay, dann stimmt. Dann kommt tatsächlich eine orange getigerte... Da musst du trotzdem Manipulation und Animalism würfeln, oder nicht? Weil da der Dice-Pool beisteht. Also es steht ein Dice-Pool und der Cost ist Rouse-Check. Okay. Ja, dann würfel nochmal den Dice-Pool. Du bezahlst quasi, dass du den Hungerwürfel bekommen könntest, dafür, dass du dann... Jetzt darfst du den Check machen, mit einem der beiden Dice-Pool. Das macht auch mehr Sinn. Ja. Ich würde sagen, da die direkt da ist, ist die Schwierigkeit 2. Ja, würde ich mit Manipulation und Animalism nehmen. Das heißt, dann habe ich 4, ne? Achso, da unten ist ein... Ja, genau. Das ist ein Erfolg. Ein Erfolg. Die Katze kommt leider nicht. Du siehst die Geräusche. Ganz ehrlich, der Aktion vorher draußen. Kann ich das verstehen? Ja. Du hast die Katze... Du denkst, mit der Aktion draußen hast du die Katze wahrscheinlich verschreckt. Aber, ja. Erzählen Sie doch mal von... Ach, von was? Karl rein. Achso, ja, warte. Da gibt es was für. Du musst das würfeln. Du würfelst nämlich jetzt... Charisma und Persuasion, hätte ich gesagt. Weil hier steht Intimidation, aber das machst du ja gar nicht. Was, Intimidation, sagen wir da normalerweise? Kann man. Als Option steht es hier. Mach mal Persuasion. Achso, du. Ach, 4, krass, Mann. Hier steht erst Kost und dann Dice. Achso. Darf ich jetzt mein Presence mit dazu machen, weil Awe noch an ist? Mhm. Weil das darf ich immer dazu addieren, wenn Persuasion oder Performance gefordert wird. Gerne. Eins, zwei. Okay. Willst du ihm helfen, theoretisch? Dann würde ich erlauben, dass Plus Eins... Dann darf ich einen... Oh, das ist eine 10. Du sagst das so, normal, und du sagst, erzählen sie doch mal was über jeden Fall. Und du hast deine Funk-Szene komplett raus. Und die sehen das so... Oh, okay, okay, ich sag ihnen alles, bitte tu sie mir nichts. Und die werden dir jetzt was erzählen, aber die haben gesehen, was da los war. Ja, dann müssen wir die wohl umbringen. Gut, dann geht unser Hunger auch runter. Also. Habe ich das mitgekriegt? Du stehst daneben. Ja, gut, okay. Gut, dann erfahrt ihr alles. Wer war das? Äh, Karl war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der hat uns Miete gezahlt. Der hat wirklich alles, sein Bestes gegeben. Der hat uns gut behandelt. Naja, eine Sache gab's da, die war ein bisschen komisch. Er hat gesagt, nachdem, wenn ihm etwas passiert, dann sollen wir seine ganzen Sachen verbrennen. und zerstören, dein Computer und so weiter. Das haben wir gemacht. Aber... Das haben die gemacht. Das haben die gemacht. Achso, okay. Gut, und wir sollten auch seine ganzen unverschickten Pakete verbrennen. Haben wir auch gemacht. Das hat ganz schön gestunken. Und uns ging's danach eine Weile nicht so gut. Ja, uns ging's nicht gut danach. Aber das war ganz schlimm. Äh, ja, außerdem hat's oft ziemlich gestunken von da unten. Aber er hat, glaube ich, er war sehr erfinderisch. Er hat den Leuten Erfindungen geschickt, hat er gesagt, die er gebaut hat. Wir wissen gar nicht so genau, was das war. Aber wir wissen, er hat uns auch immer Miete und noch was extra gezahlt. Er hat seine Eltern gut behandelt. Äh, ja, der hat alle Kontakte von seinen Geschäftspartnern und so scheinbar auf seinem PC gehabt. Aber die sollte wohl niemand sehen. Geschäftsgeheimnis und so. Äh, außerdem, naja, Karl war ein guter Junge, aber der war am Ende, gegen Ende doch etwas paranoid. Er hat gesagt, dass ihn jemand gestalkt, 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 weil er hat, AFK, was auch immer das heißt. Er hat ihn jemand gestalkt, AFK. Aber mehr wissen wir nicht. Mehr wissen wir nicht. Nein, mehr wissen wir nicht. Wo sind denn die Reste von dem Computer? Scheiß ist gerade die Treppe hochgekommen, hat gehört, dass der Computer verbrannt werden sollte und geht wieder runter zum Computer. Achso, du hast den Bildschirm gesehen. Du hast noch nicht den richtigen Computer gesehen. Ja, aber vielleicht finde ich ja alt. Wo sind die Reste von dem Computer? Dann wissen die ja wenigstens genau, dass sie nur den Computer verbrennen sollten, aber nicht den Bildschirm. Die tun nur so. Wir haben das auf dem Schrottplatz, die haben da so eine Presse, alles rein und was wir nicht verbrennen konnten. Wir haben, ja, wie Karl es wollte. Unser guter Junge. Ich google die Schrottplatzadresse. Brauchen wir noch irgendwas von denen? Du findest die Schrottplatzadresse. Obwohl, gib mir mal. Investigation. Witz und Investigation. Was macht ihr genau? Ja, mein... Unser aufrichtiges Beileid zu ihrem Verdust. Er war so ein guter Junge. Er war so ein guter Junge. Wir haben einen Bekannten, der eine Müllpresse sich gekauft hat und der hat das kaputt gemacht. Wann? Wo? Wer? Warum? Wieso? Der will sich, glaube ich, ein Geschäft aufbauen, damit ihr braucht, weil wir keinen Schrottplatz haben. Name, Adresse! Ja, ja, sie geben dir Jack O'Sullivan quasi als Namen und geben dann die Adresse auch, die ich jetzt nicht weiß. Greenwood Drive 13. Die hatte ich hier noch stehen. Und Sie wissen, dass er das zerstört hat, oder war das nur der Auftrag? Nein, er hat gesagt, er hat es gemacht. War das ein Bekannter von Karl? Nein, glaube nicht. Kennen Sie irgendwelche Bekannten von Karl? Geschäftspartner, Kunden, Kinder? Nein, Karl hat das alles ziemlich vorsichtig geheim gehalten, weil er meinte, Industrie-Spionage und so ist ziemlich gefährlich. Ja, gefährlich. Kennen Sie den Namen Simon Drummer? Nein. Sagt Ihnen nichts. Nein. Hat er generell mal mit irgendwelchen jüngeren Leuten rumgehangen? Waren hier irgendwann mal... Waren Leute da, die jünger waren als ihr Sohn? Nun ja, in der Nachbarschaft gibt es Kinder, aber sonst... Die waren da. Wo, hier? Die sind in der Nachbarschaft. Genau. Ihr macht das. Warte. Ja. Genau, was macht ihr noch? Haben Sie WLAN? WLAN? Was? Kommen Sie hier ins Internet. Karl hatte Internets. Glaub ich. An seinem Computer. Ja. Hat er noch wichtige Fragen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wichtige Fragen für unseren Auftrag. Hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage. Wo ist die Katze? Gib ihr Investigation. Witz Investigation. Das ist ein Kacke. Wir haben eine Investigation. Das ist ein Messy Crit vermutlich. Also ich habe zwei Erfolge. Einer davon ist Hunger Crit. Echt? Ja. Messy Crit, if part of the critical win, Hunger Dice can never be used. Das ist nur ein Messy Crit, wenn du auch einen anderen Crit hast. Stimmt, das muss ich hier rutschreiben. If part of a critical win, steht hier. Genau. Wenn dein Hunger Dice... Wenn dein Hunger Dice... Brauchst du ja mindestens zwei Zehn. Eine Zehn davon muss ein Hunger Dice sein. Dann zählt er schon. Ja, aber du brauchst insgesamt mindestens zwei Zehn, damit du überhaupt einen Critical... Achso, das hatte ich vorhin schon. Das ist also einfach nur eine normale... Ja. Ein normaler Zehn. Da habe ich zwei Zehn. Achso, na, ist gut. Ja, du... Wo gehst du hin zum Suchen? Durchs Haus und in den Garten. Als du in... In der Ecke des Wohnzimmers hinter den Vorhang schaust, siehst du... Ja, ich nehme diese verdammte Katze. Ja. Geht das? Was machst du? Ich halte die so, dass ich mich nicht beißen kann mit einem Arm. Ja. Reißt ihr ein paar von ihren Fellsachen aus. Mhm. Und... Kriege ich das mit? Das dauert doch jetzt. Ja, du hörst das. Die anderen auch. Weil die hier seit dem Wohnzimmer alle. Ja. Minka! Minka! Da geht's gut. Ich geh zu dir hin, neben dem Regenstil... Das ist das Beweismaterial. Was? Was? Warte, was? Warte. Die, äh, hier. Ja, Maskerade und so, weißt du. Und ich platziere diese Fellknäuel auf der zerbrochenen Scheibe. Ich muss doch irgendwie erklären, was... Warum kaputt? Ah. Au. Ja, die Schläge von ihr tun tatsächlich mehr weh, als du denkst, dass sie es tun sollten. Dann werfe ich dir die Katze zu. Okay, und versuche die Katze zu fangen, gib mir direkt so ein bisschen Katzenmünze. Ja, das ist in Ordnung, das kriegst du hin, ja. Und würde sie dann so ein bisschen beruhigen und dann gehe ich ins Wohnzimmer und frage, darf ich jetzt? Und schaue es auch zu dem Paar rüber. Ich meine, die haben deine Zähnchen gesehen. Du weißt, dass... Nee, du weißt halt, was du machen könntest. Ich weiß. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Sind wir fertig oder sind wir fertig? Nicht fertig. Wir sind fertig. Forget. Ja. Was sagst du zu denen genau? Forget. Du kannst das halt in den Satz einbauen. Ich kann auch sagen... Damit es nicht so auffällig ist. Ich sage, das waren aber heute Abend so viele Sachen durcheinander, dass ihr habt einfach willgeträumt merkwürdige Dinge von Katzen, die durch die Wohnung gelaufen sind. Oh ja. Und alles kaputt gemacht haben. Komische Träume und die sind wieder so im Halbdelirium beide. Ja. Würdest du draußen auf den Verandastuhl so ranschieben, dass es denkbar wäre, dass eine Katze hochgesprungen und gegen das Fenster gesprungen ist. Ja. Und was machst du? Ich nenne die Katze mit. Nimmst du mir? Okay. Ja. Das lässt sie tatsächlich auch mit sich machen. Ich habe ihr auch Katzenmenze gegeben, oder? Genau. Die ist wieder so... Ja, fühlt sich sehr, sehr wohl, die Minka in deinem Arm. Ich zählte gerne noch mal. Der getigerte orange Kater. Ach doch. Keine. Jetzt sind die ja schon... Ach so. Genau. Ihr seid da fertig, Klaus. Ihr geht raus. Ich hatte unterlegt, noch mal in den Keller zu gucken. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Ja, gut. Du hast gesagt, du hast nichts gefunden. Das schon. Ich habe alles durchwühlt. Das war die Katze. Ach ja. Die Katzen. Ja. Und die Ratten. Als ihr das Haus verlasst, seht ihr, wie die Straße runter ein schwarzer, großer Van, eine Art Van, aber sieht ein bisschen komisch aus, entlangkommt. Und gib mir doch mal, obwohl, noch nicht, warte. Sieht da aus wie der Van von Robert Webber. Nee. Anders. Sieht da aus wie der Van von Robert... Was, der hatte auch einen schwarzen Van. Okay, warte mal. Gib mir mal Intelligence Awareness. Jeder, der will. Intelligence plus... Awareness. Awareness. Habe ich vier. Dann kannst du das machen und plus drei quasi. Oh, nice. Sollen wir die für dich würfeln? Sonst ist es halt immer so gefährlich für alle. Kriegt er die oder würfeln wir die? Er kriegt die, er würfeln. Nee, also, ja genau. Extra Würfel kriegt er plus, also drei extra. Du kannst aber einfach zwei extra Würfel haben. Also acht. Ja. Edward ist fünf. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Eins, zwei, drei. Und wer ist der Hunger? Das ist der. Der wird die Prinzipien. Ah ja. Hunger ist einfach nur ein normaler Fail. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier. Vier. Vier auf Folge. Vier. Ja, du siehst auf jeden Fall, dass der Van, weil er halt auch ein bisschen komisch aussah auf den ersten Blick, relativ klar ein schwarz lackierter ehemaliger Krankenwagen ist, nur ohne Sirene und allem, was man sonst bräuchte, um es als Krankenwagen zu identifizieren von außen. Bewegt er sich auf uns zu? Fährt er weg oder steht er? Ja, in Richtung euch, aber die Straße halt runter. Und der würde vor euch halten, vor dem Haus. Und die Türen öffnen sich und raus treten zwei in Anzüge gekleidete, glatzköpfige Männer und ein schwarzer Mann in einem weißen Anzug mit roter Krawatte. Und der sieht alle sehr gut gekleidet aus. Und er würde auf euch zugehen mit seinen zwei Begleitern und sagen, meine lieben Freunde, kein Grund zur Besorgnis. Ihr seid, wenn ich annehmen darf, Sam Stokes Klüngel. Wer will das wissen? Mein Name ist Marcus. Marcus Lektor. Und ich glaube, wir haben gemeinsame Interessen. Gemeinsame Interessen? Ja. Geh dich um den heißen Brei herum. Was willst du? Nun, also, gerade heraus, das gefällt mir. Na ja, eure Art ist doch nicht dafür bekannt. Eher um den heißen Brei herumzureden. Erkennen wir, ob er ein Vampir ist oder ein Mensch? Jemand könnte das erkennen. Ich habe gerade gesagt, er ist ein Wiesen. Ja, dann mach das. So, jetzt will ich aber richtig würfeln. So, Resolve und Animalism gegen Composure und Subterfuge. Ich glaube nicht, dass er das machen würde sowieso, aber... Aber da komm ich. Nicht so offen. 2 plus 3. 2 plus 3. 2 plus 2. 2 plus 2. Höhere. Slick an den Kontaktgrenzen, ich höre schlechter. Und der Rest kann mir schon mal ein Resolve, Investigation oder Streetwise. Ne, warte, sorry, falsch, falsch, falsch. Ihr könnt mir ein... Ach, was war's denn? Ja, bitte Resolve und Streetwise. Ja, ja, nein, 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 nein. Witz und Awareness. Jawohl. Beides. Streetwise. Okay, aber erstmal den... Ein Erfolg. Ein Erfolg, ja, aber er versucht es auch nicht zu verheimlichen. Du merkst, dass das Biest in Marcus extrem stark ist. Du merkst eine große Präsenz im Vergleich vor allem zu euch. Ah, und du merkst, dass eine, tja, verwaschenere Präsenz des Biestes in den beiden Handlangern zu spüren ist, die du vor dir siehst. Du vermutest, das könnte ein Ghule sein. Ja, und er sagt... Achso, sorry, genau. Was sollten wir jetzt... Entweder... Witz Awareness. Witz Awareness. Witz Awareness, beides. Weil du irgendwas von Streetwise sagtest. Genau, deswegen... Äh, warte, warte. Hier steht... Hier stand irgendwo was anderes, ja. Aber er würfelt das jetzt noch. Davon mach ich jetzt abhängig. Ich muss mir die mal Resolve. Äh, nee, hier steht tatsächlich Witz Awareness. Witz Awareness. Adisi ist vier. Ich hab drei. Ich hab vier. Ja. Sehr gut. Erstmal gucken, was Paul hat. Ein. Ein, ja, egal. Du, Eileen, merkst, siehst, dass Markus Handlanger ziemlich schwer bewaffnet sind. Schau mal, eine Art Körperschutz, Körperpanzer unter ihrem Anzug tragen, der herausblitzt und Taser an der Seite tragen. Und, ja, genau. Du siehst auch, irgendwie hast du das Gefühl, dass Markus halt, dass er gefährlich ist. Ähm, und Markus sagt, ja, gemeinsame Interessen, wie bereits gesagt. Ihr müsst wissen, ich bin ein Sammler von Dyskrasien. Blut, das Besonderheiten aufweist, das wertvolle Eigenschaften hat. Und ganz besonders liebe ich den Geschmack von einer bestimmten Art von Mörder. Achso. Und was für eine Art Mörder? Die Art, auf deren Spur ihr euch höchstwahrscheinlich befindet. Nun, durch Mundpropaganda habe ich von eurer Mission erfahren. Da solche Dyskrasien selten sind, gehe ich hier natürlich, soweit ich kann, jeder Spur nach. Ich würde euch anbieten, anstatt, falls ihr den Täter findet, Sam zu informieren und ihr den Täter, die Täterin zu übergeben, dass ihr euch an mich erinnert, an Markus Lektar und ihr vergesst, dass ihr, dass ihr Erfolg hattet. Ähm, ich würde gern Awe wirken. Kannst du versuchen. Ich gebe ein Willpower aus, um drei neu zu würfeln. Das kann man einfach machen, ne? Braucht man Willpower noch für irgendwas anderes? Das darf ich nicht mehrfach machen, oder? Hm, doch, du kannst noch Willpower ausgeben. Aber Willpower regeneriert man nur am Ende einer Session. Oder am Anfang einer Session. Aber das, brauchen wir das noch für irgendwas anderes, außer Rerolls? Ja, du kannst damit dich aus deiner Raserei befreien für eine Aktion. Okay. Und was machen halt. Zum Beispiel. Wie viel Erfolg? Oder nicht mehr Erfolg? Ja, ich gebe jetzt keine zwei, glaube ich, aus. Das ist ein Erfolg. Er lächelt dich an und sagt, Ah, niedlich. Und er würde, warte mal, warte, warte, jetzt muss ich ganz schnell was nachgucken, was vielleicht wichtig sein könnte, was er euch anbietet, nämlich. Ich wollte fragen, was springt denn für uns dabei raus? Ja, genau. Und im Gegenzug würde ich mich tief in eurer Schuld befinden. Ich würde sagen, einen großen Gefallen ist mir das schon wert. Und ihr wisst als Vampir, als Kainiten, dass es verschiedene Stufen von Gefallen unter Kainiten gibt. Dass es die Hauptwährung, das Hauptzahlungsmittel in eurer Art eingeht. Und ein großer Gefallen ist schon von einem Kainiten so mächtig wie Marcus Lecter ist schon viel wert. Für jeden? Für euren Klüngel, natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr mit euren Interessen selbst schon ganz gut auf der Spur eines Mörders seid. Nun, aber wozu soll ich mir die Hände schmutzig machen, wenn schon jemand auf der Spur ist? Nicht wahr? Ja, aber vielleicht habt ihr ja schon an anderen Orten nach den Spuren gesucht als wir. Möglicherweise wäre es wichtig. Wir sind angekommen, kurz bevor wir dieses Gespräch hier geführt haben. Oder ist noch führen? Man muss nicht vor Ort sein, um vielleicht schon Dinge zu wissen. Wisst ihr vielleicht irgendetwas, was wir nicht wissen? Er weiß doch nicht, was wir wissen. Woher soll er dann wissen? Woher soll ich wissen, was ihr wisst? Wir kennen uns nicht. Vielleicht ist das auch gar kein Mensch. Liest du mir mal von Daunt die Fähigkeiten vor? I use presents to repel. I appear more threatening and exude an aura of menace. Wenn du mich angreifen möchtest, dann brauchst du ein Resolve plus Composure at difficulty 2. Also angreifen, also das Benutzen gegen dich. Attacking the user, also mich, braucht ein Resolve Composure. Ja, aber was machst du, um das zu wirken? Gar nichts, das ist frei. Und ich erhöhe mein Presence Rating of Intimidation. Ja, gut, dann... Ja. Er schaut dich an. Er schaut euch an. Ich werde ganz noch ein wenig ungeduldig. Und ihr spürt diesen Effekt. Ihr könnt versuchen, gegen zu würfeln. Ach so, du hast Daunt auch wie uns. Ja, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ach so, jetzt habe ich nichts. Sag mal, was wir dagegen würfeln müssen. Resolve and Composure at difficulty. Nee, aber... Ja, Resolve and Composure gegen meine Erfolge wahrscheinlich. Nee, das muss man nur machen, wenn jemand den Daunter angreifen möchte. Der ist jetzt so intimidating, dass wir ihn nicht angreifen. Ja. Also, wollt ihr ihn angreifen oder nicht? Wir können ihn angreifen, dann müssen wir was überführen. Ich meine, er würde euch nur Angst machen wollen. Ja, wir wollen ihn nicht. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Und dann verspürt ihr eine tiefe Furcht. Aber wenn er uns intimidaten will, dann darf er sein Presence Rating noch draufrechnen. Naja, das hat er gemacht. Wie gesagt, er hat das gesagt, was er gesagt hat. Und ihr verspürt eine tiefe Furcht, die sich durch eure Glieder zieht vor ihm auf einmal. Er wirkt auf einmal um einiges angsteinflößender. Auch du. Ja, Storyteller. Was haben wir denn als Reward von Sam versprochen bekommen? Wir machen das einfach, weil wir Sam versprochen haben. Sam hat damals etwas für euch erledigt. Und ihr steht seitdem ziemlich tief bei ihr in der Schuld. Okay, dass wir sind, wir machen gerade einen Gefeind für Sie. Genau. Okay. Ja, nun, was sagt ihr? Wir können ja Handynummern austauschen. Und dann melden wir uns nochmal. Und der zieht eine schwarze Physikenkarte raus, wo nur draufsteht Marcus Lecter und eine Telefonnummer. Und reicht sie dir. Weißentscheidung. Und ruft mich an, wenn ihr das Paket abliefern möchtet. Machen wir. Gute Nacht noch. Gute Nacht. Kommt. Und er dreht sich um und geht mit seinen zwei Handlern wieder zum Krankenwagen. Und steigt ein und fährt weg. Und im Anbetracht der Zeit hatte ich gesagt, wir schreiten vor zu Szene 3. Das dritte Opfer. Ich würde auch sagen, ihr habt euch dann in den RV begeben, habt da den Tag verbracht, quasi auf dem Walmart-Parkplatz. Ja, ich mache mir, sobald wir im Auto sind, mache ich mir sowieso erstmal aus Gewohnheit die Bong an. Ja. Auch wenn ich weiß, dass es nicht bringt. Ja, und er zieht sich in den Bong durch. Genau, ihr schlaft da und wacht dann. Ich würde sagen, wir haben, was haben wir gesagt, wann die Sonne untergegangen ist. Im Winter ist ja schon nachmittags fast schon, ne? Sechs, sagen wir, sechs Uhr abends ist die Sonne so weit untergegangen, dass ihr euch raustrauen könnt und auch aufwacht dann erst wieder. Ihr müsst jetzt alle einen Rouse-Check machen, um aufzuwachen. Rouse-Check ist geschafft, ja. Rouse-Check ist nicht mit... Mit welchem ist das? Ein W10 einfach. Ein W10 und gucken, ob du es schaffst. Das ist ein Erfolg. Über fünf ist ein Erfolg. Also sechs bis neun. Bei ihm ist es kein Erfolg. Kein Erfolg. Wir haben noch ein Misserfolg. Alle Erfolge außer dir? Dann steigt dein Hunger um eins und euer bleibt gleich. Dein Opa war nicht so viel dran. Oh, ich habe Hunger. Kommen wir dich zum Holm. Die Nacht beginnt, der Vollmond ist immer noch draußen, wie er angenommen hat. Heute ist es tatsächlich aber nicht mehr bewölkt. Also es ist jetzt wirklich hell im Vergleich zu gestern. Gestern war es zwar auch einigermaßen, also die Gegend war gut zu sehen, aber heute noch besser. Und das ist dein Telefon klingelt. Hallo. Hallo, Detective Weber hier. Es ist ein dritter Mordgeschehen. Und diesmal könntet ihr die Ersten am Tatort sein. Ich versuche, die Einsatztruppe so lange zurückzuhalten wie möglich. Hier, ich schicke ihm die Adresse per WhatsApp. Und er schicke dir tatsächlich eine WhatsApp-Nachricht mit dem Standort, einfach einen GPS-Standort. Das ist ein verfallener Wohngebäudekomplex in der Nähe, im Südosten, der weiter von der Innenstadt entfernt. Siehst du da nicht. Aber den gibt es. Gut. Wir wissen ja beim Vollmond, ne? Sonst noch irgendwas zu beachten? Nun ja, ich würde sagen, sie ruft mich an, wenn ihr am Tatort wart und irgendwelche Instruktionen für mich habt. Ob ich da einen Saubermann-Trupp schicken soll oder was auch immer. Und ja, es soll wohl irgendwo im dritten Stock was gesehen worden sein von diesem Wohngebäude. Das heißt, die Leiche ist noch da? Scheinbar. Ja, also, wir wurden gerade erst angerufen von deinem anonymen Kontakt. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Klick. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Und ihr fahrt. Ne, warte, 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 das tut mir nicht. Was macht ihr? Ich gebe das natürlich so weiter. Ja, genau. Wir fahren erst mal zum Kunstmuseum. Hier, macht was ihr wollt. Wir verlassen einfach die Stadt jetzt. Tschüss. Wir fahren zu Markus und feiern eine Orgie. Nein. Wir fahren da hin. Wir fahren natürlich da hin. Ich fahre da hin. Dann kommt, also, es ist halt wirklich relativ abseits. Ja, da ist so ein paar andere Gebäude ruint fast schon. Und das, was ihr quasi mit dem Standort versehen bekommen habt, sieht so aus in etwa. Es sind mehrere Stockwerke. Und einen Haupteingang gibt es da auch. Und auf dem dritten Stockwerk soll halt angeblich da was passiert sein. Was tut ihr? Ihr fahrt jetzt davor quasi direkt, oder was? Das sah so regenmäßig aus. Ist das gewohnt? Ne, verfallener Wohngebäude komplex. Okay. Ja. Bisschen weiter abhalten. Mhm. Also ihr haltet nicht direkt davor und lauft dann da hin? Okay. Ne, da ist ja niemand, oder? Das sind ja mehrere verfallene. Also, kann man... Ihr wurdet... Die Polizei wurde angerufen, weil ein Mord passiert sein soll da oben, angeblich. Oder jemand hat irgendwas gehört und geht davon aus, dass da was passiert ist. Also, sie könnte dir davon ausgehen, dass theoretisch... Leute da sind. Theoretisch. Ja. Nicht unbedingt, aber... Es ist halt kürzlich erst passiert. Ja. Ja. Drei Straßen weiter und fertig. Ich würde gerne, während wir reingehen, würde ich gerne gucken, ob ich irgendwo was sehe, wie ein Rohr oder sowas, was so rumliegt. Irgendwas, was man als Waffe benutzen könnte. Äh, findest du ganz einfach da in dem Haus, wenn du... Oder du da vorne guckst? Ja, also in diesem überwucherten Innenhof oder so, oder davor auf dem Gelände, während wir quasi auf den Haupteingang zu gehen. Dafür, wenn man innen drin bestimmt, aber da weiß ich nicht. Achso. Versuchst du allgemein nach was oder konkret nach der... Ich suche den offensichtlichsten Eingang, den ich finde. und suche einfach nach irgendwas, was ich als Waffe benutzen kann. Äh, stell mich da quasi an die Wand, streiche nach der Wand so neben die Tür und hole meine Pistole aus. Du schleißt. Ja. Äh, kein Erfolg. Kein Erfolg. Ja, du findest nichts. Äh... Ich schließe mich ihm an, sobald ich das sehe. Sehr hektisch. Aber ich versuche auch zu schleichen. Dexterity Stealth. Auch von dir. Drei Erfolge. Ja, du schleißt dich auf jeden Fall dahin. Nicht schon wieder, Paul. Was ist das nochmal? Das sind 10, ne? Das ist eine 10. Das sind eine 1, eine 10 und eine Messy Crit-Dings. Also ist ja dann nur, wenn es... Ja. Also was? Also der Hungerwürfel hat eine... Genau. Vier Erfolge durch ein Messy Crit. Oh, Messy Crit. Also es ist diesmal tatsächlich ein Messy Crit. Mann, ihr macht immer so viele Messy Crit. Was mach ich denn auch? Ja. Wir wollen halt dieses Feature des Spiels voll auskosten. Nee. Wir würfeln hier so. Mit Absicht. Ja, vor allem. Ich würfeln immer genau das, was ich würfeln möchte. Du versuchst zu schleichen und konzentrierst dich dabei wirklich auf deine Gliedmaßen. Und wirklich versuchst dich so ganz langsam und vorsichtig zu bewegen. Und dann auf einmal, aus irgendeinem Grund, du konzentrierst dich halt so stark auf deine Beine, dass irgendwie, die wie von mehr Kraft erfüllt sind auf einmal. Und du trittst auf irgendwas, auf so ein Stück Blech, so das ist komplett durch halt. Das sieht aus, als könnte das so eine Haube von so einem Motor sein, von einem Auto, die da rumliegt vor dir. Du bist halt einmal komplett durchgetreten. Du hast es nicht geschafft. Hier steht auch Fail, ist auch möglich als Ausgang für Messy Crit. Okay. Mach mit, das. Na, du, also du hörst das und schleichen ist nicht mehr. Soll ich die Katze vorausschicken? Habe ich die Katze noch am Start? Du hast die Katze noch. Außer du hast sie halt im Auto gelassen. Nee, so soll die Katze an deinem Motor. Das stimmt nicht. Wenn die Katze nicht irgendwie über Tag geflüchtet ist, dann... Machst du Feral Whispers? Also ich würde erst mal fragen, soll ich die Katze vorschicken? Ja, nur ist auch egal. Ja, ich würde Feral Whisper auf die Katze. Okay. Wobei, die... Wie lange hält das? Ich habe es ja noch nie geschafft, mit der Katze zu communicaten. Dann muss ich auf jeden Fall werfen. Das ist... Sobald das funktioniert hat... Ist... Ähm... Adoration is one scene. Eine Szene, also für die... Ja, ab jetzt quasi bis die Szene verpasst. Ja gut. Dann musst du dann Rouse-Check machen und dann den Würfelwurf nochmal machen. Also 1W10 erstmal würfeln, um zu gucken, ob der Hunger steigt oder nicht. Nö. Tut er nicht. Okay. Und dann war das... Ähm... Gut. Ja. Das sind drei Erfolge. Auf jeden Fall. Äh... Die Katze... Danke für die Katzenmensch. Gerne. Und wenn du... Ich streiche so das Gesicht noch dabei rum. Wenn du möchtest, ähm... Kannst du gerne noch mehr haben. Du müsstest nur vorher mal bei einem dritten Stock laufen und dich einfach ein bisschen umsehen und es dann Bescheid geben. Könntest du das machen? Ähm... Okay, natürlich. Und ich lasse die Katze hinunter. Und sie läuft ein und, äh... Ja, zwischen dem Dunkeln. Äh, wo sind wir inzwischen? Ich stehe so mit der Pistole an der Tür. Ich stehe dahinter? Ich stehe dahinter. Mit meinem Bein. Also an der Eingemstür. Okay. Dann stehe ich neben Paul. Warte, warte. Das habe ich so bei NCIS gesehen. Was ist NCIS? Das ist ein Fernseh-Ding mit Polizisten. Mit Farbe. Farbe? Was macht ihr? Fernseh? Wir warten auf die Katze. Ihr wartet. Ja. Ihr wartet fünf, zehn, 15 Minuten. Äh, und du denkst schon, dass Minka nicht mehr kommt. Aber dann siehst du doch eine Katzengestelle aus dem Dunkel laufen und auf dich zu wachsen. Ach, ja, da rum ist ein Mensch. Was finde ich nicht? Da liegt viel Blut. Und sonst irgendwer oder irgendwas? Ich habe nichts gesehen. So Menschen-Sachen sind da. Sind da Leichen? Eine. Ja? Eine, aber eine mit viel Blut wieder. Aber sonst findet Minka nichts. Und dabei würde ich sie hochnehmen und ihr ein bisschen. Ihn, ihr? Äh, wie du möchtest. Ich nehme. Ach, ich assume nichts. Ich gebe Minka. Das ist Minka. Ich bin non-binary Minka. Who knows? Ich meine, ich kann ja sprechen. Ich habe das bestimmt im Smalltalk schon erfahren. Ja. Also, dann ist ein Kater. Okay. Minka, der Kater. Die sehr kreative Oma. Okay, dann gebe ich ihm das als Boss. Ja. Okay. Ja, was macht ihr? Äh, ich gehe die Treppe hoch. Okay. Ihr geht hoch. Bis in den Stock. Ich folge als Letzter. Bis dahin, wo die Katze gesagt hat. Äh, genau. Und ich würde auf dem Weg vielleicht nochmal gucken, ob ich drin irgendwas finde. Rohr, ein Stück Geländer. Du untersuchst das Gebäude? Nee, ich suche nach einer Waffe. Äh, ja. Innen drin findest du ein Rohr. Kannst du ein Rohr aufschreiben mit Fluss 1 Schaden. Okay. Das ist 0,5. Ja. Was haben, damit ich eine Waffe habe? Ich kann dich nicht nach einer Flusswaffe fragen. Nein. Wie sieht es mit der Zeit bei der Kamera da aus? Also nicht, wir müssen vielleicht auch den nächsten Mal eine Pause machen und checken. Aber laufen tut sie noch. Über drei Stunden. Und rechts. Ach so. Und rechts steht 1,46. Dann können wir jetzt kurz eine Pause machen und dann weitermachen. Dann machen wir doch eine kurze Pause. Oh, jetzt wird's spannend. Ja. Cliffhanger-Pause. Bis gleich. Was du siehst, als du die Treppe in den dritten Stock hochgehst, Paul, ist tatsächlich die Vision von einem jungen Gesicht in Blut. Kenn ich das Gesicht schon? Kannst du das Gesicht nicht wirklich erkennen. Das ist, als wenn es in Dunkelheit gehüllt ist. Aber du siehst das Blut davon herab. Gut, hoffentlich ist es nicht in Dunkelheit. Würde ich auch klavieren? Momentan tatsächlich nicht mehr. Okay. Komisch. Hättest schwören können, das war eben noch wahrnehmbar. Aber jetzt? Wie von der Nacht verschluckt. Also, ihr geht die Treppe hoch in den dritten Stock, dort wo Minka euch hingeführt hat. Was ihr seht, ist eine Wohnung, in der scheinbar jemand sich ein kurzfristiges Lager eingerichtet hat. Und kurzfristig oder langfristig ist es schwer zu sagen, aber zusammengeklaute, klaubte alte Möbel, Regale, Decken und auch tatsächlich Drogenutensilien, Spritzen, kleine Löffel, Tütchen. Ganz kurz. Ich möchte nicht in die Wohnung hineingehen, wo ich das Blut und alles vermute, sondern da im Treppenhaus stehen bleiben und aus den Fenstern gucken, ob uns jemand verfolgt. Du bleibst da stehen und guckst erstmal, gut, dann machen wir weiter. Geht jemand in die Wohnung, dann seht ihr das? Ja, ihr werdet wahrscheinlich reingehen. Ja. Ich würde mit Minka bei dir bleiben, tatsächlich. Okay, aber Minka zeigt quasi einmal, oder du hast gesagt, sagst da. Ich kleide die Dame leider. Wir müssen wieder die Welt retten. Alleine. Ihr geht in die Wohnung und euch bietet sich dieser Anblick, oder, ja, genau. Und was ihr auch noch findet, ist tatsächlich in einem Raum der Wohnung, wenn ihr euch ein wenig umschaut, die Leiche von einem Landstreicher, ähnlich verletzt wie die anderen Opfer, aber doch deutlich weniger. Ja, ähm, nicht so viele Schnittspuren. Was wollt ihr machen? Ich würde den gern recht genau untersuchen, ob mir noch was anderes auffällt. Also, wie weit ich die Sachen vergleichen kann mit... Ja, dann gib mir doch mal ein Composure and Investigation. Aber bevor ich dazu komme, in dem Moment, indem ich zum ersten Mal die Leiche sehe, bleibe ich erstmal stehen und starre darauf. Und bin kurz in mir versunken. Genau, du merkst es, wie er halt da vor uns stehen bleibt und... Ich schau mir die Leiche an. Ja. Du, dann würfel du mal ein Composure and Investigation. Drei Treffer. Erfolg. Du hast aber zwei Hungerwürfel, glaube ich. Nein. Du hast aber zwei. Sie hat die Oma ja leergesaugt. Ich hab die Oma leergesaugt. Nicht leer, aber... Ah, okay, weil bei dir noch zwei markiert sind, deswegen wundere ich mich. Ach so, dann hast du den noch nicht weggestellt. Nee, hab ich nicht weggestellt. Okay. Dann mach das jetzt. Ähm, genau. Was du siehst, auf jeden Fall, das ist relativ offensichtlich, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, ist, dass die Leiche diesmal nicht blutleer gemacht wurde, denn sie liegt in einer großen Blutlache. Allerdings ist das jugendliche Gesicht unberührt, anders als in deiner Vision. Aber Blut genug ist da. Es ist das gleiche Gesicht. Und gezielter und nicht so wild. Kann man Bissspuren sehen? Nein. Aber wie du schon bei der anderen Leiche gesagt hast, könnte trotzdem... Ich weiß auch, ja. Ich finde, es sieht ziemlich offensichtlich so aus, als wäre er unterbrochen worden. Ja, das wollte ich auch krass sagen. Was ist noch in dem Raum? Ähm... Vielleicht der Computer von Karl. Du darfst... Nichts... Nein, du siehst halt... Na, da siehst du jetzt relativ wenig tatsächlich. Aber möchtest du dich vielleicht mal im größeren Bereich... Ich würde mich gerne mal in der Wohnung an sich und im umgegenden Bereich, ob ich irgendwelche Hinweise auf Täter und so weiter finde. Ja, viel. Gib mir mal... Ja, wer hat den größeren Witz-Awareness-Pool? Ich hab fünf. Machst du, Joanna? Witz-Awareness-Pool? Ihr guckt erstmal noch. Ihr steht Wache. Ob jemand verfolgt hat, auch draußen. So, gib sie in einen dritten Stock, gucken runter. Dann gibt's... Ja, ich hab zwei Hunde gewirfen. Ihr guckt jetzt mal. Das sind drei Successes. Drei. Die Sieg war drei. Ja, sehr gut. Ja, das Haus ist größtenteils leerstehend. Also die umliegenden Wohnungen sehen noch ziemlich leergeräumt oder verlassen halt aus. Einige Möbel sind noch dort alles ziemlich staubig und dreckig. Allerdings siehst du in einer anliegenden Wohnung hinter losen Brettern in einem kleinen Nebenraum eine weitere Wohnstätte. Diese sieht aber tatsächlich eher nach einer kurzfristigen Bleibe aus. Ich hab sogar mal ein Bild. Ein Bild. Dill, die blutscht. Aber so war es. Super was? Super. Superbaum, Superab. Superbaum. So in etwa sieht das aus. Super Stoff. Oh, Junge. Oha. Ist da was drunter an diesem... Ich sag euch noch mehr. Steckenberg. Hast du die Fotos aus dem Buch oder aus dem Internet? Die sind von da. Das ist so ein Tatort. Achso, du warst da. Natürlich. Kannst du. Ja, was meinst du? Ich musste mich doch erst mal umschauen. Deswegen drehen wir das heute erst. Aber halt das europäisch. Also, was du auch noch siehst, ist ein recht ordentlicher, neuerer Schlafsack, ein Campingkocher und so Militärfertignahrung. Ready to eat heißen die Dinger und da sind ein paar Packungen noch von da. Das ist eine Einladung. Ready to eat. Was du auch noch findest, ist eine kleine Schatulle. Ganz simpel gehalten, aber ja. Der Raum ist außerdem offensichtlich nicht gegen Sonnenlicht gesichert. Da gibt es halt ein Fenster, aber es scheint nicht besonders gesichert zu sein. Du findest Reste von Tape und Klebemasse, also diese kleinen Kügelchen, mit denen du so Fotos und Sachen an die Wände machen kannst, theoretisch. So Klebemassenreste findest du. So findet ihr. Ratterfix. Ja, genau. Es sieht aus, als wurde etwas hastig von der Wand gerissen. Und was du vermutest, ist, dass der Mörder hier wenigstens eine Weile gelebt hat und es daher relativ sicher ist, dass es kein Vampir gewesen sein kann. Wie neu ist die andere Wohnung, in der wir waren? Naja, neu ist hier nichts, aber da sah es tatsächlich so aus, als hätte da jemand länger gelebt in dem anderen Bereich. In dem anderen Bereich? Ja, hier sieht es aus, als wenn es relativ kurzfristig alles ist. Wie gesagt, du hast eine Schatulle auch noch gefunden, oder ihr? Was, wie sieht die Schatulle genau? Also so eine kleine, flache Holzschatulle mit einem kleinen Scharnier einfach, was man auf und zu machen kann, ganz simpel. Würde ich das mal aufmachen? Du machst es auf. Und im Inneren findest du eine dunkle und eine blonde Locke. Sieht nach Trophäen aus. Hm. Sind aber nur zwei. Was habt ihr gefunden? Ja, weil offensichtlich der Mörder unterbrochen wurde. Ich glaube, die Wohnung unseres Mörders. Eine Leiche. Gebt ihr beide mir mal ein Wits und Awareness, die da draußen stehen. Das kann ich aber für Sektion bitte. Achso, sorry. Bevor ihr mir die Ergebnisse sagt, eine Sache habt ihr noch gefunden. Ja. Oh, 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 ja. Habe ich fast vergessen. Den Mörder. Ihr findet halt relativ, wie bereits erwähnt, relativ armselige, bescheidene Habseligkeiten. Sieht nach einem Drogennutzer auch aus in der Wohnung. In der anderen Wohnung, sorry. Das war noch, das hatte ich eben vergessen. Das war jetzt nicht hier, das war bei dem Vagrant quasi, bei dem Penner. Ihr habt auch alte Briefe gefunden, Angefangene, wo dann drauf stand, bitte lass mich wieder nach Hause kommen. Dieses Mal wird alles anders. Das Gesicht war, wie gesagt, relativ jung von der Person, die umgebracht wurde. Relativ jung heißt jugendlich. Ja, junges Gesicht. Anfang 20 vielleicht. Okay, aber kein Kind oder so. Nee. Aber, wie gesagt, das war bei dem Drogennutzer, sorry. Und jetzt die Locken habt ihr in dem. Und ihr könnt mir jetzt ein Wurzler-Moranis geben. Habt ihr noch? Einer. Ich habe vier Erfolge. Vier. Nice. Ja. Ihr steht an dem Fenster, blickt nach draußen wahrscheinlich auch ab und zu. Du guckst dich eher im Inneren um, nach innen und Joanna hat sich aufs Fenster fokussiert. Genau, um dir. Ja, aber abwechselnd kann man das doch machen, oder nicht? Als du dann nach draußen schaust. Siehst du Schämen außerhalb des Sichtbereiches fast schon, aber du siehst sie doch. Schwarze Schämen, die sich bewegen, wahrscheinlich humanoid, menschlich auf jeden Fall, die sich auf das Gebäude zubewegen. Und damit starten wir Kapitel 2. Divergenz. Szene 1. In unserer Mitte. Und ihr hört von draußen, holt sie euch, die verdammten Mörder. Und ihr seht in der Hand einer der Schämen etwas aufleuchten. Und ihr seht, wie eine Flasche beleuchtet wird und der quasi mit den anderen wahrscheinlich, tja, sechs Leute auf das Gebäude zulaufen. Mach das Schocker, ich laufe die Treppe runter in den zweiten Stock. Okay, in den zweiten. Du sagst nicht Bescheid. Ich mach das, du siehst das ja. Hören wir das auch, da wo wir sind? Sagt ihr irgendwas? Also gebt mir doch mal einen Ritz-Awareness. Den erlaube ich euch, weil die gesehen haben. Weil Joanna gesehen hat. Na gut, dann laufe ich erst los, wenn du was sagst. Er meinte, wir hören dann beide auch die... Also du hast es gehört, dass du den Ruf geschafft hast. So, ich hier und lege deine Aufmerksamkeit. Dann rufe ich Wigert Company. Und dann laufe ich runter. Okay, ihr hört dann von ihm, wir haben Gesellschaft. Und jetzt habe ich gut gewürfelt. Ja, ihr hört das dann von draußen auch, dass die sagen, schnappt euch den Mörder. Und los geht's. Ja, genau. Ja, das sagt ihr. Und die Gruppe der Leute von draußen läuft auf jeden Fall aufs Haus zu. Was macht ihr? Ich laufe in den zweiten Stock und gucke, ob ich da irgendwo auf einer Tür finde. Und verstecke mich irgendwo außer sich des Treppenhauses. Weil ich vermute, dass die in Griechen laufen. Ja gut, du versteckst dich, was macht Joanna? Was macht Joanna da? Ja, die Mücke, die im Game gerade erschienen ist, wegliedelt. Und dann zu Minka sagen, du bleibst immer bei mir in der Nähe, wenn das nicht jemand von uns Vieren ist. Und du da mitgehst, gibt es nie wieder Katzenminze. Pass auf dich auf. Und, ja, stellst du sie so hin. Verstanden. Und, ähm, ich gehe davon aus, dass du die Situation handeln kannst. Ich gehe zu den beiden. Ja, Joanna kommt in den Raum. Was macht die? Gib mir eine Waffe. Kannst du damit umgehen? Du zeigst auf die und dann drückst du ab. Klar. Gib mir keine Waffe. Bitte gib mir keine Waffe. Ihr hört jetzt aus dem untersten Stockwerk. Hör, da oben, da oben, in den Drennstoff. Du hast eine Waffe in der Hand. Ach, und ich, ähm, wie großräumig ist das und wie weitläufig das Stock. Ziemlich weitläufig. Es sind viele Wohnungen nebeneinander immer. Und die sind aber relativ leer. Wie gesagt, offene Türen, manchmal auch keine Türen mehr. Man kann sich theoretisch auch in die anderen Räume begeben. Dann würde ich mich mal so weit wie möglich weg vom Treppenhaus und weit weg von den Wohnungen und euch bedeuten, mir nachzukommen. Und dann, ja. Kurz damit verlegen. Schau so. Seh das. Die beiden sind weg und er ist, äh, sie ist weg. Was macht Paul? Ich laufe hier hinterher. Ja. Okay, ihr lauft weg. Du bist bei uns, ne? Ja, ich bin bei euch. Du kommst dann auch mit. Genau. Okay. Ich komm mit. Ja, ihr hört dann auf jeden Fall, äh, jetzt, äh, auf der Treppe, sag ich mal, du kannst es vielleicht hören, dass die jetzt so circa auf der Treppe des zweiten Stocks sind, also da hochlaufen, sagen, ähm, Sean, Dan, wir müssen nach oben. Da sind die verdammten Monster. Und, ähm, ja, würde dann weiterlaufen nach oben. Wenn du nichts machst, der läuft an dir vorbei. Ich höre das mal zu und lasse ihn mir vorbeilaufen und höre, was oben passiert. Ja. Und ihr seid, seid ihr noch im dritten Stock oder seid ihr hier runtergelaufen? Nein, wir sind nicht auf die zu, sondern von dir weg. Nein, 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 wir sind weg. Ich würde versuchen, irgendwo so weit wie möglich weg, dass man mehrere Ecken muss vom Treppenhaus aus und dann würde ich gucken, ob ich ein Fenster finde und dann rausschauen, wie man runterkommt. Ja, wie gesagt, du hast das Bild ja noch gesehen und eventuell im Kopf, das ist ja alles relativ in diesem dritten Stock. Ähm, ich versuche euch zu bedeuten, dass wir irgendwie um ein Eck gehen. Wir sind ja gerade noch in einem Gang, ne? Ja, ich würde gerade sagen. Der recht ersichtlich ist, dass wir um ein Eck gehen, folgt dir. Ja. Und dann würde ich zu Minka sagen, Minka, geh mal. Ist Minka nicht weg? Nee, ich habe ja bedeutet, Minka soll in meiner Nähe, weil ich sie nicht mehr. Umtrage quasi. Ah, die läuft dir hinterher. Genau. Also habe ich jetzt zumindest gesagt. Minka, hör mal zu. Du bist eine Katze. Ich bin eine Katze. Die Leute da wollen dir nichts Böses, sondern nur uns, aber du könntest uns gerade deswegen helfen. Kannst du mal nur so weit zu denen hinlaufen, dass du siehst, wie die ungefähr aussehen und dann zurückkommen? Nein, auch gar nicht. Jetzt werden die nicht der Katze nachlaufen. Warte mal, was hat eine Katze für Steff? Hier läuft eine Katze hinterher. Wenn das so ein Gelebtwesen ist, was du siehst. Ich sag mal, vier Würfel gebe ich gerne. Ich habe nicht gesagt, die wollen nach einem Mörder suchen. Ich würde ganz sagen, also ich würde keiner erschießen. Die werden hoffentlich keine Katze erschießen. Awareness. Die sind auf der Suche. Nein, nein, werden sie nicht. Ich gebe dem sechs. Ja, die sehen die Katze nicht. Also du hast sie hingeschickt und soll wieder zurückkommen. Genau. Okay, dann kommt sie nach 20 Sekunden wieder. Ist ja nicht weit weg von euch. Sie ist ja auch schnell. Da sind Menschen. Mehr als einer. Die haben Feuer. Die haben Feuer. Und als du Feuer hörst, ist es wie so ein Urinstinkt in dir, der auf einmal Angst hat. So ein bisschen wenigstens. Ich nehme Minka deswegen hoch und will ihn so ein bisschen beschützen. Diese Angst. Ja, ihr spielt auch alle Cross-Gender-Genderbänder. Das ist 2019. Ja, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, man darf auf dem Minka die Katze ein Gärse. Minka, ja, ist okay. Ich habe nur einen Moment gebraucht. Ja, Feuer und so Feuerstücke. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Ja. Ja. Ihr flieht. Gibt bestimmt ein Fenster, oder? Ja, genau. Wo wollt ihr raus? Gibt es eine Feuerstappe? Gibt mir ein Witz-Investigation. Kann mir jemand helfen? Ich kann. Ich würde sagen, weil ich zusammen suche, der mit dem größten Pool darf das halt anführen und der Rest hier. Ich glaube, der größte Pool, solange ich, äh, sobald ich irgendwie höre, dass die... Witz-Investigation, dann wirst du der Höchste. Die sind auch oben. Ja. Die suchen, die wühlen alles. Ja, aber sobald ich höre, dass die wieder umkehren irgendwie. Ja. Dann würde ich agieren. Okay. Äh. Ja, erstmal lasse ich die würfeln, aber du hörst halt, äh, wo sind die? Die ist nur die Leiche. Verteilt euch auf! Und dann, äh, jetzt hörst du mehrere Schritte halt und ein paar davon kommen. Dann springe ich aus dem ersten offenen Fenster. Ja, okay. Vier. Du springst, dann gib mir mal, äh, was kann man denn da machen? Äh, Athletics irgendwas. Schlag doch mal was vor. Ja, machen wir das. Äh, ja, und vier? Ja, du findest eine Feuertreppe auf jeden Fall. Da ist eine. Und, äh, du kannst theoretisch, also, dafür lasse ich euch nicht, für mich nicht schafft, hier runterzugehen. Gut, dann machen wir das. Ja. Feuertrunde. Ihr hört aus dem Haus noch Rufe. So, äh, wo sind die verdammten Mörder? Aber, äh, ja, und du? Ich hab drei und einer davon ist ne 10, aber kein Hanger 3. Ja, dann. Das ist super geschafft. Kürz-Success, okay. Du schaffst es auf jeden Fall unbeschadet dann rauszuspringen. Und, äh, ihr würdet euch dann wahrscheinlich wieder am... Ach so, die Schatulle, haben wir die zufällig mitgenommen? Oder hab ich... Das könnte... Würfel doch mal ein WC. Ah, okay. Eins bis fünf, ja? Ja, das ist schon eine wichtige Sache. Eins bis fünf, ja? Dann ist es ein Drei. Ja, dann hast du dann dabei. Es wäre kein Drei gewesen, wenn eins bis fünf nicht ja gewesen wäre. Ne, 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 ich hab ne Drei gewürfelt, aber ich wollte nur sicher gehen nicht, dass er dann doch sagt, Erfolg ist ja. Ähm, ja, halt auch schon. Ja, ihr findet euch und findet dann auch den Weg zum, äh, zum Kranken... Ne, zum Van. Ihr habt nicht den Krankenwagen. Zum Van, zum RV meine ich, sorry. Wie weit ab sind wir von Zivilisation hier? Ihr seid, wie gesagt, ein bisschen abseits von der Innenstadt, aber jetzt nicht super weit. Okay, äh, sind hier noch andere Gebäude? Nur die relativ verfallen, alles so ein Abseits, das sieht aus, als wenn da halt so Wohngebäude mal standen, vielleicht, ähm, hat der Besitzer, tja, die aufgegeben irgendwann, dass da keiner wohnen wollte in diesem kleinen Kaff. Die müssen auch irgendwie hergekommen sein, lass uns gucken, ob wir irgendwo ein Gefährt finden. Dann gib mir... Sollten wir nicht immer so schnell wie möglich verschwinden, ich werde dich nicht von denen grillen lassen. Woher wissen die überhaupt von uns? Ich meine... Das will ich rausfinden. Vielleicht sollten wir... Wenn wir deren Auto finden, wissen wir mehr über die. Gib du mir mal ein... Oder wer, wer möchte nach dem Auto suchen? Ja. Ich helfe gerne. Ich lasse euch alle suchen. Wenn ihr alle helft, dann lasse ich euch helfen. Der mit dem größten Witz Invest... Oder... Ja, Witz Investigation. Witz Investigation hätte ich vier. Drei. Fünf. Fünf. Ja, dann helfen wir. Dann helft ihr Paul. Wenn Paul sagt, dass er suchen geht, dann helfe ich auch. Plus drei dann dazu. Sechs Erfolge. Oh, sechs. Nee, Entschuldigung, nicht fünf. Fünf. Fünf reicht auch noch. Fünf war die Schwierigkeit, weil... Naja, du wärst Sinn. Du siehst... Nicht wirklich abseits von wo ihr geparkt habt. Das ist ziemlich dramatisch. Ja. Einen Wagen an der Straße geparkt. Schwarz. Scheint hier fast eine Art Oldtimer zu sein. Relativ gut in Schuss. Gib mir mal... Which Intelligence? Oder? Das geht nicht. Ja, sorry. Ich muss... Warte. Gib mir Intelligence und... Drive? Tja. Technology? Technology. Oh, das... Warte. Und rechts. Oh, das hast du... Oha. Oh Gott. Ja, du bist doch der Finance-Typ gewesen. Wids und... Intelligence. Nee, Intelligence und... Hilft mir jemand? Nein. Also ich meine, ihr könnt ihr helfen, wenn ihr wollt. Ja. Dann, ja. Dann darfst du Plus gleich hin. Macht das Sinn, wenn die auch mal bei Tech... Scheinlich nicht. Plus zwei. Egal. Ein Erfolg. Nee. Doch. Einer. Ja, einer. Einer. Ja, du siehst, dass es ein schöner Oldtimer ist. Oder ihr kennt die Marke nicht direkt, aber ein schwarzer, schicker Oldtimer. Okay, ist mir eigentlich egal. Steckt der Schlüssel? Nee. Türe kann man aufmachen? Ja. Tür ist offen? Ja. Oh, okay. Umso besser. Ich öffne die Motorhaube. Ja. Und sage euch, schnell zum Auto. Ich komme hinterher. Ich laufe zum Auto. Ich laufe auch zum Auto. Ich schmeiße die Motorhaube auf und ziehe alles raus, was ich sehen kann. Du ziehst alles raus. Alle Kabel, Stecker, sonst irgendwas. Gnader. Reiß alles, hau alles kaputt, was ich sehen kann. Ja. So sieht der Wagen etwa aus. Nice. Oh. Oh, da weiß ich eindeutig, wer das ist. Also, ja. Wie viele Leute waren das, die da jetzt unterwegs waren? Zwei? Es waren so sechs. Achso. Insgesamt. Oh, ist der Kofferraum offen? Ich wusste schon, wenn sie jemand da merkt. Tja, probier mal. Wie denn? Also, ich würde mal... Nee, der ist nicht offen. Charlie, mach mal auf. Das ist ein Scheiterfahrer. Das ist ein Urkern. Okay. Warum lauft ihr nicht? Achso, ja. Ja, ihr hört dann aus der Ferne auch... Verdammt, halt euch auf! Und, ja. Okay. Seid ihr gelaufen? Ja. Okay. Okay. Ich laufe nach hinten zum Kofferraum und schieße auf den Kofferraum-Schluss. Okay. Dann gib mir doch mal ein... Was kann man da machen? Was kann man da falsch machen? Das hat plus drei die Waffe für Damage auf jeden Fall. Aber erstmal, ich würde einfach... Weil Damage-mäßig ist das, glaube ich, nicht das Problem. Ich würde eher versuchen, dich würfeln zu lassen, ob du auch die richtige Stelle triffst, dass es aufgeht. Oder ob sich das nur verkeilt. Hm? Oder ob sich das nur verkeilt. Ja, ob es halt weiter kaputt geht und das dadurch verkeilt, genau. Oder... Mann, jetzt habe ich, finde ich, den Zettel nicht. Ja, dann gib mir doch mal... Ja, da sind nur Holzklöcke drin und so einen Scheiß. Dexterity plus Firearms. Das kann ich... Das habe ich mir gedacht. Also nicht so gut, aber immerhin ein bisschen. Ähm... Zwei und wenn es ein Success ist, ist es ein Crit-Success. Ist es ein Crit-Success? Also ich habe auf dem normalen eine Zehn. Eine Zehn nur? Hast du zwei Zehn? Nein. Dann ist kein Crit. Du hast einen normalen Erfolg, dann einen Erfolg oder was? Ich habe mir Crit-Success bei zehn aufgeschrieben und da drunter... Crit-Success, Potential Critical Win, Each Pair of Tens is Worth Four Successes. Das hat damit zu tun? Das bedeutet, dass... Ja. Okay. Das haben wir vorhin anders abgehandelt, deswegen... Achso, nee. Zwei Zehn ist eins. Potential Critical Win. Okay. Ah, okay. Whatever. Wie viele hast du denn Erfolge? Ich habe dann zwei Erfolge. Zwei Erfolge? Ja, du triffst das... Also so... Hm... Mit zwei... Ah, du schießt... Aber es ist... Es macht was drei Damage, dann. Ja klar, ein lauter Knall. Und das löst sich auf jeden Fall ein bisschen. Ja, dann gib mir mal... Ich smash! Strength to braw! Dann gib mir Charles smash! Strength to braw! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Ich kriege so lange schon mal das Auto starten und so da langfahren, dass er nur reinspringen muss. Euer Auto, okay. Ja. Ein Success und ein... Du siehst auch, wie so eine Flamme näher kommt. Ein Success, ein bisschen fähig. Oh! Also ich ticke richtig aus, um das Ding aufzukriegen. Ja, du reißt das... Weil Erlin gesagt hat, das könnte wichtig sein. Ja, du reißt das Teil komplett auf. Du reißt das Teil... Warte, warte. Hätte ich vergessen. Du reißt das Teil komplett auf und schleuderst das so nach hinten weg und triffst dabei Joanna. Und du kriegst ein Superficial Damage. Das ist ein Schrägstrich in deiner Damage-Leiste. Ist die nicht bei uns im Auto? Bist du da gewesen? Ich bin da weg und da hergelaufen. Ich bin davon ausgedrückt. Ja, du musst dir das andere ausdenken, verdammt. Dann kriegst du ein Superficial Damage bei Aufreißen. Ja, du... Was? Um das zu rerollen. Machst du das? Ja, natürlich. Ich vergesse das jedes Mal. Warte. Diese Mechanik. War denn auf dem Hangar Die ein... War eine Eins. Hoppla. War eine Eins. Genau. Aber die kann man nicht rerollen, ne? Nur den Hangar Die's can never be rerolled using Willpower. Aber das macht ja nichts. Ich kann ja mit den anderen trotzdem noch ein Success machen und dann ist das kein Messi-Fail mehr, ne? Genau. Das ist ja gut. Da sind zwei Erfolge noch. Also habe ich drei Erfolge. Ja, dann hast du es aufgekriegt, auf jeden Fall. Ja, dann ist nichts Schlimmes passiert, aber du musst dir ein Willpower wegstreichen. Ja, das ist so. Oh, Junge, oh, Junge. Von dir siehst du... Mechaniken. Mechaniken. Ein Kofferraum mit einem Erste-Hewe-Kasten. Verdammt, ein Lied. Ich nehme den Kasten und laufe los. Du kannst es einfach ins Auto bringen. Du laufst da rein. Okay, das machst du. Was für ein Kofferraum? Kasten. Kasten. Okay, Kasten. Okay, gut. Dann seid ihr im Auto und fahrt weg. Wohin fahren wir? Keine Ahnung. Wir fahren zum Greenwood Drive, zu Jack O'Sullivan. Ja. Ah, okay. Ja, kriegen kurz. Ja. Ja, und somit lasst ihr den Gebäudekomplex hinter euch, ja? Das First Aid wird öffnen. Und du guckst ins First Aid Kit, du siehst Verbände, du siehst eine kleine Schere. Ist ein Skalpell drin. Normalerweise ist kein Skalpell in dem Erste-Hewe-Kasten. Okay, dann nehme ich mir nichts zur Schere mit. Wann spielt das nochmal? Das ist so eine magische Schere. Wir spielen in der heutigen Zeit, das heißt, wir können sogar die Serie gesehen haben. Ja. Deswegen hast du das gesagt. Deswegen habe ich es gesagt. Sean und Dan, ihr habt die gehört, die Namen. Well played, sir. Aber dann müsste da jetzt was drin sein. Im letzten Podcast, weil ihr das gesehen habt. Geheim. Gibt es auch. Haben wir über Supernatural gesprochen? Boah! Ihr seid weg. Ihr seid weg. Das wäre jetzt Metagaming, wenn ihr zurückfallt. Das gibt es nicht. Egal. Beim letzten Podcast haben wir über Supernatural gesprochen. Und ihr drei hat Folgen. Musst du gucken, ist gut. Ich saß da so im Buch und über mir erscheint. Alex hat keine Folgen. Supernatural. Ihr macht euch auf den Weg. Genau. Und plötzlich klingelt das Telefon. Ich fahr. Das klingelt aber auf jeden Fall. Ja, kann da bitte jemand rangehen? Ich gehe ran. Wessen ist es denn? Hallo? Ganz wahrscheinlich. Hier ist der Lean. Ja, ich weiß. Ich bin sehr weiblich für Paul. Aber ich... Paul fährt. Detective Webber. Das dachte ich mir. Es gibt keine guten Nachrichten. Keine guten Nachrichten. Es wurde ein viertes Opfer gefunden. Der ist aber fleißig. Dieses Mal sehe ich auf den Weg. Dieses Mal sehe ich auf keinen Weg, das geheim zu halten. Tut mir leid. Ich war nicht schnell genug. Während... Ein Hausmeister hat ein Hausmeister hat die Leiche von Mike Clark entdeckt. Mit einem Model-Sexarbeiter in einer Suite in einem nahegelegenen Hotel. Der Tatort scheint einiges aufwendiger und durchdachter zu sein. Und die Polizei ist auch schon da. Und ich habe leider keinen Zugang. Der Tatort wurde abgeriegelt. Scheinbar höhere Instanzen diesmal. Was ist das für ein Typ? Ja, wie gesagt... Ein Cowboy! Achso, ja. Ich stelle es auf Lautsprecher. Ah ja. Ich stelle es auf Lautsprecher. Noch zehn, ja. Ja, genau. Ich weiß nicht. Ihr solltet euch beeilen, wenn irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung wie. Aber irgendwas muss gemacht werden. Ist die Polizei noch da? Ja, die sind da voll vor Ort. Mit allem möglichen... Personal heute. Tut mir leid, ich war nicht schnell genug. Ich war noch mit dem... Ich meine, ihr wart ja gerade erst bei dem anderen Mord. Ja. Und da sind wir auch schon wieder weg. Wer hat das... Was ist passiert? Wer hat das denn... Weißt du, wer das gemeldet hat? Ich weiß... Nee, irgendeinen anderen Nummer-Tipp wieder aus... Wahrscheinlich irgendwer aus dem Hotel. Könnt ihr euch mir gut vorstellen. Weil von Hotel. Hm? Weil von Hotel. Ja. Ja. Das Hotel heißt... Einen Moment. Äh, aber... Genau. Erzählt mir doch erst mal, was mit dem anderen Mord passiert. Was ist los? Was soll ich da machen? Vielleicht kann ich da noch was tun. Und sagen, wer angerufen hat. Keine Ahnung. Und sagen, wer da gerade aufgekreuzt ist. Wo aufgekreuzt? Bei dem anderen Mord. Wo wir waren. Wer wusste... Wo wir waren. Von dem Tatort. Von dem Tatort. Nur ihr. Niemand. Das ist ja Quatsch. Wieso waren wir dann da nicht alleine? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Und was ist überhaupt passiert? Sollen wir da wen hinschicken? Ja. Ist jetzt auch schon egal, oder? Nein. Niemanden hinschicken. Nein. Alles so lassen? Wie? Mit der Gefahr, dass das gefunden wird? Sicher? Naja, wenn du dir jemanden hinschickst, dann wird es so oder so gefunden. Das ist auch wieder wahr. Aber, hm. Ja gut, ich versuche das in Papierkrieg zu vergraben, aber ich kann es dir versprechen. Bester Mann. Ehrenmann. Aber nicht Lieutenant Green. Ja, danke. Ich muss mich jetzt um den Anamord kümmern. Ich muss sie irgendwie versuchen, aber ich... Schwierig. Schwierig. Fahrt dorthin. Ich gebe euch die Adresse und ihr schickt euch wieder ins Standort. Ich habe es leider immer noch nicht gefunden. Was kann der denn da machen? Gucken. Der ist alles voll mit Polizisten. Ja, und? Man muss sich ein bisschen einschlagen bei denen. Kannst du ja ganz gut. Kannst dich ja nochmal umziehen. Guck mich nicht so an. Guck auf die Straße. Ich fände so leicht ab. Ja, wieder hin. Wenn da zu viel los ist, sollte man da vielleicht nicht hin. Aber wir müssen. Wie hieß das Opfer, das vierte? Mike Clark. Mike Clark. Danke fürs Aufschreiben. Plus. Einhangerbund. Das nicht. Apropos, ich habe richtig scheiße Hunger. Wir hätten die doch fressen sollen. Wie viel Hunger hast du? Zwei. Geht. Richtig scheiße Hunger. Richtig scheiße Hunger. Zu viel Hunger, um mir jetzt noch einen Toten anzugucken. Ja, ihr fahrt auf jeden Fall zu dem Hotel hin, oder? Oder nicht? Ich wollte zum Greenwood Drive. Ich glaube, das müssen wir dahin machen. Greenwood Drive ist was nochmal? Ich sag gar nichts. Da ist der Typ, der den Computer vermitteln sollte. Ja, das würde ich... Der Polizist hat euch halt angerufen und gesagt, ne? Wir sollen dahin. Ihr sollt was machen, weil da halt ein Mord wieder passiert ist und der weiß nicht inwiefern das, wie macht es gerade, beeinträchtigt oder nicht. Ja, die Polizei macht die ganzen Hinweise kaputt. Vielleicht sind wir dann doch erst den Fall. Ja, und der andere Kerl hat einen Haufen Blech zusammengepresst. Ich glaube, wir sollten das sein. Das bleibt wahrscheinlich, Alter, noch ein bisschen. Ja. Wenn er den jetzt noch nicht zerstört hat, dann wird er ihn auch nicht... Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut, wir fahren da hin. Dann drück mal drauf, mach mal den Nitro Booster an. Fast Furious, kennst du, ne? Kennst du, kennst du. Was denn was? Das ist das Altersaar-Hotel. Fatin? Ja. Dann kommt ihr nach geraumer Zeit, nicht lange Viertelstunde vielleicht, von da, wo ihr jetzt seid, an diesem schicken Hotel. Aus dem Hotel hat jemand angerufen, um den dritten Mord zu melden? Vierter. Den vierten Mord. Ich glaube, der dritte, da wart ihr gerade. Nee, das war ein Missverständnis. Okay, das war ein Missverständnis. Ich habe nämlich Robert Weber gefragt, wer den dritten Mord gemeldet hat. Nee, du hast nicht gesagt den dritten, sondern... Du hast den Mord. Den Mord, ja. Aber er weiß es, glaube ich, eh nicht. Aber bei den dritten weiß er es nicht. Den dritten weiß er es nicht. Und hier war es halt, also war auch ein anonymer Tipp, aber wahrscheinlich, wer aus dem Hotel denkt. Ja. Wollt ihr das Bild haben? Ja. Wer denn? Althaza-Hotel. Das war es mal nur im Althaza. Ja. Wir parken ein bisschen weiter weg, sicherlich. Ja. Ihr parkt weiter weg, Straßenrand irgendwo. Ähm, ich ziehe mich auf Unterwäsche aus und den Mantel drüber. Okay. Ja, ihr beobachtet das. Was denn? Das Opfer ist ein Sexarbeiter gewesen. Äh, wir fahren nicht mehr so gerade. Ich mach das nicht im Führerhäuschen. Ich hab trotzdem einen Rückspiegel. Hab mal Standards-Mädchen. Sie haben Selbstachtung, würde dir nicht schaden. Erzähl du mir nichts von Selbstachtung, du Katzen-Impersonatorin. Was hat das mit Selbstachtung zu tun? Keine Ahnung, ich lag gestern nicht auf allen Vieren im Umhof. Linker, kommst du zu dir hin? Ich hab mir ja auch noch. Ich nehm den Minker hoch und streichel sie. Ein wenig arg aggressiv. Genau, du verstehst sie jetzt nicht mehr, weil die Szene vorbei ist, quasi, wo du das angemacht hattest, aber sie kommt auf, sie bleibt bei dir. Würde ich das auch jetzt abstellen und dann, ähm... Ja, geh mal rein, sag, du wohnst da. Ich, äh, seh nicht so aus, als würde ich da wohnen. Mit meiner liebbreizenden Frau? Frau? Ja, können wir doch sagen. Ich glaub, du bist ja mein Kunde, so wie du aussiehst. Können wir auch machen. Gut, dann gehen wir. Dann gehen wir. Ja. Kommt das Witterchen auch noch mit? Ja, das ist... Ich bin ja auf der anderen Seite. Ja, zwei, äh, direkt dabei. So eine Dude mit den Zweifeln. Ja, die gehen da rein. Die gehen rein? Wo geht die rein? In das Hotel. Hotel Haupta... Also, wir nähern uns mal der Szenerie. Ist draußen schon groß Polizei-Action und so weiter? Polizeiwagen auf jeden Fall und es stehen auch ein paar Officers, also zwei an der Haupteingangstür und stehen da. Überwachen die. Okay. Ganz kurz, lass mich kurz mich abhandeln, dann kannst du die ganze Zeit machen. Ich möchte mich recht unauffällig einem Polizeiwagen nähern und gucken, ob ich irgendwie die Polizeifunk mithören kann oder ob wenn irgendjemand so nach hinten funkt, dass ich das nicht mithören kann oder wenn die sich unterhalten, die ein bisschen abhören. Wids Investigation. Oder Perception. Wids Perception. Wids Awareness? Ja, so. Genau, ist ja nicht Perception hier. Das ist leider nur einer. Du hörst... Ja, alle Einheiten, alle vergügtbeine Einheiten, hier und da. Ich probiere mich weiter und versuche irgendwie rauszuhören, was die da gesehen haben. Du bleibst im Auto? Ja, ich versuche da ein bisschen lang zu spazieren und versuche dabei immer ein bisschen zuzuhören und rauszufinden, was die vielleicht untereinander reden. Draußen sind tatsächlich keine Officer mehr bei den Autos. Die sind, wie gesagt, vor dem Haupteingang, wo die gerade hingehen wollen. Da stehen zwei und du vermutest, der Rest wird dann wohl drinnen am Tatort sein. Okay. Dann setze ich mich da irgendwie auf die Mauer quasi... Auf die Mauer? Auf die Mauer, auf die Lauer, rechts vorm Polizeiwagen. Ähm, ja, du willst dich nur hinsetzen? Ja. Okay. Und da warten und gucken, ob die Polizei rauskommt. Okay. Und generell die Umgebung angucken. Joanna, komm, wo was machst du? Wo gehst du hin? Ja, ich würde gerne, ähm, Sense the Beast einmal casten auf... Ja, kann ich... Ist das auf Area oder nur auf Menschen, die ich irgendwie sehe? Ich glaube, alles, was du siehst, ist jetzt kein Radar, was für Ping macht. Aber glaube ich. Also, was steht denn da? Ähm, das lesen wäre hilfreich, ja? Ähm, Vampire can sense the Beast present in mortals, Vampires are the supernatural, blablabla system. Du musst ein Target wählen. Also, du... Wahrscheinlich dann sehen, ja. Allow the user to sense the labor facility in the Target. Nee, dann ist Schwachsinn, weil wenn selbst irgendein Police Officer... Dann... Ja. Wüssten wir es entweder, wenn das organisiert, Vampire wären so viele. Und wenn nicht, dann wäre er drin. Ich wirke übrigens... Oh... Auf mich. Okay. Wieder. Was übrigens dich auch betrifft, aber hey. Sie muss dagegen, glaube ich, würfeln, ne? Du kannst dagegen würfeln, wenn du möchtest. Mit was? Äh, Composure plus Intelligence. Also, würfelt Tom auf jeden Fall. Paul auf jeden Fall. Nicht Topf. Das sind jetzt zwei Attribute. Hm? Das sind sogar zwei Attribute. Hm. Gegen seiner. Hm? Ich habe auch einen. Pfff, stechen. Ich würde sagen, der Verteidiger gewinnt dann. Also, weil wenn es Vampire sind, schon. Äh, ja. Also, du aktivierst, oh, schreitest auf die Polizisten zu. Du bist unbeeindruckt. Ich bin sowieso beeindruckt von dir. Ja. Und, ja, stopp. Und sobald ich die, sobald ich so ein bisschen... Ja, genau, erst sagen, also, äh, Madam, Sir, stopp. Äh, aktive, aktiver Tatort hier. Können Sie leider nicht reinlassen und dann... Äh, Entschuldigung, ich habe Sie erst gar nicht gesehen. Äh, was möchten Sie denn? Oh Gott, was ist denn passiert? Ja, ja, ähm, ein Mord, äh, passiert hier im Gebäude. Tut mir leid, wir können Sie hier leider, äh, leider nicht reinlassen. Es tut mir wirklich leid. Ich wohne im Hotel, äh, was, wer, warum, was? Wir wohnen im Hotel. Ich bin nicht sicher, dass der, der, dass der Täter schon aus dem Hotel geflohen ist. Wir sind nicht sicher. Es ist gefährlich. Sie sollten, Sie sollten nicht reingehen. Der Täter? Täter, Täterin. Mord? Mord, ja. Wer, warum, was? Das können, das, das darf ich Ihnen nicht sagen. Sicher? Aber, aber Sie können uns doch nicht hier einfach stehen lassen, dass das funktionierte. Aber vielleicht kenne ich ihn, oder Sie. Wir haben dafür gezahlt. Gebt mir nochmal ein, äh, was kann man da gut machen? Charisma und Persuasion. Jawohl, dann darf ich mein Presence dazu rechnen. Charisma sind... Soll ich ihm dann helfen, oder? Kannst du machen, ja. Plus eins. Wahrscheinlich geht er mehr, oder Sie? Ich hab drei. Ich hab, äh, eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Ja. Acht. Eins, zwei, drei, ach nee, wo sie ja gar nicht... Doch, doch. Drei, vier, vier. Der war vier, der hat die sie. Ja, geil. Äh, 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 ich darf sie eigentlich nicht reinlassen, aber wenn Sie hier wohnen, na gut, äh, aber bitte sagen Sie es niemandem und sagen Sie einfach, Sie waren schon drin. Äh, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, es ist schon spät, Sie sollten jetzt langsam... Nicht wahr? Ja. Ja, dann rein. Okay, schnell. Ja, du siehst, wenn du schaust, schau deinen Kollegen, wie sie halt reingelassen werden. Lassen die mich mit rein, weil ich stand ja noch bei denen. Du standest mit da, ja, dann würden sie dich mit reinlassen. So im Hintergrund mit dem Gesicht, trotz Mundschutz, so ein bisschen in der Katze vergraben. Ja, ja. Das ist nicht so aufhören. Die würden dich mit reinlassen. Komm, Mütterchen. Ja. Ja. Ich bin alt. Schau dir den Polizisten an. Der Polizist guckt, äh. Aber ist dann wieder mit... Komm, Mutter, komm, Mutter. Ich meine, du musst nach. Er glaubt, er hat es gar nicht gesehen zu haben, so richtig, was du gemacht hast, aber ja. Dein Flashing. Ähm, ja, dann werdet ihr reingelassen. Und seid in der Hotellobby, wo so eine große Treppe hinter der Rezeption quasi nach oben führt. Ist geschäftliches Treiben, sind da Leute? Absperrung? Nee, tatsächlich seht ihr da nichts weiter. Das waren halt nur die Polizisten am Eingang. Und innen drin siehst du an der Bar, die rechts zu sehen ist, ein, zwei Leute sitzen, die da noch was trinken. Aber sonst scheint da niemand zu sein momentan. Wahrscheinlich von der Polizei auch weggescheucht, soweit es ging. Was hatte Robert gesagt, wo der Mord war? Äh, er hat nur gesagt, äh, den... In einer Suite. In einer Suite. Und den Namen hat er euch halt genannt. Von der... Ich will jetzt nicht unbedingt bei der Rezeption fragen. Mike Clark hat der Hausmeister gefunden. In der Suite. In der Suite. In dem... Kann ich mir so ungefähr vorstellen, wo die Suiten wahrscheinlich liegen? Weiter oben wahrscheinlich. Naja, so wie du angezogen bist, könntest du an der Rezeption sagen, dass dich jemand bestellt hat. Ein gewisser Mike Clark. Ein gewisser Mike Clark arbeitet selber in meinem Metier. Und ich glaube, ich meine, ihr könnt euch denken, dass die Rezeption weiß, dass der Tod ist inzwischen. Okay, wie... Aber wie schick ist das Hotel? Ihr habt ja gesehen von außen, so mittelschick geht. Ist ganz hübsch von außen auf jeden Fall. Also es ist kein Hotel, was gängig dafür... Kein Luxushotel. Nee, das ist aber auch kein Stundenhotel. Es ist auch kein Stundenhotel, wo klar ist, dass... Nee, guck, guck, also das sieht nicht nach einem Stundenhotel aus, glaube ich. Ähm, schiegt die beiden so auf die Seite. Lasst mich das mal machen. Und stimmt, ich muss erst mal... Ich caste erst Pharoah Whispers nochmal, damit ich wieder mit Minka communicaten kann. Okay. Ja, dann würfel ich mit deinem Browse-Check erst mal. Stimmt. Das wird nichts. Oder nee, der Hunger geht hoch. Ja, der Hunger geht hoch, aber du kannst den anderen Wurf trotzdem machen. Das ist eine Eins. Eins, ja, aber macht nichts. Das ist noch beim Roast-Chickens. Nee. Schlimm genug, dass der Hunger hoch geht. Ich glaube, jetzt unsere Katze kommt gleich wieder zum Vorschein. Ach, der ist jetzt schon oben, ne? Drei davon sind Hunger. Und du vier Würfelst. Das ist Hunger drei, das ist gefährlich jetzt. Ja. Schön, das ist gefährlich. Wir sind im Hotel und da sind Leute an der Bar. Das ist ein Erfolg. Ja, da du das schon mal gemacht hast bei Minka, hätte ich gesagt, das ist ziemlich einfach inzwischen. Ihr versteht euch blendend, die mag dich. Minka super. Er mag dich. Hallo, mein kleiner, du, ich hätte noch mal eine kleine Aufgabe für dich, für die du auch gleich wieder ganz viel Katzenmenze bekommen hast. Ah, naja, das Zeug ist gut. Also ja, das ist das Beste. Du, könntest du einfach mal gucken, hier müsste irgendwo ein Raum in dem ganzen Hotel sein, wo gerade ganz, ganz viele Menschen in... In, können Katzenfarben sehen, Hunde waren farbenblind, oder? Ich weiß es gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. Die Katze kann Farben sehen. Nachts sind alle Katzen noch. Oder also, ich beschreibe auf jeden Fall für die Katze erkennbar, wie Polizisten aussehen, wo solche Menschen stehen und führ uns doch dann bitte zu dem Raum hin und beeil dich ein bisschen. Also ganz ehrlich, zu gucken, wo Polizisten sind, das können wir auch selber. Ja, aber die Katze fällt vielleicht ein bisschen weniger auf als wir. Lass sie doch. Wenn wir sowieso hingehen lassen. Lass sie doch. Ja, das kann ich machen. Und sie springt runter und würde loslaufen und suchen. Aber das wird dauern. Fuck, das sage ich jetzt schon, ist ein großes Modell. Ich stelle mich mit dem Regenschirm so hin und bin absolut determiniert, so lange zu warten, bis sie wieder da ist. Okay, dann kann ich mal zwischendurch würfeln, wie lange sie braucht. Ist das erstmal nur eine Freitreppe, die nach oben führt in der Hotellobby? Oder ist es wirklich, kommt man quasi direkt in so ein großes Treppenhaus rein und das geht bis ganz nach oben? Das ist eine Freitreppe, da ist quasi so eine, wie nennt sich das denn, so ein Walkway, der so rumgeht. Und dann geht es von da aus nochmal in Treppenhäuser mit so Türen. Und dann kannst du nochmal höher oder niedriger runtergehen. Lass uns nach oben gehen. Gehen wir nach oben? Ja, ich würde. Willst du hierbleiben? Ne, ich komme mit. Gute Wahl. Ich habe gewöhnt. Ja, dann geht ihr da rum. Was machst denn du draußen? Schön. Schön. Echt? Ja. Bleibst du da? Ich gucke, ob irgendwelche für unsere Sache verdächtigen Personen hier rein, rausgehen. Ich gucke, wer das Hotel verlässt und wer nicht. Gibt mir mal ein... Gibt mir mal ein... Tja, Wits Awareness. Null Erfolg. Ach shit, ja, dann kann ich dir leider nichts anbieten. Ja, ich bin auch... Noch eher damit... Ich bin mir selbst beschäftigt. Okay. Vor den Cops. Einer von den Polizisten würde aber tatsächlich auf dich zukommen. Und er geht zum Auto halt hin, ne? Ja, ist okay. Ich gucke, was er macht. Wo bist du genau? Steckst du dich? Oder sitzt du? Ne, ich sitze drei Meter weiter auf der Mauer. Die sahen nicht so hoch aus. Ne, ne. Das ist nicht so. Er sieht dich. Und sagt er... Sir, Entschuldigung. Was machen Sie hier? Was willst du? Ähm... Das ist ein aktiver Tatort hier. Sie können hier nicht einfach rumlungern. Vor allem nicht neben unserem Dienstwagen. Warum nicht? Ich sitze doch hier nur. Bitte verlassen Sie die Gegend. Naja, das ist ein freies Land, Mann. Äh... Packst du eine Hand an seine Waffe? Sicherlich. Sir, bitte verlassen Sie die Gegend. Mann, ey. Weißt du was? Weißt du, was flüssiger als Wasser ist? Polizisten. Sie sind nämlich überflüssiger. Ah, und ich gehe weg. Gut, dann wird es... Der nimmt die Anfahrt von dem Revolver und dreht sich um. Und geht ins Auto und macht er irgendwas. Ja, ich gehe auf die andere Straßenseite und setze mich da auf die Mauer. Ja, gut, schon mal besser. Er ist zufrieden auf jeden Fall. Ja, zurück zu euch. Was macht ihr? Wir gehen da hoch. Wir gehen da hoch und von der Galerie orientieren wir uns. Wir schauen nach dem nächsten Treppenhaus. Irgendwas abgesperrt oder so. Nee. Gebt mir mal Woods Investigation alle. Wer das Höchste hat, darf führen. Das bin immer noch ich, glaube ich, oder? Nee, Investigation, sorry. Das bin nicht ich. Dürfen wir überhaupt helfen, wenn wir nur so wenig haben? Äh, ja. Wir kriegen wahrscheinlich keine große Hilfe. Kriege ich was dazu? Nee, ich habe jetzt fünf. Ihr guckt ja auch mit. Du hilfst auch. Ihr habt ja Augen. Ja, auch. Und sie helfen kann ich. Kann die Katze auch helfen? Die Katze hilft ja schon. Und irgendwo. Sechs. Wo bist du? Nice. Sechs. Sechs. Ja, kein Crit, nix in der Richtung? Okay. Ja. Ihr wandert ein wenig durchs Treppenhaus, durch die verschiedenen Stockwerke. Entscheidet euch dann halt letztendlich wirklich für die höheren Stockwerke des... ...und in den höchsten Stock tatsächlich zu gehen. Und seht dann vor einer Suite zwei Polizisten auf Stühlen sitzen, links und rechts von der Tür jeweils. Sag doch, du bist eine Kollegin. Und dann lassen die mich rein, oder was? Ihr seid die Liebe mit den Fleischsäcken reden. Ihr schaut euch mich nicht so an. Ich gehe hin zu den beiden Polizisten. Ich halte den Mantel so ein bisschen... Möchte gern verängstigt zu. Okay. Und laufe auf hochrackigen Schuhen in Fluentlern. Entlang an denen vorbei, oder auf die... Nee, auf die zu. Ja, einer von denen, oder die reden sich beide so nach euch um und sagen, äh... Eine arme Miss. Sir. Sir. Ich... Ist... Stimmt das? Was stimmt? Ist Mike tot? Wir dürfen darüber keine Auskunft erteilen. Das heißt dann ja, oder? Ich gehe zu ihr hin und sage... Ich kann mich weder bestätigen noch verneinen. Lassen Sie mich zu ihm. Ich gehe ihr hinterher und, äh... Lauf ihr hinterher und lege ihr so die Schulter. Alles ist gut, alles ist gut. Ich stoße da die Hand weg und, ähm... Versuche anzufangen zu an. Miss. Miss. Was versuchst du? Versuche anzufangen zu weinen. Also du weißt, dass Vampire, Kaniten nur Blut weinen können. Oh fuck. Ja, dann lass die mich bestimmt rein. Also du würdest wissen, dass das jetzt nicht ratsam wäre. Dann fang ich einfach an so zu schluchzen. Ja, das ist in Ordnung. Äh, Miss, tut mir wirklich sehr leid, wenn Sie den... Tut mir leid, aber ich kann Sie nicht reinlassen. Das ist ein aktiver Tatort. Sie könnten Beweise vernichten. Aber können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Sie sind doch die ganze Zeit bei mir. Sie sehen doch, was ich mache. Ich will... Unser Kollege ist drin. Der sieht sich schon genug an. Dann lassen Sie mich zu Ihrem Kollegen. Miss, bitte gehen Sie jetzt. Das kann ich leider nicht machen. Äh, tja, was möchtest du denn machen? Hast du dein Ohr noch an? Ja. Das hält die ganze Szene. Die Szene, aber auch für andere Ziele da noch einmal? Ja, für alle. Okay, alles klar. Everyone in the presence of the vampire. Weißt du das noch? Ich glaube nur einen, aber... Aber ich darf es einfach... Also hier steht, ich darf es einfach jedes Mal auf... Also ich darf auf jeden Check mit Persuasion oder Performance darf ich meinen Presence mit draufrechnen. Genau, aber die dürfen sich ja dagegen wehren. Also ist das für jeden Neuen. Die können sich doch versuchen dagegen zu wehren, oder nicht? Oder nur bei Vampiren? Gegen das Ohr? Ja, oder geht es nur mit Vampiren? Nee, theoretisch dürfen die sich, glaube ich, dagegen wehren. Manipulation plus Presence versus Composure and Intelligence. Das müsste bei System stehen. Dann würde ich denen mal... Ja, aber bei System steht nur, was das mir bringt. Dann würden sie versuchen, sich dagegen zu wehren. Mit einem Erfolg schaffen sie es allerdings nicht. Ja, äh, Miss... Anyone aware... Anyone aware that they are being affected can try to resist. Achso, also die nicht. Okay, das ist ja cool. Dann ist das einfach für Immortals sowieso immer. Dann macht ja viel mehr Sinn. Du bist ja überall ein natürliches Wesen in dem Sinne. Äh, Miss... Ich weiß nicht. Das... Und, äh, du müsstest mir dann nochmal ein Charisma Subterfuge Wurf geben. Charisma Subterfuge? Mhm. Nicht Persuasion? Äh, nee, da du ja versuchst, dich da reinzulügen fast schon so ein bisschen. Du meinst ja, du kennst den und alles. Nee, dann kriege ich den Bonus nicht. Für... Für... Darüber. Wohl doch... Wollen... Nee. As well as other Charisma Related Roles. Ja, siehst du. Okay. Also, hab ich eins, zwei, drei, vier über Charisma. Einen über Subterfuge. Für Social Encounter. Einen über Presence. Darf sie mir helfen, äh, dass du mir helfen, weil du die Lüge unterstützt? Ja, gut, mach's. Jetzt wär's geil, wenn's ein Fehlschlag wär. Äh, es sind zwei Erfolge. Äh, ja. Hm. Miss, ganz ehrlich, sie sind mir wirklich sehr sympathisch. Danke. Aber, das kann ich nicht machen. Ich kann sie nicht auf einen aktiven Tator lassen, das geht nicht. Ich werd nicht, ich brauch diesen Job. Ich muss meine Familie ernähren. Da drin liegt ein guter Freund von mir. Und wenn ich sie richtig verstehe, dann ist der tot. Und sie wollen mir die Möglichkeit verweigern, mich von ihm zu verabschieden? Miss, sie können sich verabschieden, sobald der Fall hier geklärt ist und die Leiche... Der Körper dem Leichen schaust. Ja, der wohl jetzt kein besonderes Guter zugeführt wurde. Ich glaube, du erinnerst dich nicht mehr daran, was wir gerade gesagt haben. Machst du das auf beide? Die da sitzen. Okay, er, äh... Seine Augen... Wir rollen einmal so nach hinten. Miss, Sir, äh, was machen sie hier? Möchtest du doch nicht einen Rast-Check für was? Nein, muss ich nicht. Ist free, glaube ich, tatsächlich. Ich kann einfach was machen. Ja, die letzten paar Minuten können wir einfach löschen. Reset. Also, zweiter Versuch. Ja, wir sagen einfach, du machst das nochmal. Mike! 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 Mike, ist er da drin? Ist er da drin? Mike! Mike! Komm! Ich, ich. Nein, lass mich! Mike! Lassen Sie mich zu ihm! Lassen Sie mich zu Mike! Eileen! Ja? Kannst du das nochmal machen, was du gerade mit ihm gemacht hast? Das ist recht, recht auffällig. Also, mir ist das... Ich denke, okay, wenn du das immer machen kannst, dann kannst du das nochmal. Ich hab eine bessere Idee. Schau, da wird dein Bösen teilnehmen. Warte mal, hey, vielleicht klappt das doch. Du darfst... Ich würde dir noch einen Wurf geben, aber ihr könnt den auch nochmal versuchen. Oder machst du das jetzt schon? Ich würfel jetzt einfach nochmal. Ich würde sagen, du bist völlig scrampig. Kann ich mal... Kann ich mal Subdifuge. Subdifuge Presence. Hier, mein... Ich helf dir wieder. Ach so. Brauch ich nicht. Äh, sieben. Crit aber nicht, ne? Nee, kein Crit. Krass. Aber alles Erfolge. Mike! Der sieht ziemlich mitführend und bestürzt aus. Der... Ich habe auch einen Bruder verloren. Nicht verschieden. Aber machen Sie schnell, ja? Und sagen Sie, das geht okay, dass die hier drin sind. Mira, machst du die Tür auf. Ach, die Tür war zu. Ja, genau. Andrew, es geht schon in Ordnung. Familienangehörige. Ne? Hat das gesagt? Ja. Familienangehörige. Und die lassen euch tatsächlich auf die Cramps ziehen. Okay. Und die Cramps, ja. Ja, und ich bin die Mutter und die Tante und ich suche nach einer Katze. Ich bin die Mutter und die Tante. Gut, dann kommen wir wieder zu. Charlie. Was war denn, du kommst? Die stehen noch vor der Tür inzwischen wieder. Also beide. Der eine hat sich aus dem Auto schnell mal ein Funkgerät geholt. Labert mit irgendjemandem. Und steht aber mit dem anderen an der Tür. Und dann siehst du, wie der eine verdutzt, guckt so ein bisschen. Und zu einem Kollegen was sagt. Und die dann reingehen. Okay. Ist jetzt kein Cop mehr draußen? Momentan nicht. Okay. Kann ich die Tür des Cop Autos öffnen? Kannst du versuchen. Ich meine, es ist geschlossen. Okay. Was machst du? Versuchen. Das Auto. Achso, nee. So einfach geht es nicht. Dann, äh, zerstache ich mit der Schere die Reifen hinten. Mhm. Da brauchst du keinen Wurf für das, hast du. Einfach, weil du ein Punk bist. Fuck the police! All cops are arrested. Da kannst du irgendeine Storyline machen. Und, äh. Dann glaube ich doch immer wieder. Gehe ich zum Hotelergang und gucke, wo ich Polizisten sehe. Äh, du siehst die tatsächlich für den Moment an der Rezeption stehen. Oh, dann gehe ich wieder ein bisschen aus dem Blickfeld vom Eingang. Ja, ja, aber, äh, die sind mit dem Rücken zu dir, in dir gewandt momentan. Dann, äh, spreche ich mich rein und gucke, ob ich mich hinter irgendeinem Vorhang erstmal verstecken kann. Dann gib mir doch mal. Einen. Dexter. Dexter. Dexter, ja. Äh, das ist leider nur einer. Aber das ist immerhin eine Zehn. Äh, da die halt ziemlich abgelenkt sind momentan, würde ich sie erst sogar damit durchgehen lassen. Okay. Und du kannst dich reinschleichen. Bist nicht super leise, machst ein paar Geräusche, aber die scheinen halt im Gespräch zu sein. Äh, deswegen wirst du nicht bemerkt. Okay. Ich versuche mich da ein bisschen näher anzuschleichen und zu hören, was du sagen. Ja, ähm, die beiden sagen nochmal, äh, zu der Rezeption, äh, also du schleichst dich an die Rezeption rein. Die ist relativ offen. So, so nah, wie ich kann, in der Hoffnung da was zu hören. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also du müsstest dich da schon ziemlich weit in die Mitte bewegen, denn das ist, glaube ich, dann, wenn du dich da so hinstellst und hörst, das ist ein bisschen offensichtlich, ne? Dann, äh, warte ich jetzt mal auf und versuche dich aus meinem Versteck zu beobachten. Genau, die reden einen ganzen Moment mit der Rezeption, die nickt einmal, äh, ja, ja, hm, und dann gehen sie wieder an ihren Posten. Also gehen sie alle raus? Hm? Die beiden Polizisten gehen raus, ja. Okay. Ähm, gut. Rezeptionistin guckt aber noch ins Foyer. Guckt noch ins Foyer. Sieh dich aber nicht. Hinter so einem Foyer. So mit den Händen außen. Scheiß Establishment. Ich, äh, pinkel kurz gegen den Vorhang. Moment, wie pinkelst du bitte? Geht das als Foyer nicht? Du kannst vielleicht Blut pinkeln. Oh. Umso besser. Dann erhöht sich der Mund. Dann erhöht sich der Mund. Du bist tot. Ja, dann geht das ruhig. Schade, was? Schade. Und warte drauf, dass ich eine Gelegenheit ergibt, dass ich irgendwie zum Treppenhaus komme. Dann gib mir nochmal einen Deckstaff. Ich muss immer da gehen. Leider wieder nur einer. Sie hat keinen. Also schaffst du es tatsächlich. Mit so einer Topfpflanze. Ja, so Solid Snake mit so einem Pappkarton. Ja, dann schaffst du es tatsächlich, zum Treppenhaus zu gelangen. Okay. Ja, dann würde ich einfach mal hochgehen, in den Korridor gucken, ob ich jemanden sehe. Wenn ich keinen sehe, gehe ich hoch und gucke in den Korridor. Ja, du machst dieses Spiel eine Weile, bis du halt auch oben ankommst. Und dann diese zwei Polizisten auf den Spielen sitzen. Ich gucke mal sehr vorsichtig und dann schnell wieder. Ja, aber du siehst halt, dass die da sitzen, miteinander reden, irgendwie im Gespräch sind gerade. Und du so ein bisschen hörst so, die arme Frau, so nach dem Motto, die hat aber noch eine Großmutter dabei. Und eine Tante. Muss ein beliebter Mann gewesen sein, nach dem Motto. Ich kann ja die Zimmernummern sehen. Kann ich sehen, vor welcher Zimmernummer die sind? Das ist der dritte Stock, oder ist das der vierte? Vierte, ne? Der oberste da? Das ist halt drei, mit den obersten Fenstern, ja. Da ist aber noch ein Penthouse-Dose. Vierte oder dritte? Dritter mit Fenstern. Also ihr seid nicht im Penthouse, ihr seid... Okay, ja, dann dritter. Dritter. Dritter, ja, dann siehst du halt 330, 331. Okay. Ja, dann gehe ich mal ganz entspannt in den Korridor lang. Wenn wir so sagen, es ist 334, 334 und gebe dann eine Cese an den Prozess. Sir, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche 334. Wo ist denn das? Der zeigt sich auf das Nebendem, wo die sitzen. Okay. Ah, ja, danke. Was ist denn hier los? Aktive Tatort, Sir. Wir können leider nicht darüber reden. Okay. Ich klopfe an die Tür. Bei dem, nein. Ich hoffe, dass da keiner drin ist. Hallo, Mr. Miller. Moment. Oh, du hast echt Schweineglöck. Okay, ich klopfe. Mir ist nichts. Ich gucke so zu den Polizisten. Ja, ihr hört von drin, geht mir mal. Gebt mir erst mal genau. Erst mal müssen wir euch weitermachen. Sorry. Alles gut. Kein Stress. Never split the party. Oder eine Klüngel. Ja, was für eine Klüngel. Das war ein gutes T-Shirt. Genau. Ihr seht da drin. Nee, ich bin die Tante und die Große. Die Person schaut euch so an, okay, als das von draußen gesagt wird, ja, ungewöhnlich, gut, okay. Ja, passen Sie bitte auf, dass Sie hier nichts kaputt machen. Bitte treten Sie nicht in die Blutlachen. Und was ihr seht dort, ist um einiges elaborierter als an den bisherigen Tatorten. Das wirkt aufwendig in Szene gesetzt und drapiert fast schon. Zwei Leichen, mehrere Leichen extrem zerschunden. Zwei? Ja. Okay. Und die Szene kommt euch bekannt vor. Und dann hört ihr, nachdem ihr da eine Weile halt erst steht und euch das genau anguckt, hört ihr von draußen halt, was ihr besprochen habt, eben mit dem Polizisten, was du mit dem Polizisten besprochen hast. Ihr hört da halt die Stimme von Charlie. Ja. Gesund. Gesund. Danke. Ich ergänze meinen Mundschutz, den ich ja sowieso schon trage noch um die Sonnenbrille und richte mein Gesicht da drauf, aber mein Blick ist diffusier eigentlich. Ich gucke mir die Toten an. Beziehungsweise, nein, ich stehe erst mal und starre in mich versogen. Ihr stört und hört Charlies Stimme von draußen. Ist der Miller? Ja, genau. Ich bin bei mir, ich höre gar nichts. Soll ich nach Charlie gucken? Ich kann nach Charlie gucken. Du machst die Tür auf. Ja? Ich würde es nicht tun, aber... Du machst die Tür auf. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, mach ruhig. Okay. Du machst die Tür auf, siehst du, zwei Polizisten, die gucken dich so an. Merz, geht es Ihnen nicht gut? Migräne, Migräne. War da gerade ein Charlie? Das erklärt nicht das Gesicht. Migräne. Charlie, ja, gehört der zu Ihnen? Du siehst sie direkt daneben. Du stehst, hey, ah, hier, Tate Petunia. Da wüsst du ja, ist Mr. Miller mit reingekommen? Ja, ja, Mr. Miller ist hier reingekommen. Gib mir mal einen Wurf. Irgendwas. Man nimmt ja auch einen Wurf. Manipulation, Subterfuge. Manipulation, Subterfuge. Weiter, es wird in höheren Polen. Ich nicht. Ich habe drei. Ich habe zwei. Dann darfst du das machen und der dir helfen. Also habe ich vier. Vier hat er dann. Okay, ich bin gerade noch beschäftigt. Oh, das sind vier Successes und einer davon ist ein Critical, ein Regular. Ein Regular. Ja, gut, natürlich, natürlich. Familie sollte nicht getrennt sein, vor allem in so einer schlimmen Zeit. Gehen Sie rein, aber bitte, bitte, seien Sie vorsichtig. Ja, danke mal an, danke mal an. Ich gucke so hinter mich und sehe, wie ihr beide reinkommt. Ich gucke hinter mich und sehe, wie ihr beide reinkommt. Tür zu. Ja, und drin steht immer noch die andere Person, von der ihr den Namen nicht wisst. Äußerst ungewöhnlich. Ui, ui. Wie heißt der? Die haben den Namen gesagt von dem. Andrew. Habt ihr euch den Namen gemerkt? Andrew. Ne. Irgendwas mit A. Tja, naja, auf jeden Fall steht ihr da jetzt drin und euch bietet, also dir bietet sich jetzt dieselbe Szene. Wie gesagt, leichen aufwendig in Szene gesetzt, fast schon drapiert, verwunden, zerschunden, er verwundet es uns zerschunden, extrem sogar. Und auch dir kommt diese Szene bekannt vor. Gib mir mal, oder gebt mir nochmal ein Woods Awareness. Jeder oder einer. Ja, aber du guckst dann weg wahrscheinlich von den Leichen, ne? Du guckst nämlich weg von den Leichen. Einen, okay. Ne. Drei. Drei, ja. Critical Miss. Zwei. Zwei, okay. Whipower? Machen wir Whipower, genau. Aber das wäre der Hunger. Das ist ja der Hunger, aber für den Dörf. Achso, das darf man nicht. Hunger darf man nicht. Aber wenn die anderen succeeden, dann ist es egal. Der Critical Miss. Achso. Zwei. Ich hab zwei. Zwei Erfolge. Zwei. Da ist ein Würfel runtergefallen. Weil es reichen ja zwei. Reichen zwei? Musst du gucken. Ah, der Star bei der Steckdose bei dir unten. Ja, das ist keine hohe Schwierigkeit. Zwei. Der Critical Failure ist nur wichtig, wenn das Gesamte fällt. Okay. Zwei. Genau. Ja, dann seht ihr alle an der Wand in roter Farbe oder Blut beschrieben vier für vier. Und wir schneiden in eine Flashback-Szene. Yay! Oh no! What? Kapitel drei. Monster wie wir. Und jetzt kriegt ihr erstmal Handouts kurz. Jawohl. Keine, keine langen. Aber für die Szene sind da so ein paar Hinweise, die ihr beachten solltet, wenn wir das jetzt machen. Szene 1. Verlorene Unschuld. In den frühen Morgenstunden gegen ein oder zwei Uhr findet ihr euch in einer Hotelsuite mit mehreren Räumen wieder. Ähnlich in der, in der ihr gerade wart. Der Nebel der Raserei lichtet sich langsam von euch, als ihr über der blutigen Leiche eines Menschen steht. Ihr seid bedeckt von Blut. Was tut ihr? Wir sind alle da. Ihr seid alle da. Also alle eine Leiche oder jeder über einer Leiche? Nein. Ihr steht, als Klüngel, ihr seid halt vor einer Leiche quasi. Scheiße, 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 scheiße. Ich gucke mich um und schaue, ob ich irgendwo was zum Saubermachen für mich. Du findest eine Decke auf dem Sofa, du findest im Badezimmer ein Handtuch. Ja, irgendwie Seife. Ja, Seife, Flüssigseife ist da, aber es ist halt Blut. Aber ja, du putzt, ne? Ja, ich versuche, Putzmitte zu finden. Ich glaube, das ist jetzt auch schon egal. Was macht ihr? Was macht ihr? Ich schaue mich so an und sehe das Blut, will das irgendwie so, so weniger von Händen und Gesicht, aber von der Kleidung irgendwie wegkriegen. Und als ich merke, dass es wahrscheinlich nicht zu viel sein dürfte, würde ich ein Waschbecken suchen. Auch das Badezimmer ist halt nah dran, also wo er die Handtücher hergeholt hat, ja. Genau. Ich stehe da, schaue auf die Leiche. Erkenne ich ihn, sie? Äh, nein. Nicht wirklich. Also... Dann ziehe ich mein Handy raus? Äh, du hast kein Handy, ja. Hat jemand ein Handy? Was ist ein Handy? Handy? Als ihr... Genau. Ah, fuck. Ja. Und ihr hört von draußen, jo, jo, jo. Und dann wird ohne Vorwarnung plötzlich die Tür aufgestoßen und ein offensichtlich betrunkener Partygänger kommt rein und ruft, ey, Kokslieferung! Und der hat so ein Hawaii-Amt an und ist offensichtlich halt betrunken. Und als er auf einmal die Szene sieht und euch will anfangen zu schreien. Ich ziehe ihn rein und schlag die Tür zu. Ja, er schreit trotzdem. Ah, was ist hier los? Und dann beiß ich ihn. Ist schon satt. Äh, dann würfel mal... Ich glaube auch, ich bin ziemlich satt. Gib mir mal ein... Was würfelt man da? Ein W10, Alter. Okay. Äh, eine 7. Also ein Erfolg. Bringst ihn nicht um. Schade. Äh, ich würde ganz kurz panisch die Tür aufmachen und gucken, ob noch jemand über den Flur läuft. Äh, im Moment siehst du keinen, der da... Okay, dann würde ich die Tür zumachen und abschließen. Okay. Ja, genau. Was macht ihr? Er liegt da und... Wo ist das Koks? Äh... Der hat halt so ein kleines Tütchen, so ein Päckchen. Bin ich blutüberströmt? Okay, du nimmst das Koks. Ihr seid alle blutüberströmt. Okay. Ich ziehe mich aus. Mal wieder. Dann ziehe ich ihn aus. Ja. Und ziehe mir seine Sachen an. Okay, ja. Passt dir vielleicht. Mal gucken. Es ist mir auch egal, auch wenn es mir nicht gut passt. Okay. Es ist nachts. Ja. Also draußen... Frühmorgensstunden. 1, 2 Uhr so. Das heißt, es ist draußen dunkel. Mhm. Noch. Noch. Ähm. Ich gehe ins Bad und wasche mir so gut es geht. So viel Blut wie möglich von meiner Haut. Und du hörst aus dem Nebenraum von derselben Hotelsuite, in der ihr euch gerade befindet, weil das ja wie gesagt in den mehreren Räumen ist, von einem anderen Sofa, was da steht. Und du so, äh, was soll denn der ganze Krach? Leute, wollt ihr hier den Sofa ausschlafen? Und von außen, von der Tür? Dum, dum, dum. Hey! Das ist geht da drin. Vorsicht, aufmachen! Wie ist die Leiche verletzt? Komplett zerrissen. Zerrissen? Nicht zerrissen, aber mutilated, sag ich mal. Über Schnittwurten, überall Biss. Irgendwo Klingen zu sehen hier? Bitte? Irgendwo Klingen zu sehen? Äh, nein. Tatsächlich nicht. Und jetzt, wo ihr euch genau umguckt, seht ihr auch noch weitere Leiche, die am anderen Ende des Raumes liegen. Wie viele? Bis jetzt habe ich hier zwei gefunden, in dem Raum jedenfalls. Hey! Es wird immer stärker. Ich gehe an die Tür, ähm, wer, 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 wer ist da? Aufmachen, sofort! Warum und wer, wer ist da? Was geht da drin? Vorsicht, wir haben, wir haben Streie gehört. Wir, wir hatten den, wir, wir... Du hörst wie, auf einmal die, die Tür, als wenn sich da immer der Gegenschmeiß ganz heftig. Und wir wechseln zu Szene 2. Sollen wir lesen? Äh, ja, könnt ihr gerne machen. Szene 2. So hungrig. Wir befinden uns in der Lobby eines großen Hotels, in der momentan viele Menschen umherschwirren. Es ist die Afterparty einer großen Konferenz und die Stimmung ist hervorragend. Jeder der Anwesenden hat sich inzwischen im kostenlosen Alkohol, der lauten Musik und, äh, der Gesellschaft der Mitfeierenden verloren. Jeder, außer euch. Ihr habt es euch bisher verweigert, vom Blut eines Menschen zu trinken. Und der Hunger schwächt euch zusehends. Ihr wurdet von einer Mitkainietin, Sam, welche euch die Wege eurer Art zu lernen versucht, auf diese Feier geschickt. Was tut ihr in dieser Situation, wo Menschen allgegenwärtig und eure dunklen Impulse stark sind? Ich versuche mich irgendwo in der Ecke zu verziehen. Okay, du ziehst dich in der Ecke, ja, was machst du, Twyna? Ich gehe auf die Toilette und versuche mich in der Kabine einzusperren. Okay, du sperrst dich ein. Es fällt euch wirklich schwierig, an diesem Menschen vorbeizugehen. Ihr seht die Adern auf den Hälsen pulsieren, weil es natürlich auch warm ist hier drin inzwischen. Die Leute sind angetrunken, haben Spaß. Was macht Paul? Rennen. Ein bisschen planlos durch die Liegen. Planlos? Ja. Kann sich nicht so richtig entscheiden, geht irgendwie in die eine Richtung. Doch, du stolperst in eine Richtung, siehst das offene Dekolleté einer Frau und die auf eine Vene, wie sie sich hier langzieht und posieren ist. Und du drehst dich in die andere Richtung, siehst einen Mann, der auch ein offenes Hemd trägt, hier so ein bisschen mit Ausschnitt und siehst dann auch wieder Haut überall. Und was macht Aileen? Ich schließe kurz die Augen, atme einmal, zweimal und dann renne ich zur nächsten Tür, auf der steht Sorte Verboten oder Stuff Only. Ja, Stuff Only, findest du. Du rennst quasi zur Küche, Stuff Only, durch diese Drehtür quasi da. Und ich suche mir den nächsten leeren Raum, den ich finden kann. Ja. Dann schneiden wir tatsächlich direkt wieder zur Suite, in der wir uns eben befunden haben. Oh, scheiße. Also original. Nein, die von eben in der letzten Szene des Flashbacks. Achso, Szene 3, nein. Szene 1 Flashback. Szene 1 Flashback. Wir schneiden zurück zur Suite, in der sich... Nee, wir schneiden zurück zur Hotel Suite, in die ihr euch geflüchtet habt, um von all den Menschen wegzukommen. Von dem Krach, von dem Blut, von dem... Von dem Biest. Aber es gibt kein Entkommen, ihr wisst, es gibt keins. Es ist überall und in dem Raum. In dem Raum befinden sich auch noch Menschen. Ihr seid in eure Suite gegangen, die die Sermore zugeteilt hat. Und als ihr die Suite betretet, ja, befinden sich dort, wie gesagt, mehrere Menschen. Und die schauen euch an. Mhm. Und gehen. Als ihr ankommt. Steht das da an, wo wir eben aufgehört haben? Oder... Nee, das ist davor. Davor. Davor noch. Genau. Ihr kommt da rein. Die Menschen schauen euch verdutzt an. Ein bisschen, weil ihr seht ja auch nicht ganz normal aus inzwischen. Ihr seht ein bisschen ausgehungert und vielleicht auch ein bisschen mehr untot als normal aus. Und gehen. Alle bis auf einen. Der junge Mann bewegt sich auf euch zu und sagt... Ich bin für euch hier. Und eure Sicht wird... Blutrot. Du verrückter Typ, verschwinde doch! Das Biest verschlingt eure Sinne. Und es gibt nur noch den Hummer. Szene 3 Bündnis aus Blut Ihr befindet euch in einem der Räume eurer Suite. Weit ab von der verursachten... Unordnung. Sam ist inzwischen bei euch und hat im Gegenzug für zukünftige Gefallen versichert, dass sie helfen wird. Ähm... Was habt ihr vor mit der Sauerei jetzt so machen? Habt ihr völlig den Verstand verloren? Wisst ihr eigentlich, was das für Konsequenzen haben kann? Wer sagt denn, dass wir das waren? Wer sagt denn, dass ihr das waren? Ihr habt mich gerufen, um euch zu helfen. Und jetzt willst du mich anlögen? Nein, ich... Morde passieren immer wieder. Genau. Was habt ihr... Was schlagt ihr vor, was wir tun sollten? Sir, was hast du denn gedacht? Du hast das mit uns gemacht. Ich hab gar nichts mit euch gemacht. Ich hab gesagt, ich zeige euch den Weg. Ich hab gesagt, ich helfe euch. Ich hab nichts mit euch gemacht. Ganz einfach, das war nicht wir. Wer war's denn sonst? Ist das... Irgendjemand. Irgend ein Verrückter. Die haben letztens, ähm... Ich hab da so ein... Ich hab mal so ein Buch gelesen. Und das war so ein Irrer, der immer Leute... Immer wieder und immer grauenhafter vielleicht würde sowas paschen. Ja, ja. Das klingt verrückt, aber es... Vielleicht funktioniert das... Sam, wenn es zu viele Spuren gibt... Dann schaffen wir noch mehr. Dann schaffen wir noch verwirrender. So, dass man keine Möglichkeit hat, uns zu verdächtigen. Dass... Dass man nicht an uns denkt. Was schlägst du vor? Ich weiß nicht. Was schlägt dir vor? Verrückt ist. Lass uns... Lass uns ein Werk daraus machen. Lass uns irgendwas... Und ich... Es ist... Es ist... Wir sind direkt da. Ihr seid da noch. In der Nebenraum von der Suite, wo die Unordnung, die ihr angerichtet habt, noch liegt. Ich nehme Sam bei der Hand und führe sie zurück in das Zimmer der Unordnung. Und dann greife ich mit der Hand in das Blut neben einer Leiche und fange an, an die Wand zu schmieren und zu malen. Was malst du daran? Ich fange zuerst an, wirre Muster zu malen und irgendwann schreibe ich 4 für 4 an die Wand. Das könnte tatsächlich funktionieren. Wir müssen die Statistiken wahrscheinlich ein bisschen beschönigen, damit es später glaubhaft wird, aber... Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Ihr schuldet mir was. Und nicht nur kleinen Gefallen, keinen etwas größeren Gefallen. Ihr schuldet mir etwas. Ich fange an, H-Locken abzuschneiden. Okay. Und ihr versteht wahrscheinlich auch, warum ihr, seit das passiert ist, das sag ich jetzt als Spielleiter, nicht mehr darüber gesprochen habt. Oder nicht oft darüber gesprochen habt. Da ihr effektiv die Maskerade zusammengebrochen habt. Und nur dank Sam nicht der Sonne und somit dem finalen, dem endgültigen Tod ausgeliefert wurde. Dadurch formt sich ein Klüngel aus Kainiden, die nur knapp dem Tod entkommen sind. Und somit beginnen wir Kapitel 4. Was sollten wir mit Monstern machen? Szene 1. Um was sich alles trägt. Wo befindet ihr euch momentan? Es sind einige Tage vergangen, nachdem ihr am Tatort des letzten Opfers wart. Habe ich Minka wieder? Ja, ja, Minka ist wiedergekommen. Habe ich wiedergekommen. Sehr schön, sehr schön. Der hat auch ein Zuhause. Der hat auch ein Zuhause. Die zwei senilen Alten, dann hätte ich lieber die Katze bei mir. Sie ist besser. Er. Du. Der undra senilen Alten. Was? Nicht. Genau, wohin seid ihr gegangen nach dem, also wo seid ihr gerade? Was denkt ihr? Wahrscheinlich ein Wohnmobil, oder? Ein Wohnmobil, ein Stück außerhalb der Stadt. Ein Stück außerhalb? Ich wäre viel weiter gefahren. Ich wäre einfach straight nach Süden gefahren. Interstate. Weg von dir. Also ihr habt den Auftrag noch nicht erledigt. Ich wollte gerade sagen, also... Nee, 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 nee. Ich würde auch sagen, wir verlassen die Stadt nicht, bevor wir das nicht geklärt haben. Es gibt immer noch einen Killer, den ihr finden sollt. Aber das müsst ihr wissen. Ihr könnt machen was ihr drauf. Ja, dann... Parken wir erstmal nochmal irgendwo. Dairyland Park. Weil, gut, wir müssen noch den Killer finden. Und wir haben noch ein paar Clues. Aber wir sind, glaube ich, alle ein bisschen geschockt noch. Wir haben jetzt ein paar neue Clues, würde ich sagen. Also, ihr, wie gesagt, habt die Szenerie gesehen und die kam euch halt bekannt vor. Also, das war eins zu eins in etwa so das, was ihr damals veranstaltet habt. Na. Also, nicht im Flashback, aber als wir im Raum waren. Wer hat dann nochmal dieses... Da war ja auch schon was an der Wand. Nicht nur im Flashback. 4 für 4, ja. Genau, war das nur eine Erscheinung oder war das wirklich dort? Das war es dort. Okay, das haben wir noch nicht mehr so. War das Blut? Also, ja. Geht ihr von aus. Es war geschmiert und da war überall Blut. Okay. Ich habe seitdem nicht mehr gesprochen. Ich habe mich überall hingefahren und zugehört, aber nicht mehr gesprochen. Ich habe mich hauptsächlich mit der Katze beschäftigt. Ja, ich glaube, dass wir ein sehr persönliches Interesse daran haben, diesen Fall aufzuklären. Hat Sam das gewusst? Hat Sam das gewusst? Ich habe sie letztes Mal angerufen. Du hast mein Telefon. Ich habe sie letztes Mal angerufen und ihr wisst, wie das geendet hat. Das kann kein Zufall gewesen sein. Sie ist doch die Einzige, die davon weiß. Warum sollte sie uns dann darauf ansetzen? Die Morde, die vorher waren, vor der Hotelszene, haben aber nichts mit einem Flashback zu tun. Oder haben die auch eine Beziehung dazu? Also erinnert uns das auch an uns. Jetzt, wo ihr euch halt zurückerinnert, sehen die sich schon ziemlich ähnlich, die Opfer von damals und die von jetzt nicht. Natürlich nicht dieselben, aber vom Typ. Aber ich meine, also die Morde, das andere war ja an dem Gully und in der Waldlichtung. Achso, nein, das ist völlig nichts mit... Da habt ihr jedenfalls keine Zusammenhänge bis jetzt gesehen. Okay. Also mit den Locken hat es Sinn gemacht, dass ich die in den Flashback genommen habe oder nicht? Okay. Okay. Ja, vielleicht hat das auch gar nichts miteinander zu tun. Eileen hat das gleich an die Wand geschrieben. Wie kann das nichts miteinander zu tun haben? Tja, Zufälle gibt es immer wieder. Und das liegt jetzt nur an mir oder was? Das ist jetzt der Zusammenhang. Der Zusammenhang ist der Text, nicht du. Du hast Locken abgeschnitten. Ich weiß. Ich ruf's dann an. Ja, du wartest doch nicht lange. Ja, Sam Stokes. Sam, wie ist er liegen? Hallo, Eileen. Habt ihr Vorzülle gemacht? Hm. Hast du das... Hast du's gewusst? Sam? Du hast gewusst. Viel, 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 viel. Was fängst du mit so alten Geschichten an? Das ist keine alte Geschichte, deswegen fange ich damit an. Du weißt, wir wollten da nicht mehr drüber reden. Ja, aber wir müssen drüber reden. Wieso müssen wir da drüber reden? Weil genau das Gleiche... Weil das genau das ist, was uns hier vorgesetzt wird. Wovon redest du? Wir waren... In einer... Wir haben versucht, die Morde zu untersuchen. Und dachten, dass wir Fortschritte machen. Und dann sind mehr Morde passiert. Und wir sind in ein Hotel gekommen. In einem... In einer Hotels-Suite. Wo... Und es war genauso inszeniert wie... Wie damals. Es sah genauso aus. Das Blut. Die Toten. Die Wunden. Und die Schrift. Wer weiß davon, Sam? Wer außer dir weiß davon? Davon weiß niemand. Sam, verarsch mich nicht! Wer davon weiß da? Ich habe alles unter den Teppich gekehrt. Die Polizei-Akten begraben, die... Ja, dann sag mir, wer den Teppich weggenommen hat. Ich meine, vielleicht... Ich rufe euch wieder zurück. Und jetzt macht er mal Klick. Sam! Und, äh, ja. Sam, ja. Erstmal, wenn ihr noch kurz was machen wollt. Was war der Nachname, der gerade genannt wurde? Bitte? Als das Telefon abgenommen wurde. Welcher Nachname wurde da genannt? Vielleicht habe ich mich jetzt versprochen, weil ich... Okay, gut. Sollte Stokes sagen? Ich hatte da einen anderen Stellen. Ja, Madame Sam Stokes, aber richtig. Ja, ich dachte, ich hätte mich versprochen. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ja. Das ist, so kennt ihr eure Meisterin. Okay, ich hatte irgendwie... Wie sieht gerade noch von diesem verkackten Krawattenträger? Ja, klar. Aber willst du den jetzt wirklich einrufen? Natürlich. Jetzt setzt du auf Sam an, verdammt. Tatsächlich klingelt jetzt das Telefon. Welches? Also nach einer Weile, wenn ihr euch noch ein bisschen unterhalten. Also ich würde höchstens noch anmerken. Ja, du genau. In diesem Gesprächs hatte ich so meinen Kopf ziemlich in Minka vergraben. Und wenn keine Einwände, die M-Saitens bestehen, dann würde ich vielleicht ein bisschen geweintes Blut sowohl vom Fell als auch von meinem Gesicht entfernen. Ja. Dann, oh. Du hast geweint. Wie viel? Nicht viel, aber gegen Ende des Gesprächs, als es ein wenig energetischer wurde. Okay. Ist okay. Ja, dann klingelt dein Telefon wieder. Meins. Oder? Sorry, du hast... Also das, was angerufen hat. Das Telefon, was eben angerufen hat. Johannes Telefon. Also meins. Ja, ja. Ich schaffe auf Lautsprecher. Ja. Genau. Ich gebe es nicht gern zu, aber es scheint mir damals eine... Hm. Und ja, Fehler klingt so. Naja, es scheint mir etwas in Gang zu sein damals. Ich habe die Identität von einer Verwandten der Opfer, sagen wir, übersehen. Josh Darin, einer von denen, die ihr damals unglücklicherweise aus dem Leben entfernt habt. Noch eine lebende Verwandte, Martha Darin, meine Schwester. Ca. eine Stunde mit dem Auto von Athens entfernt. Und scheinbar, laut Polizeiberichten, hat sie seit damals auf eigene Faustuntersuchungen angestellt. Wer macht denn sowas? Ich möchte euch bitten, dieses lose Ende zu beseitigen. Mitverdüben. Ja, die gibt euch eine Adresse per WhatsApp. Achso, ich wollte es schon auflegen. Ja, also selbst wenn du es machst, dann würde die noch, würde die die Location schicken. Okay. Ja, wir sind unterwegs. Ja, Moment. Macht ihr noch irgendwas vor? Eine Stunde. Wir fahren im Umkreis jetzt. Nein, wir geben noch einmal den Benefit of the Doubt. Ja? Ja. Irgendwas sonst noch machen, bevor ihr hinfahrt? Also wenn ihr wollt, ja. Müsst ihr das. Nee. Nee. No. Achso, wenn wir zwischendurch eine Straßenhure finden, würde ich noch trinken. Ihr findet ganz sicher irgendwo eine Straßenhure. Ja, das braucht dann. Oder irgendwen. Oh ja, das finde ich definitiv auch. Ihr könnt euch alle einen Hunger wegstreichen. Einen? Was? Aber wir können noch nicht, den letzten können wir noch nicht wegstreichen, oder? Nee, den letzten könnt ihr nicht wegstreichen. Aber können wir schon. Aber können wir schon. Wenn ihr den umbringt, den Menschen, dann könnt ihr euch den letzten wegstreichen. Nee, den letzten heben wir uns auf für. Ich wollte gerade sagen. Martha. Martha! Ja. Ihr fahrt und fahrt, außerhalb durch einen Wald tatsächlich, da Athens ja ziemlich dicht bewaldet ist in der Umgebung. Äh, und kommt dann irgendwann in eine relativ ländliche Gegend. Ich meine, das Athens ist sowieso nicht besonders städtisch, aber es wird halt weiter ländlich, je weiter ich aus der Stadt fahrt. Kommt an einigen Bauernhäusern vorbei und fahrt und fahrt, bis ihr schließlich am Standort, der euch von Sam geschickt wurde, ankommt. ein großes Bauernhaus mit zwei Stockwerken. Und, äh, ja, was tut ihr? Ist Licht an. Unten im Haus ist tatsächlich Licht an. Gut, ich, äh, ich springe zur Tür und drehe sie ein. Nein, Chani. Hast du gesagt, getan. Äh, gib mir mal ein... ...Strength Athletics... ...Strength Brawl. Du schlägst dir ein, hast du gesagt? Oder tritt's dir ein? Ich tritt's dir ein. Hier ist das Bauernhaus, was ihr seht. Ja. Ah, okay. Zwei. Hübsch. Zwei. Reicht. Die Tür fliegt aus den Armen. Pfff. Und von drinnen hörst du eine Stimme, die sagt, ah, es ist jemand gekommen. Und weiter nichts. Ich setze, ähm, Minka ins Auto, lasse zwar das Fenster ein bisschen unten und, ähm, versuch... Ich leg ihr ein paar Leckerli hin, auch ein bisschen Katzenminze, dass ich jetzt nicht mit ihr reden muss, dass er hierbleiben soll. Ja. Und gehe dann hinterher. Martha Darin! Warte, ich, äh, springe sie an. Ja. Sie wehrt sich nicht, sie sitzt im Sessel und... An den Hals. Ah, 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 ah. Ja. Mach mal so. Ich guck mal, ob die anderen da. Ich würde nachkommen und mich allerdings erst mal umsehen, ob da noch andere Menschen sind oder andere Wesen. Bis jetzt nicht. Sehe ich offenes Feuer. Nein. Okay. Ich setze sie noch mal hin. Setze sie wieder hin. Erst reden wir. Was, wer seid ihr? Was wollt ihr? Ich gucke nach unten. Seid ihr wegen... Was wollt ihr? Ich gehe noch mal zurück zur Tür und schaue auf das Klingerschild. Martha Darin. Nur der eine Name. Okay. Sorry, falsches Haus. Christine Smith. Nein. Wollte einfach nur wissen, wie viele da sind. Stell dich nicht dumm. Ich stelle mich nicht dumm. Was wollt ihr? Ich kenne euch nicht. Ich dreh mich um und lasse einen Schrei los und schlag das erste... Geht den ersten Gegenstand, den ich sehen kann, kurz und klein. Ja, der Tisch wahrscheinlich, der da steht. Dann haue ich da ordentlich um. Ihr seht, wie Joanna den Tisch komplett zerlegt mit ihren Händen. Das habt ihr noch nie von ihr gesehen. Wirklich nur mit den Händen. Die hat nichts in der Hand, nichts zum Schlagen. Sie zerlegt den Tisch. Ich greife mir ein Tischbein. Ja. Du hast ein Tischbein. Gut. Und ich hole einen blauen Stopffetzen heraus und sage, hier, kennst du das? Ja, das war von dem Jungen. Was ist das? Wen kümmert das noch? Ich schmeiße den auf den Boden. Er kümmert sowieso irgendwas. Das, was damals passiert ist. Die haben mir meinen Bruder genommen. Wir wollten das nicht. Und sie guckt dich auf einmal mit großen Augen an und sagt, ihr? Ihr wart das? Ich schaubel Schämen zu Boden. Und du siehst auf einmal, wie sie aus der Tasche was ziehen will. So ein Sturmfeuerzeug. Ich schlag gegen ihre Hand. Du schlägst es aus der Hand. Okay, aber sie hat es angemacht. Dann gib mir doch mal ein... Was kann man denn da machen? Strength Athletics. Fuck. Strength Athletics ist dezent ungeil. Kann ich nicht melee? Kann ich nicht melee? Das ist ein Erfolg. Ja, du schlägst es dir aus der Hand. Das Feuerzeug ist an. Das ist so ein Zippo-Ding. Und es fällt zu Boden. Und... Auf einmal Stichflamme vor euch. Und die Frau selbst... Pack mal Eileen und raus. Und brennt selber und brennt so durchs Haus. Ich schlapste die Eileen. Ich pack mir Eileen drauf. Gib mir mal ein Dex Athletics. Wird hinterher. Darf ich... Ja, ihr geht alle Dex Athletics. Ich möchte gern für das Kosten von einem Rouse-Check darf ich Fleetness benutzen. Ja, dann mach das mal. Und ihr müsst eigentlich ein Terror-Frenzy-Check machen. Sorry, der brennt total. Würfelt mit euren... Ich glaube, das geht mit den Willpower-Würfeln. Dass ihr eure Willpower-Würfel würfelt. Ob ihr in eine Frenzy kommt, weil da Feuer vor euch ist. Terror. Hä? Wie viel Willpower habt ihr noch übrig? Welche sind das? Die hellen oder die dunklen? Ne, drei. Die hellen? Ja, da kommt kein Hunger dazu. Ja, dann würfelt mit so vielen Würfeln, wie ihr Willpower habt. Und die Difficulty ist... äh, drei. Kann ich Willpower ausgeben? Ja, wollte ich auch noch fragen. Ah, ja. Nicht hier für mich. Ich hab einen, ne? Wie viel war's? Drei. Ich hab zwei. Drei. Darf ich auch einen? Ich hab auch nur zwei. Mein Dex ist 30, das war gut, aber... Ja. Dann, was hast du? Tor, Rapport? Also, äh, drei normale plus ein, äh, Erfolg mit dem, mit dem Hungerwürfeln. Also wie viel? Also vier. 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 Alle außer... Paul, äh, ihr seht nur noch Rot. Ihr seht Feuer, ihr seht Flammen. Ihr müsst hier raus. Ihr müsst sofort hier raus. Und euch kümmert nicht mehr, wer diese Martha ist. Euch kümmert nicht mehr, wer eure Freunde sind. Es kümmert euch nichts, außer das blanke Überleben. Ihr rennt raus, alle außer dir. Was machst du? Raus rein. Ja, tatsächlich rennen alle einfach nur um ihr Leben und raus. Und drinnen hört ihr noch, äh, 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 und irgendwann nur noch diese Todesschreie von Martha selbst. Und ihr habt das Haus von Martha hinter euch gelassen. Und damit auch die Aufgabe erledigt. Ich zücke mein Handy. Ja. Ich texte Sam. Ist erledigt. Okay. Und dann texte ich an die Nummer von, äh, von, äh... Markus Lecker. Markus? Mhm. Barbecue und den Standort. Du kriegst eine Nachricht zurück nach einer kurzen Zeit, die sagt... Enttäuschend. Wir sehen uns. Ich würde, ähm, einen von meinen zwei Mundschützen oder also den weniger mitgenommenen von den Tagen jetzt noch nehmen vor dem Haus, soweit ich mich noch rantrauen kann, mit einer langen Situation, das Ding so ein bisschen mit Erde nur bedecken, mich hinknien, wieder aufsetzen und sagen, noch so in Richtung Haus, es tut uns leid, mich umdrehen und zur Katze gehen. Und Charles macht am Auto The Clash an und setzt sich aufs Dach und guckt sich das Feuer an. Okay, selbst da, selbst da, wird schon schwierig, das Feuer anzugucken. Das ist halt schon, du, eigentlich kannst du es nicht lange machen. Okay. Ich setz mich an Steuern. Ja? Solange man den Weg läuft, das ist okay. Das ist mal dein Ding. Ich bleib noch kurz draußen, ich... Ich gehe zu Joanna und lege ihr eine Hand auf die Schulter und sage, das warst du nicht. Das waren wir alle nicht. Ich verdrück noch so ein Tränchen mit dem, also zwischen Katze und meinem Gesicht. Schau, werf dir nur so einen Blick zu und hab den wieder gesenkt. Aber ich bewege meinen Körper Richtung deiner Berührung. Komm, wir fahren nach Texas. Auf geht's. Ihr fahrt gegen Sonnenaufgang. Und in der nächsten Zeit sprecht ihr öfter mit Sam, die euch einerseits lobt dafür, dass ihr das lose Ende beseitigt habt, ohne größere Unannehmlichkeiten anzurichten. Jedoch ruft sie dich persönlich ein paar Tage später an und sagt, äh, Schatz, ich glaube, wir haben ein weiteres Problem. Du wurdest gefilmt, wie du deine Kräfte benutzt hast vor menschlichen Zeugen. Dir ist nicht zufälligerweise bekannt, wie es sein kann, dass auf der Überwachungskamera eines Leichenschauers zu sehen ist, wie du meterhoch über Zäune springst. Fünfmal. Nicht nur einmal, nein. Nein, nicht nur zweimal, nein. Mehrere Mal. Was hast du dir dabei gedacht? Und sie tadelt dich weiter und ihr besprecht, wie ihr damit umgeht in Zukunft und ob das zu lösen ist oder ob sie es dem Prinzen melden muss. Es gibt auch so Schuhe mit so Sprungfedern. Ich bin der Finder. Ich habe ein Jetpack gebaut, Mann. Sie ist auf jeden Fall ganz, sehr, sehr unerfreut darüber. Ja, Marcus Lector schickt euch noch ab und zu Nachrichten und fragt, wo ihr seid, wie es euch geht. Ihr. Ja, an das Handy. An das Handy. Ich nehme das Handy hol euch alle zusammen, nachdem wir geparkt haben und schicke ihr dieses Er schickt ein Selfie zurück und gerät es in die Hand. Wir sehen uns sehr bald. Das ist die Nachricht, die ihr als letztes von ihr bekommt. Ich möchte noch, ich drehe mich noch nach dem Bild machen, so um, so Welchen Finger soll ich hochhalten? Diese beiden. Die, 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 ich, 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 wie, Yeah, 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 fast, fast. Ja, ja, so ist gut. So? Genau, und während ich die beiden so beobachte, dann drehe ich mich zu Paul und ich küsse. Ja. 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 Hey, das war mein Ende. Klüngel, was denkt ihr, welches Ende ihr verdient habt? Weil wir können uns jetzt entscheiden zwischen einem menschlichen oder einem bestialischen Ende für eure Charaktere. Das heißt? I like both. Habt ihr euch gut verhalten und eure Menschlichkeit bewahrt oder habt ihr gegen eure Menschlichkeit gehandelt? Habt ihr Menschen getötet? Habt ihr Gräueltaten begangen? Oder habt ihr versucht, Gräueltaten zu vermeiden und eure Menschlichkeit bewahrt? Ich finde, wir haben versucht, Gräueltaten zu vermeiden. Also ich, ich habe, ich weiß es nicht, die anderen. Aber. Ich finde auch. Ich habe ihn eingebissen und der fand es geil. Ich bin tatsächlich der Sädenmangel. Aber? Ja. Ich hätte auch gesagt, wir haben es gewonnen. Gut. Ich meine, ja. Dann. Omi und Oki. An Betracht der späten Stunde wollen wir das kurz vorlesen. Ja. Menschliches Ende. Trotz der vielen Bedrohungen hat es der Klüngel geschafft, von der Menschlichkeit für einen weiteren Tag festzuhalten. Früher oder später werden sie erliegen. Alle Vampire erliegen irgendwann. Aber im Moment gibt es einen Kompromiss zwischen ihm und den Bestien. Paul. Hm. Vielleicht ist die Geschichte, in der du dich befindest, komplizierter als du dachtest? Kannst du mehr sein als Protagonist? Vielleicht geht das Leben für die Menschen, die nicht mehr in deinem Blick fällt, sind ja weiter. Wie tief reicht dieser Kaninchenbau, den sie die Welt nennen überhaupt? Es muss Muster geben. Ja. Muster. Muster. Und Klaviermusik. Klaviermusik. Charts. Das Richtige zu tun ist verdammt schwer, das ist sicher. Es ist, als gäbe es nichts vollständig Schwarz-Weißes. Sondern eher Grauschattierungen. Man muss die ganze Zeit schuften, um seinen Weg zu sehen. Das heißt natürlich nicht, dass du es nicht versuchen solltest. Aber eines ist sicher. Eines Tages wirst du für jedes Leben, das du nimmst, bezahlen müssen. Nein, Lieben. Manchmal, wenn man sich richtig konzentriert, ist es fast so, als wenn du ihn wiederhaben könntest, diesen Funken. Aber nein. Er ging verloren mit deinem Herzschlag. Das bedeutet nicht, dass du niemanden mehr inspirieren kannst. Nein. Natürlich nicht. Vielleicht ist das dein Schicksal. Die ewige Muse zu sein. Und Joanna. Die Welt der Tiere ist besser als die der Menschen. Aber es ist egal, wie sehr du es willst. Du bist kein Tier. Dieser Fluch ist etwas anderes. Und du kannst es klarer sehen als die meisten, wenn du in den Spiegel blickst. Die beiden Welten müssen im Gleichgewicht gehalten werden. Oder es wird zur Katastrophe kommen. Das ist das Ende, das wir verdient haben. Damit lese ich noch ein letztes Gedicht vor für diese Runde. Wenn du ein Monster bist, stand up. Wenn du ein Monster bist, ein Trickster, ein Fiend. Wenn du eine Steam-Powered Wishing-Machin hast. Wenn du ein Secret hast, ein Schemes. Wenn du ein Maidens oder ein Devil in dreams bist, komm, stand bei mir. Wenn du ein Bögen bist, stand up. Wenn du ein Bögen bist, stand up. Wenn du ein Bögen bist, stand up. If you're a savage, stand up, if you're a witch, a dark queen, a black knight, if you're a mummer, a pixie, a sprite, if you're a pirate, a tomcat, a rite, if you swear by the moon and you fight the hard fight, come stand by me. If you're a devil, stand up, if you're a villain, a madman, a beast, if you're a strawler, a prowler, a priest, if you're a dragon, come sit at our feast. For we all have stripes and we all have horns, we all have scales, tails, manes, claws and thorns, and here in the dark is where new worlds are born. Come stand by me. Und damit... Wir enden hier das erste Vampire in the Masquerade. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Das hat dir sehr, sehr gut gemacht. Das ist unser größter Dank. Ja, gerne. Es hat dir auch viel Spaß gemacht. Eigentlich können wir den hier absetzen. Nein, soweit wollen wir nicht gehen. Liegt nur daran, dass wir die Geschichte noch nicht zeigen werden. Ich würde gerne Vampire weiter, aber für Dungeons & Dragons... Geil. Toll. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Gerade jetzt zu Halloween oder an egal welcher Jahreszeit ihr schaut. Teilt das Video. Liked das Video. Abonniert, wenn ihr den Kanal mögt. W20 Show. Wir haben viele weitere Projekte. Dungeons & Dragons, Vampire the Masquerade, Star Wars. Wir haben wahrscheinlich bald in Zukunft, höchstwahrscheinlich sogar, auch noch andere Formate mit anderen Systemen. Call of Cthulhu wäre da zum Beispiel eins, was ich anbieten würde. Und weitere. Bietest du eins zu meistern? Vielleicht. Und ja, ansonsten... Möglicherweise... Möglicherweise. ...werdet ihr dieses Gesicht... Ja. Sagt uns, wie wir unseren Neuzugang finden. Ja, und wenn er euch gut gefällt... Ich bin sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat er gut gemacht. Dann werdet ihr ihn in Zukunft vielleicht auch öfter hier sehen. Ja. Damit bedanken wir uns bei euch. Ich bedanke mich bei euch auch nochmal. Wir bedanken uns bei dir. Gerne. Und damit entlasse ich euch alle in diese Nacht und den Tag, den Abend, was auch immer für ein Tag. Ich sage viel Spaß im Multiverse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank.